Die Grandauers und ihre Zeit Eine Geschichte in Fortsetzungen von und mit Willi Purucker Siebter Teil Abgründe Im Juni war die Isar wieder einmal angeschwollen vom vielen Regen und von der Schneeschmelze in den Bergen, dass sie beinahe wieder Mississippi daherkam. Und so einen Vergleich konnte auch der Grandauer Benno anstellen, weil er wie so viele die Abenteuer des Tom Sawyer verschlungen hatte, von einem gewissen Mark Twain, der, wie man den Münchner Zeitungen entnehmen konnte, gerade vor 14 Tagen gestorben war. An diesem Juniabend standen eine Menge Leute auf der Ludwigsbrücke, schauten in die reißende, dreckbraune Brühe hinunter, und es mag auch anderen so ergangen sein wie dem Benno, der mit einem Mal er dachte, auf einem Schiff zu sein, das ihn davonträgt, irgendwo hin, nach Indien vielleicht, denn er wäre jetzt überall lieber gewesen, als daheim in München. Dann kam vom Gasteigberg herunter ein Bursche mit Ledermütze auf einem Motorrad angefahren und blieb hinter ihm stehen. Denos, servus! Der Baby, servus! Was ist? Haben die Denos Brot weggefressen, oder was? Mein Radl haben sie mir gestohlen. Nein, sag, wie er das? Ein Bier hab ich mir gekauft beim Franziskaner, und wie er rauskommt, war's weg. Also umgibt's, da verriegst du. Mein Alter, wenn du das erfahrt, was glaubst? Ich würde ihm halt nix sagen. Ja, meinst du denn, dass der das nicht spannt? Dabei kaufst du dir ein Eis. Von was denn? Von meine 8 Mark im Monat. Und Führer muss er daheim abgeben. Ja, dann tut sich ein Typ. Ach, geh, schleuchte doch mit deine Heiter. Ja, wenn ich's da sag, Benno. Kommst am Sonntag mit uns nach Tagl, finkst du dich drauf. Dann hast du auch vor einen Schlag, ein neues Radl. Die Freundschaft zwischen dem älteren Grandauer-Buben, dem Benno und dem Lichtl-Bibi, war mehr als nur eine nachbarschaftliche. Dass die beiden in Heidhausen aufgewachsen waren und in den Isar-Anlagen am Gasteig ihr gemeinsames Revier hatten, für den ewigen Kampf zwischen Räuber und Schandi, das bildete lediglich die Grundlage dazu. Vertieft aber wurde die Freundschaft erst durch das Wilhelms-Gymnasium, in dem sie beide vergeblich auf eine humanistische Bildung angesetzt worden waren. Der Bibi flog schon im Jahre 1908 und landete als Schlosserlehrling in der Beißbartschen Automobilwerkstatt. Der Grandauer-Benno wetzte sich den Hosenboden noch ein Jahr länger auf der Schulbank ab, bis auch ihn das gleiche Schicksal ereilte. Seither ruhten die Hoffnungen des Kriminaloberwachtmeisters Grandauer ganz auf seinem Jüngsten, dem Adolf, der willens war, die Schande wieder gut zu machen und dafür nun anstelle seines gestrauchelten Bruders das Gymnasium besuchen durfte. Wenn es mit dem Benno dann dennoch nicht völlig bergab ging, wie der Vater schon prophezeit hatte, so war das nicht zuletzt den Vermittlungen einer guten Bekannten zu verdanken, einer Frau, die auf das Leben der Grandauers schon mehrfach Einfluss genommen hatte und wer sich noch an das Krisenjahr 1906 erinnern kann, wird wissen, dass dies nicht immer nur ein guter Einfluss war. Also die klimpert doch jetzt, solange ich da bin. Wir hören das schon gar nicht mehr. Bloß wenn sie dazu singt, dann kriege ich allerdings auch zu stehen. Das kann ich mir denken. Macht denn die sonst nichts wie Klavier spielen? Nein, die wohnt jetzt so lange in dem Haus wie mir, zehn Jahre. Aber man sieht es eigentlich kaum. Gell, in der Früh kauft sie ein, da trifft man sie noch hin und wieder. Sie sagt Guten Tag und auf Wiedersehen, das ist alles. Weißt du, so ein feines altes Fräulein, allerweil mit Handschuhen und so einem gestickten Pompatour. Unser Fräulein liebt nicht. Na Jesus, das ist schon sexy, ich muss sausen, Agnes. Okay, Franzi, jetzt warte halt noch, bis der Ludwig kommt. Nein, zum Geschäftsschluss war's, da hat er selber gelernt, wenn ich da bin. Mein Gatte, also da ist er ein bisschen eigen in dem. Hat er wieder recht viel um die Ohren, gell? Ah ja, das kannst du dir denken, als Hoflieferant. Und was ich fragen wollte, mit dem Benno ist er noch allerweil zufrieden? Ja, sehr, nach wie vor. Also da ist er voll des Lobes. Das hört man gern als Mutter. So, du und wegen der Karten für den Sonntag, da brauchst du mir bloß sagen, wie viel. Weil durch meinen Garten, da kriegen wir es ja dann direkt vom Hofkämmerer, nicht? Vom Hofkämmerer? Ja, freilich. Dass die Bekanntschaft der beiden Frauen von einem Bauerndorf herrührte, in dem sie einmal Kellnerinnen waren, beim Talhäuslwirt die eine und beim Oberwirt die andere, das sah man ihnen nicht mehr an. Die Restschreiter Franzi nahm ihren Aufstieg über einen Münchner Privatier, der sie jedoch infolge seines hohen Alters nicht lange erleben durfte. Als verwitwete Franziska Schwertlein fand sie dann vor den Augen des Kriminaloberwachtmeisters Grandauer keine Gnade mehr und er duldete sie erst wieder in seinen eigenen vier Wänden, nachdem sie der reputierliche Hoflieferant Andreas Gassner vor den Altar geführt hatte. Gassner war Fotograf und handelte recht erfolgreich mit einschlägigen Artikeln. So ergab es sich, als man einmal mit ihm über Bennos Zukunft redete, dass er sich anbot, den verkrachten Lateinschüler bei sich in die Lehre zu nehmen. Die sind ja übergeschnappt. 14 Mark für ein paar Stiefel. Mei, wenn du das aber brauchst, Wig. Ja, aber nicht für 14 Mark. Du? Nein, gibst mir die alten noch einmal zum Schuster. Übrigens, Franzi, lass dich schön grüßen. Vor einer halben Stunde ist es erst gegangen. So, Franzi. Ja. Und? Hat sie was vom Bub gesagt? Mhm. Voller Lob ist er der Herr Gassner. Dass er so anstellig ist, sagt sie, so fleißig. Und dass er bestimmt seinen Weg machen wird. Sein Weg. Soll ich. Jetzt ist er halt ein Lehrbuch mit seinen 16 Jahren. Magst du erst ein Glas ein Bier? Nein, nein, ich habe ja heute auf die Nacht Bereitschaft. Ach so, ja. Wo ist er denn? Der Benno. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist dreiviertel sieben. Er ist ja mit dem Rad gefahren. Vielleicht hat er irgendwas ausbauen müssen. Und der Kleine? Der rückt im Kammerl und flenkt. Warum? Weil er einen Zweier geschrieben hat im Lateinischen. Siehst du das? Also, so muss man es sein. Dann schaffen wir es. Der macht seinen Weg, der Adi. Ah ja. Du, ob wir Karten wollen, hat sie gefragt, Franzi. Für den Sonntag. Für die Denkmalsentüllung. Weißt du schon? Ach so. Ihr Gatti kriegt es doch direkt vom Hofkämmerer. Das weiß ich nicht, ob ich da Zeit habe. Aber für uns vielleicht. Für mich und die Kinder. Na ja. Wenn Sie überall dabei sein müssen, bitte schön. Eigentlich war es üblich, dass Ludwig Grandauer von der nahegelegenen Polizeiwache verständigt wurde. Wenn irgendetwas Dringendes vorlag, dessen Teilen man ihn im Zentralbüro benötigte. Aber in Ausnahmefällen verlief es auch einmal so wie an diesem Abend. Und das hat er mir auch angestrichen. Was denn? Bei dem Satz. Dominus, Service, Imperat und Agrum Arendt. Äh, Medi. Der Herr, dann fliegt die Glechner, dass er den Abgeordneter fliegt. Bloß weil ich das Sollen vergessen habe. Du Adi, die sind mir nicht böse. Aber ich verstehe das auch nicht. Sag es einmal an Papa, gell? Sagst du das Flügelsollen? Es hätte mich auch heißen können, der Herr befiehlt dich nicht, den Akkord zu bringen. Wieso? Kaputt. Kaputt. Wieso kaputt? Der Herr befiehlt dich nicht. Das Radl war am Nagel, nein. Ja, beim Fahren. Auf einmal. Ja, was? Im Freilauf. Im Freilauf was? Ja, irgendwas. Ich weiß es ja auch nicht. Der Bibi hat es sich auch angeschaut. Ich habe es nicht gleich bei ihm in der Werkstatt gelassen. Also, ich weiß es nicht. Du, mit deiner Husterei und der Abend, das gefällt mir vielleicht schon gar nicht. Ja, mei. Ich habe mich halt verschluckt. Das ist doch nicht so schlimm. Sehst du, das heilt sie mich schon. Gut, da ist ich nichts getrunken. Ja, bleib nur sitzen, ich mache schon auf. Guten Abend, Herr Oberwachmeister. Guten Abend, Herr Lederer. Ein bisschen kommen Sie doch rein. Ja, ich bin so frei. Der Herr Kommissär Grüner lässt dem Herrn Oberwachmeister ausrichten, dass er sich in einer dringenden Angelegenheit, wissen Sie, ich bin nämlich extra mit der Autodroschken hergefahren. Mit der Autodroschken sind Sie gekommen? Ja, weh. Drücken steht es vor der Tür. Es war durchaus kein alltäglicher Anblick und für die Heidhauser schon gar nicht, dass ein Automobil vor der Haustüre wartete. Aber bedauerlicherweise war es schon dunkel, sonst hätte man sicher mit mehr Zuschauern rechnen dürfen, als nur mit der eigenen Familie, die sich das Schauspiel vom Fenster aus ansah. Der Herr Kommissär ist eben leider unabgekündigt und hat den Herrn Oberwachmeister mit der Tatbestandsaufnahme betratzt. Und wo ist Gessen eigentlich, Herr Lederer? Ja, Routine, die Sache vermutlich, soweit man jetzt schon was sagen kann. Selbstmord. Achso. Ein gewisser Dr. Immensee. Vielleicht haben Sie ihn einmal schon mal übergelesen. Wer heißt der? Dr. Immensee. Dr. Immensee. Ja, in der Neuesten tut er immer groß inserieren, mit so einem Institut, wissen Sie für. Aha. Die Heere Tächter. Achso. Privatschul, sagt man halt. Aber war ja irgend draußen im Wöhnwirtel. Wann ist Ihnen das passiert? Jetzt vor einer Stunde haben wir die Meldung reingeregt. Der Mägerle vom Erkennungsdienst ist dabei schon ausgefallen. Das Pädagogium des Dr. Immensee hatte sich bislang nur für hohe und höchste Gesellschaftsschichten empfohlen und das konnte es auch aufgrund seines tadellosen Rufes. Es gab sich auch schon von außen als erstklassiges Etablissement zu erkennen, durch seine klassizistische Stränge, verquickt mit maßvollen Bekenntnissen zu den reformerischen Ideen des Jugendstils. Als die Kriminalbeamten das Gebäude betraten, herrschte eine bedrückende Stille. Man hörte nur das Geräusch ihrer Schritte auf dem spiegelblanken Marmor. Der Kriminalschutzmann Lederer trug nämlich aus Sparsamkeitsgründen Nagelschuhe. Eine Angestellte nahm die Männer an der Treppe in Empfang und führte sie zum Privatkontor im ersten Stock. Auch hier kein Laut, kein Huschen durch die Gänge, wie man es in Anbetracht der Ereignisse und eines Hauses hätte erwarten können, dass 50 höhere Töchter beherbergte. Das Privatkontor, hell erleuchtet von zahlreichen Glühbirnen, ohne dadurch seine diskrete Noblesse einzubüßen, die Aura ehrfurchtgebietender Tradition. Hier hatte auch Kriminalschutzmann Lederer seinen Hut abgenommen. Grandauer sah sofort den Toten, in sich zusammengesackt in einem Lederfoteu, das Gesicht blutüberströmt, ebenso das weiße Hemd, die Deckkrawatte, die seidene Weste, ein älterer Herr offensichtlich, schmal, weißhaarig, eine militärische Erscheinung, ritt meisterlich selbst noch in diesem Zustand. Einer der Anwesenden, Arzt und Leichenbeschauer, lenkte die Aufmerksamkeit des Oberwachtmeisters auf eine Dame, die abgewandt am Fenster stand, die Gattin des Verstorbenen. Ludwig Grandauer war von ihr auf den ersten Blick eigenartig berührt, vielleicht, weil er sie sich ebenfalls älter vorgestellt hatte, würdiger und weniger mondäne, oder war es nur der Kontrast, der ihn stutzig machte, hier ein alter Mann, der nicht mehr leben wollte und gegenüber seine junge, schöne Frau, bei der man sich eher das Gegenteil denken konnte. Ich weiß nicht warum, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich hab nur den Schuss gehört, in meinem Zimmer, ich bin sofort hierher gelaufen und sah ihn und konnte nichts mehr tun. Das war entsetzlich. Und es war auch nirgends ein Abschiedsbrief? Naja, ich meine, erfahrungsgemäß, wenn jemand so etwas vorhat, dann hinterlässt er doch. Nein, nichts. Die Herren haben sich überall umgesehen. Der Kollege sagt, dass Sie die Pistole, mit der sich Ihr Mann, also ich meine, dass Sie die hinterher in die Hand genommen haben. Kann sein, ja, in Gedanken. Sie lag auf dem Boden, da hab ich Sie wahrscheinlich aufgenommen. Das ist ja nur wegen der Fingerabdrücke. Bitte, Sie müssen entschuldigen, ich hab keine Ahnung. Ihr Zimmer, in dem Sie den Schuss gehört haben, ist im selben Stockwerk? Am anderen Ende des Ganges, ja. Und Sie sind sofort hierher gegangen? Ja. Ja, und sonst haben Sie niemanden gesehen? Vom Haus oder jemand Fremden? Nein, das hab ich Ihnen ja schon alles gesagt. Aha, und später? Also ich meine, nachdem Sie schon da gewesen sind, ist auch niemand mehr gekommen. Eine Angestellte. Fräulein Nieröse, glaube ich. Ach, Nieröse. Ich hab Sie gebeten, den Arzt und die Polizei zu verständigen. Mehr kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Nach einer Stunde etwa hatte Ludwig Grandauer das Kontor wieder verlassen, zusammen mit den Kollegen und mit etwas gemischten Gefühlen, ansonsten aber ohne konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es sich um etwas anderes gehandelt haben könnte, als um einen Selbstmord. Fräulein Nieröse, der man nachsagte, dass sie ein wenig zur Hysterie neigen würde, was nach 25-jähriger Tätigkeit als Lehrerin und Präfektin in einem solchen Institut nicht verwunderlich gewesen wäre, Fräulein Nieröse war zunächst nicht auffindbar. Man hatte ihr deshalb die Mitteilung hinterlassen, sie möge sich andern Tags mit der Polizeidirektion in Verbindung setzen. Doch kaum, dass die Beamten das Haustor hinter sich geschlossen hatten, trat ihnen aus der Dunkelheit eine verstörte Frauensperson entgegen, die sich als das besagte Fräulein Nieröse zu erkennen gab. Ich habe aus dem Haus gemusst. Ich habe den Anblick nicht mehr ertragen. Diese Frau, ich muss es Ihnen sagen, diese Frau war sein Untergang. 25 Jahre habe ich ihm gedient. Ich hätte mein Leben für ihn hingegeben, aber nie, niemals. Gott ist mein Zeug. Bitte, bitte verzeihen Sie mir meine Erregung. Nein, es macht nichts. Ich habe diesen wunderbaren Menschen verehrt. Dr. Immensee war uns immer ein Vorbild. Sie müssen das wissen. Aber diese Frau, glauben Sie mir, sie, sie hat ihn auf dem Gewissen. Man hat sie nämlich gesehen, mit einem jungen Offizier. Aha. Und nicht nur einmal. Es gibt Zeugen, seriöse Zeugen, sogar aus unserem Lehrkörper. Ja, ja, hören Sie mal rauf. Eifersüchtige alte Jungfrau. Solche Zeugen aussagen, kennen ich gerade aber. Wir wollen ja nicht mit aller Gewalt einen Fall aus der Geschichte. nicht machen, nicht wahr? Nein. Ich bin froh um jeden, der sich selber umbringt. Mich hat er bloß die Stutze gemacht, Herr Kommissar. Was Sie danach noch gesagt hat, die Nieröse. Also, wie er Sie in das Zimmer reinkommen ist, in sein Kontor, gleich nach dem Schuss, da wäre angeblich seine Frau da gestanden, nicht? Seine Gattin. Ja. Und hat in der einen Hand die Pistole gehabt und in der anderen ein Schriftstück, hat sie gesagt, oder so ein Briefkuvert. Na und, das gibt es ja auch an, die Gattin, dass Sie die Pistole vom Boden aufkommen hat, nicht? Ja, ja, aber den Brief leugnet es ab. Von dem weiß sie angeblich gar nichts, nicht? Und es ist auch nirgends so ein Abschiedsprüf gefunden worden. Was sagt der Erkennungsdienst? Hat er sich selber erschossen oder nicht? Ja, so wie es ausschaut, ja. Na also, Motiv scheinen Sie auch eins zu geben, ein junger Offizier. Das leugnet Sie aber ebenfalls ab, die Gattin. Zugeben wird es. Außerdem, wie alt war er? 64 und Sie? 35. Also, was wollen Sie denn? Das ist allein schon Motiv genug. Er wird halt nimmer da ritten haben, der alte Tattl. Und eine Scheidung, mein lieber Freund, in dem seiner Position mit so einem Institut. Also, doch ruiniert hinterher. Aber irgendwas ist faul an Ihrer Geschichte, Herr Kommissär. Mit dem soll sich Ihr Beichtsvater beschäftigen. Da wäre man ja gar nimmer fertig, wenn wir sich auch noch um das Triebleben von unseren Münchner Großbürgern kümmern wollten. Der heilige Benno war den Bayern und vor allem den Münchnern schon seit dem 16. Jahrhundert ein besonderer Intimus und ein Schutzpatron, den ihnen auch der Martin Luther nicht madig machen konnte mit seiner Streitschrift wieder den neuen Abgott. 1910, an seinem Namenstag, hatten die Münchner ihrem Benno ein weiteres Bekenntnis geliefert, in Gestalt einer fast zwölf Meter hohen Säule aus rotem Porphyr, darauf ein Standbild aus der Miller'schen Erzgießerei. Am selben Tag, nach dem Zwölf-Uhr-Leuten, griff der Hoflieferant Andreas Gassner einmal außerplanmäßig in die Ladenkasse und sagte anschließend zu seinem Lehrling. So, jetzt geh her, Benno, du hast den Magel, schau dir den Namenspatron einmal an, heute Nachmittag und danach kaufst du ein halbes Bier und ein paar Weißwürste. Dankeschön, Herr Prinzipal. Und jetzt vertrug dich. Draußen, auf der Kaufingerstraße, überschlug der Grandauer Benno in Ruhe die Möglichkeiten, die es noch gab, wenn man auf die Besichtigung des Säulenheiligen verzichtete. Vorne, im Weltkinematografen, lief zum Beispiel ein Film mit dem Titel »Die Wahrheit«, aber der weckte eher unangenehme Erinnerungen, sodass der Benno im Hinblick darauf beschloss, dass Magel in Gänze für sein neues Fahrrad beiseitezulegen. Hey, Benno! Was? Der Willi. Grüß dich. Wo ist das Bild von? Von mir raus. Steig auf. Der Willi war nie für eine Gymnasialbildung außer Sehen. Er kam gleich nach der Volksschule, wo er mit dem Benno auf ein und dasselben Bank saß, zu einem Metzger in die Lehre. Und weil er sich das Vertrauen seines Lehrherrn erworben hatte, durfte er sogar ab und zu dessen Traberpferd vor den leichten Tafelwagen spannen, um Fleisch auszufahren. klar weiß, da kommst du gar nix, Benno. Da bist du ein alter Mob, bist du das Geld für das neue Radl beieinander hast. Ideen muss man haben. Und hast du ja vielleicht eine? Ich schon. Aber ich bin kein Fotograf. Zu was, ein Fotograf? Fotografieren, wenn ich kann. Das sagst du euch nachher. Ich sag dir das noch schon. Wenn ich es so weit habe, die Metz. Dann trabten sie vom Marienplatz linker Hand in die Weinstraße hinein, vorbei an der alten Schutzmannkaserne, wo noch immer die königlich- bayerische Polizeidirektion untergebracht war und wo in diesem Augenblick Kriminaloberwachtmeister Grandauer in seinem Dienstzimmer erster Stock, Abteilung für unnatürliche Todesfälle, einer Dame gegenüber saß, die es völlig unerwartet und aus freien Stücken nach der folgenden Richtigstellung verlangt hatte. Es war sehr, sehr schwer für mich, glauben Sie mir. Und ich habe mich erst mühsam dazu durchringen müssen, hier öffentlich Dinge auszusprechen, die dem Ansehen meines verstorbenen Gatten leider wenig zuträglich sind. Aber er hatte nun einmal diese fatale Neigung zu Frauen billigster Sorte. Und das war ja auch der Grund, der eigentliche Grund, weshalb ich mich von ihm trennen wollte. Alles andere sind nichts als bösartige Verleumdungen. Sie wollten ihn erscheinen lassen? Ja. Aha. Und das Hausmädchen, von dem Sie gesagt haben, Sie hätten sich mit Ihrem Gatten also in flagranti... Eine Detektei war das. Ach so. Ich hatte in meiner Verzweiflung die ganze peinliche Angelegenheit einem Detektiv übergeben, der meinen Mann, während ich verreist war, bei Verwandten in Augsburg. Man hatte mir dringend angeraten, ihn beobachten zu lassen. Das Mädchen ist aber jetzt nicht mehr bei Ihnen? Nein, natürlich nicht. Und ich kenne ja auch weder ihren Namen noch sonst irgendwas. Mein Gatte hatte sie eingestellt für das Institut. Aber ich muss annehmen, das war nur ihre Nebentätigkeit. Und wann ist dieses Mädchen zu Ihnen gekommen? Sechs Wochen etwa vor seinem Tod. Und hat dieser Ehebruch in einem Hotel oder wo hat der überhaupt stattgefunden? In unserem eigenen Haus. In seinem Schlafzimmer. Das ist ja das Ungeheuerliche. Entschuldigen Sie, meine ich, man soll einem Verstorbenen nichts Schlechtes nachsagen. Ja, aber sagen Sie mal, dann hat der Detektiv irgendwie unbemerkt in das Haus hineinkommen müssen, wenn die beiden dort in flagranti Ja, das war so arrangiert. Ich gab ihm die Schlüssel und er verständigte mich in Augsburg, als er schon ziemlich sicher war durch seine Beobachtung. Ah, ich verstehe. Man musste das riskieren und das war ja dann auch leider wahr. Aber fragen Sie mich nicht danach, was ich in diesem Augenblick empfunden habe. Fragen Sie mich das bitte nicht. Ich hab's nicht dazu aufgefordert, Herr Kommissar, sie ist von der Lanz gekommen. Wie heißt das, die Schriftstellerin dort, die alle solche Geschichten schreibt, sagen sie es halt, ganz bekannt. Ich komm nicht zum Roman lesen. Wir würden mal so vorgehen wie diese Hintertreppen Kriminaler. Na, Gott, Nacht. Sie haben schon recht, es geht uns ja eigentlich nichts mehr an, aber den Detektiv, den würde man gerne mal anschauen. Haben Sie eine Anschrift? Habe. Kurz Maler heißt es. Wer? Die Schriftstellerin, die habe ich so Schichten schreibt. im Wohnzimmer. Du, Mama, was ist denn mit dir? Geht es dir nicht gut? Wieso? Warum soll es mir nicht gut gehen? Weil du auf dem Sofa gelegen bist. Ich bin nicht gelegen. Ich habe mir bloß meine Füße ein bisschen raufgetan. Das kennt man aber gar nicht bei dir am Tag. Ja mei. Mir geht's. sehr gut, Benno. Und weißt, was mich am meisten gefreut? Dass du so gut zurechtkommst in deiner Lehrstelle. Und der Herr Gassner gibt dir sogar eigens frei an deinem Namestag. Das heißt voll schon was. Ja, aber am Sonntag soll er ihm dafür helfen, hat er gesagt. Bei der Denkmalsentzüllung, weil er da alles fotografieren muss. Na schau, das ist doch eine Ehre für dich. Du, was ist da übrigens in dem Backel drin, auf der Flurgartrop? Hast das auch schon wieder entdeckt? Eigentlich darfst du das ja noch gar nicht wissen. Das ist vom Papa zum Namestag. So eine Fahrradglocken, weißt, wo sich dreht, vorne am Radl. Hast dir doch gewünscht gehabt, so eine? Freist dich nicht? Ja, freu ich mich. Jetzt kümmert dich darum, dass das bald wieder kriegst, der Radl. Ludwig Grandauer hatte an diesem Tag sein Büro pünktlich verlassen, aber nicht um so gleich nach Hause zu fahren. Es zog ihn vielmehr in die Entenbachstraße, wo sich ein Detektiv namens Pavel Hayek für Beobachtungen aller Art und auch für schwierigere Aufträge in Bereitschaft hielt. Sein Geschäftslokal befand sich ganz oben in einem Manzardenzimmer und es war über und über mit alten Gerümpel, Zeitungsbündeln, Adressbüchern, Zigarrenschachteln und ähnlichem Kram vollgestopft, aber auch der Detektiv selbst zeigte wenig äußere Merkmale für eine seriöse Praxis. Schaut, ich bin ein Mensch, Herr Oberwachmeister, der wo überall zu Hause ist. Ja, ja. Und als Estreicher habe ich ein feines Gespür. Ist was koscher oder ist es nicht koscher? Ihre Arbeitsmethoden, Herr Hayek. Hayek, bitte, Pavel Hayek. Ihre Arbeitsmethoden, die sind auf jeden Fall nicht koscher. Ja, wieso? Wenn Sie nicht einmal Namen und Anschrift wissen von dieser Frau als Person, mit der Sie diesen Doktor Immensee angeblich in flagrant erwischt haben. Na ja, das... Wer hätten Sie denn das vor Gericht handhaben wollen? Ohne Angaben zur Person? Schauen Sie, das habe ich mich auch gefragt. Aber wer denkt schon auf sowas? Wenn so ein Mann im Haus angestellt ist, das Luder hat sich natürlich anschließend verpflichtet. Und der Herr Doktor Immensee mit dem, was Sie im Bett gelegen ist, der kann leider auch nicht mehr reden. Da können Sie froh sein. Ja, es ist eine sehr traurige Angelegenheit und das müssen Sie glauben, Herr Oberwachmeister. Wenn man hätte ahnen können, dass sich der alte Herr das so zu Herzen nimmt und bringt sich gleich um, Jesus, Maria Josef, für sowas hätte ich mich doch nie zur Verfügung gestellt. Da frage ich mich bloß, wo da ein feines Gespür geblieben ist, ein österreichisches. Am 19. Juni 1910, einem Sonntag vormittags, wanderten etliche tausende ereignishungrige Münchner zur Isar, in die Höhe der Corneliusbrücke, weil dort ein Staatsakt zu besichtigen sein sollte, bei dem sich, wie es hieß, der gesamte Hof und die übrige bayerische Repräsentanz zur Schar stellen würden. Auch die Frau Grandauer war unter den Neugierigen mit ihrer Tochter Luise und ihrem hoffnungsvollen Penela Adolf. Vater Grandauer näherte sich der Veranstaltung auf eigenen Wegen, um sich seine Berechtigung als Amtsperson daran teilzunehmen, nicht durch den Familienanhang schmälern zu lassen. Anlass war die feierliche Denkmalsenthüllung Weiland seiner Majestät König Ludwigs des Zweiten durch seine königliche Roheit den Prinzregenten Ludwold. Da ist er, der Benno, da vorne, schaut's doch, bei der Ehrentribüne mit dem Herrn Gassner. Mäu, der Boah, so weit vorn. Auflöschen leisen, war er zu blöd. Das war er nicht, du simgescheiter. Und dein Vater ist auch was geworden, ohne das Lateinische. Es gibt eben solche und solche. Und der Benno, der Benno, der ist halt mehr der Papa, der Papa da. Geh Luise, wink halt auch einmal. Jetzt geht er zum Herrn Gassner, wie war, siehst du das? Winkt einmal, vielleicht seht er uns. Hallo! Hallo! Oh, haben wir ein schönes Foto gemacht, Herr Gassner. Ja, das weiß man halt nie, bevor man es nicht gesehen hat. Habe die Ehre, Herr Grandauer. Habe die Ehre, Herr Gassner. Frage mal, den auch da? Ja, Frau Eilid, die lassen sich doch sowas nicht ausgeben. Aber was sagen Sie zu dem Mann? Nächstes Jahr wird er 90. Und schauen Sie hin, wie der noch allerweit da steht. Unser Prinz beginnt. Er raucht jeden Tag seine 14 bis 17 Stück Zigarren. Das nenne ich einen Monarch. Ja, ja, ja. Sieben Jahre erfüllte die Trabrennbahn in Dagelfing nun schon ihre Aufgabe als zirzensisches Gegenstück zur Kirche und Staatsräson. Und hier durfte nun auch die Glücksgöttin mit allerhöchster Genehmigung herausgefordert werden, wenngleich dieselbe sich davon unbeeindruckt meist nur von hinten zeigte. Und du blöder Hund hast gesagt, dass der Erlkönig gewinnt. Held er ja auch, wie der nicht gesprungen war. Oder, sag du Willi, er hat ihn stark gefordert. Held er, ja. Und jetzt? Das war mein letztes Mark. Ein Radl, wie es das du brauchst, Benno, das kostet 80 Mark. Also, da sind wir jetzt nämlich schon in einem Geldbetrag drin, wo man Kaufmännisch denken muss. Weil, mit dem Glick, das hast du ja gesehen, das war ein Käse. Sag ihm halt deine Idee, Willi. Das liegt ja zu dir, sonst filmt man es leicht einen anderen. Nachher macht das Dörtsgeschäft. Gehört ja nicht viel dazu. Fotografieren muss er können, sonst nichts. Du kannst doch schon allein fotografieren, oder? Ja, wenn ich einen Apparat habe, warum nicht? Also, und einen solchen kannst du doch ausleihen, oder? Da habe ich noch nicht gefragt. Tät ich auch nicht. So, einfach einmal mitnehmen über den Sonntag und nachher stehst du ihn wieder rein, das spannt doch der gar nicht. Ja, und zu was? Wollte ich mir es ihm sagen? Freilich, der hält das schon aus, der Benno. Also, pass auf. Hast du schon einmal eine Nackerte gesehen? Eine Nackerte? Nein. Das soll ich ja nicht bringen her. Für uns eine. Von der Metzgerei. Eine Einwicklerin ist. Die andere hat gesagt, sie schau auf, schneidere ich an, ich weiß, es ist schon ein bisschen blöd. Aber die sieht man ja nicht auf dem Foto. Und die hat dem Willi versprochen, dass er sie auszieht. Für das kriegt sie doch nicht auch ein bisschen was, wenn wir die Foto verkauft haben, versteht sie? Spielt aber keine Rolle nicht, weil ich allein schon so viele Leute kenne, die, die uns die Bildel gerade aus der Hand reißen. Und der BW auch. Outler, weißt du, die Spickte, die, die, sind so viele Saubären darunter. Das möchte man gar nicht glauben. Entschuldigen Sie, Herr Kommissär, ich komme gerade umgelegen. Haben Sie das gekrochen? Gerade habe ich mir einen Leberkass rüberholen lassen vom Spickmarkt. Aha, der riecht. Einen guten. Sie, ich komme danach noch einmal. Warum? Was gibt es? Ah ja, es ist bloß, weil Sie immer gesagt haben, Treiberleut waren die geborenen Kriminaler. Und Verbrecher. Sowohl als auch. Da sind Sie bloß nicht alle draufgekommen. Aber eines Tages, da werden Sie sich dann nur noch untereinander bekämpfen und wir werden dabei Kinder hutschen. Da hat keiner hin. Die Nirese hat mich gerade angetelefoniert. Wer ist denn das? Nur die alte Lehrerin von diesem Doktor Immensee. Die, die ausgesagt hat, dass seine Gattin also... Ach, die, die eifersüchtige Amsel. Ja, genau. Da ist jetzt noch keine Ruhe. Ja, Sie hat es rausgebracht, wie das Mädchen heißt, also die Hausangestellte mit der, wo er sich angeblich eingelassen hat. Sehen Sie, was ich sage, lauter Kriminaler. Eben, Zahnarzt. Da hat sie es zufällig einmal sitzen sehen im Wartezimmer und der Zahnarzt hat es in seiner Kartei gehabt, mit Namen und Adresse. Aber nicht die vom Doktor Immensee, ihr eigene. Und? Was bringt uns das? Ja, insofern vielleicht schon was, weil wir die Dame auch in unserer Kartei haben. Also was? Als Kartentäme. Erschnallen. Aha, jawohl. Dann ist mir alles klar. Mir auch, Herr Kommissar. Aber den Hund tauche ich nicht. Jetzt, wenn Sie nicht bald einmal zum Doktor gehst, Agnes, dann hol ich ihn her. Ich habe gedacht, du schläfst schon lang. Nein. Kannst du auch nicht schlafen? Ich schlafe dann schon. Warm ist doch, Herr Renkel. Das ist aber ein Wetter bei uns, zum Nahrischweren. Gestern der kalte Wind und heute ist es gleich wieder so schwül gewesen, dass ich gemeint habe, es kommt ein Gewitter. Das Wetter, das war früher auch nicht anders. Ja, ich finde schon. Wir waren anders. Wir zwei? Okay, wir sind doch heute nicht anders. Wegen dem Alter, meinst du? Mein Vater ist gestorben, da war er genauso alt, wie ich jetzt bin. Aber du, du bist doch ein ganz anderer Mensch als dein Vater. Und deine Mutter, die ist noch eingestorben. Die hat sehr buchstäblich totgearbeitet, die Frau. Gegen die, da lebe immer im Paradies. Ja, Wir haben es doch wirklich schön, Ludwig. Sag einmal selber. Und dann gibt es Leute, die haben alles. Die leben in Samt und Seide. Und dann schau dir mal dahinter, hinter denen ihre stolzen Fassaden und dann wird es da schlecht. nimm dir halt nicht immer alles so zu Herzen weg. Der Herrgott hat einen großen Tiergarten. Sag einmal, schwitzt du also? Was ist denn? Du bist ja ganz patsch nass. Ja, das ist das dicke Nachthämmert. Jetzt ziehe ich es aber aus. Ich war zuerst schon so heiß. Jetzt lass dich halt endlich einmal durchleichten. Dass man beruhigt sein kann. Du, wenn du dir keine Sorgen machen kannst, bist du nicht zufrieden. Ich hab nichts auf der Lunge weg. Ich weiß doch noch von meiner Schwester. Bei der hat das damals ganz anders angefangen. Der hat mir das auch angesehen, der Leni. Ja, ja. Die Isar hatte sich mittlerweile in ihr zuständiges Bett zurückgezogen und überließ es der Junisonne, den Schlamm wieder begehbar zu machen, den sie zuvor auf den Auen entlang der beiden Ufer liegen ließ. Und weil die Sonne damit noch nicht annähernd fertig war, musste sich die Regie etwas anderes einfallen lassen, denn der Metzgerwille hätte es freilich am liebsten gehabt, wenn die Einwicklerin ganz natürlich und so wie Gott sie schuf, aus dem Wasser gestiegen wäre. Das wäre auch dem Mädchen leichter begreiflich zu machen gewesen, als irgendetwas auf Gras darzustellen oder vor einem Baum. Nein, da mag ich nicht. Warum denn nicht? Weil ich da nicht mag. Gemeinde, Lisbe, das ist doch vollkommen wurscht, ob das da steht am Wasser oder auf der Wiese. Aber auf der Wiese ist blöd. Sag halt du was. Machst lieber da, vor dem Busch da. Das wäre doch gut, dass wir wollen, du kommst aus dem Busch raus. Das ist auch blöd. Also, jetzt zieht dich halt zuerst einmal ganz aus, das Bett dann findet man schon was. Nein, ich mag jetzt überhaupt nimmer. Zer Fickst, du wirst da vielleicht so ein Hinner sein. Zuerst versprich zu einem Großmächse. Es wird nichts, Willi, gib es auf. Also, ich pack jetzt mein Zeug wieder ein. Nächster Apparat bleibt Steh, Benno. Ausgemacht ist ausgemacht. Los, zieh dich aus. Aber, aber nicht mit Gewalt, Willi. Das könnt ihr schon mir überlassen, weil ich das dick hab. Wenn du jetzt noch lange umeinander tust, dann hilft dir, gell? Aber ihr müsst wegschauen. Also, Bittchen, verzeih um. Jetzt rauszungen ist, muss gleich losgehen, ruckzuck. Der ist ja bloß, dass es nicht rückfällig wird. Am Schluss geben wir es ihre auch wieder. Und ich treib es rein vor seinem Apparat. Es wird früher so ausschauen, als wenn sie verfolgt wäre. Im Kino machen es auch so. Das ist nicht nackert. Ein Schönheitskönigin oder so was kann das sowieso nicht verkaufen. Alles okay. Wie ich gesagt habe. Bist jetzt so weit, Lisbeth? Aber jetzt Strimmflasio. Das ist wurscht. Also los geht's los. Los! Daher! Bibi! Nicht! Was machst du denn? Mein Freund! Ich werde dir doch nixen! Der macht keine Pflanze! Die Hupen um Lande! So! Hupen! Als wir wissen, dass du auf der Flucht warst. Aber zum Fotoapparat, lieber! Da hin! Zum Fotoapparat! Benno, Ausnahme! Ausnahme! Ich bin's ja! Wunderbar! Hast du das drin, Benno? Ja, aber euch auch! Ich mag nimmer! Ein bisschen noch! Bittchen! Hups! Lisbeth! Hupsen! Hupsen! Hups! Vater Grandauer war in diesen Junitagen auch in Abgründe gestiegen, wenngleich in andere Eigenschaft als sein Sohn Benno. Es hatte dazu mehrere Anläufe bedurft, bis er sie endlich in ihrer Schwabinger Bude antraf, die Dame, mit der man Herrn Dr. Immensee des gemeinen Ehebruchs überführt hätte und eines ehrlosen unstandesgemäßen Verhaltens, wenn er nicht manns genug gewesen wäre, sich für diese Schandtat selbst hinzurichten. Mei, am Anfang da hab ich mir ja weiter nichts gedacht, wissen Sie, ein Mädchenpensionat, da hat mir doch eine andere Vorstellung von sowas und so ein gebildeter Herr hab ich gemeint, bis er dann das Luhn angefangen hat und ist mir so komisch nachgezogen. Und mir die gnädige Frau verreistbar hat das auf einmal probiert und hat mir unsittliche Anträge gemacht und gleich so unverschämt, die wissen so und jetzt packst du dein Zahnbürstle und den Waschlappen und dann gehen wir. Wieso denn, wohin soll ich denn gehen? Im Polizeiarrest, wo ich denn sonst? Wegen was, bitte schön? Wegen gewerbsmäßiger Unzucht, weiter los, geh weiter, packt dein Zeugl zusammen. Das ist nicht wahr, mit dem hab ich nichts mehr zum tun. Aber die bring ich schon noch zum reden, die und deinen sauberen Kompagnon, der, 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 Schäfel zugeschanzt hat. Nein, das ist ja nicht wahr, den kenn ich gar nicht. Wen? Den Detektiv. So, wie kommst du denn dann auf den? Auf wen? Auf den Detektiv. Das haben doch Sie gesagt. Nein, 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 das hast schon du gesagt, und jetzt ein Spuck aus, los, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Wie viel hat er dir denn zahlt dafür, der Detektiv, dass du in das Bett von dem alten Herrn legst, he? Weil? Der, der, der hat sich voll drauf geschossen. Das weißt schon. Kann doch ich nichts dafür. Mir hat er gesagt, der Detektiv, dass er derer Frau helfen will, weil sich der Herr nicht scheiden lässt. Und es wäre eine große Hilfe, weil sie so unglücklich ist, die Frau. Und? Was hat denn dir die große Hilfe eingebracht? Ein Lohn. Lohn, ja, ja. Ich habe gearbeitet. Und was noch? Was noch? Und von der gnädigen Frau 100 Mark. Aha. Muss ich die jetzt wieder zurückgeben? Das muss die gnädige Frau fragen. Vielleicht zückt es dir was ab, für das, dass sie jetzt keine Scheidung mehr braucht. Am Tag des Peter und Paul ließ der königlich-bayerische Hoflieferant Gassner seine Geschäfte ruhen und folgte gemeinsam mit seiner Gattin einem Drang nach dem Süden. Man war diesem Drang, da er immer sehr stark gewesen ist und allgemein in München, auch städtischerseits entgegengekommen, indem man die Trambandschienen nun endlich über Großhesselohe hinaus bis in das geschichtsträchtige Dorf Grünwald verlegt hatte. Während der Fahrt kam Gassner immer wieder auf seinen Lehrling Benno zu sprechen, der ihn so oft mit seinem Eifer erfreute und auch an diesem Feiertag wieder, wo er sich freiwillig angeboten hatte, das Warenlager zu ordnen. Indessen aber nützte der Lehrling die Abwesenheit des Prinzipals dazu aus, seine eigenen Naturstudien zu entwickeln. Und als er sie dann unter dem Vergrößerungsapparat hervortreten sah, die Natur in ihrer zugkräftigsten Erscheinung, mit der sie für sein untrainiertes Auge selbst noch in der Gestalt der Einwicklerin das Irre tat, da vergaß der Benno Zeit und Raum und ließ den Lichtlbibel länger als ausgemacht vor der Ladentüre warten. Mensch, wo bleibst du denn? Ist was? Alles erledigt. Zeig ich dir. Nicht jetzt. Wenn es jemand sieht. Komm, fahren wir. Hörens wenigstens. Danach. Wenn wir beim Wille sind. Jetzt kommt was zu. Also, schirp an. In seinem Drang war es dem Bibi schlechterdings unmöglich, sich an die Verordnung der königlichen Polizeidirektion von Münzen zu halten, die allen Kraftfahrern untersagt hatte, im Stadtbezirk schneller als 20 Stundenkilometer zu fahren. Er holte einfach alles heraus, was sein Motorrad hergab. Und ausgerechnet am Gasteigenberg und gar nicht mehr weit vom Sternegerbräu, wo sie mit dem Willi zwecks Auswertung des Bildmaterials verabredet waren, da geschah es auf einmal, dass ihnen der vordere Pneumatik platzte. Aber auch der Bibi die Beherrschung über seine Maschine verlor, mit dem Randstein anbandelte und samt Sozius kopfüber auf den Bürgersteig flog. Dass dabei ihre fotografischen Frühwerke, die der Benno unter der Jacke trug, ans Licht des Tages kamen, das hätte sich vielleicht gar nicht so folgenschwer ausgewirkt, wenn nicht unglücklicherweise gerade in diesem Augenblick der Schutzmann Ringseis dahergekommen wäre auf seinem Rundgang durchs Revier. Was haben wir denn da, meine Herren? Ja, so eine Sauerei! Halt, halt, halt! Geh da mit, die anderen auch! Bitteschön. Die können schon haben, ihr Wachtmeister. Hätten Sie es sowieso weggeschmissen. Hätten Sie es weggeschmissen? Ja, wei. Haben Sie ihn nicht gefunden? Ja, gefunden. Zuvor, wissen Sie. Aha, jawohl. Und wie ist Ihnen ein Test zugegangen, dass Sie auf dem Bild da drauf sind? Nein, nein, das gibt's gar nicht, gell. Das ist gar nicht möglich. Zeigen Sie mal Ihnen einen Führerschein. So, ja. Und du, Frenderl? Oder muss ich zu dir auch schon Sie sagen? Name? Grandauer. Benno. Der Bub vom Kriminaloberwachmeister Grandauer? Ja. So ist's recht. Der wird eine Freude haben. Ein solcher Mann und so ein Bub. Der hat uns heute beschlagnahmt. Und? Wegen dem mach mir ich doch nicht in die Hose. Die hat er ja nicht aufgeschrieben. Aber uns? Mein Vater, der da schlagt mich. Wegen dem? Gehen weiter. Maler malen ja auch nackerte Weiber, oder? Da könnte ich auch nichts sagen, wenn du ein Maler wärst. Der hat leicht reden. Von der Gassner? Was meinst du, was mir der erzählt? Wenn ich das erfahr, dass ich ihm seine ganze Zeit genommen hab. Ein Apparat, das Material und überhaupt alles. Also. Nie, wenn du ihn fragst, ich würd mich jetzt einmal ganz ruhig verhalten. Tschandi sind oft die größten Haut. Danach gefallen ihm die Brüder selber so gut, dass er es gar nicht mehr hergeben mag. An diesem Nachmittag hatte der Benno zweihalbe Bier mehr getrunken als gewöhnlich, sodass sich die Last des Daseins nun etwas gleichmäßiger auf seinen ganzen Körper verteilte und ihm nicht mehr wie zuvor mit ihrem vollen Gewicht auf der Seele lag. Einem Instinkt folgend hatte er sich auch bald darauf nach Hause gewagt, um die drohende Katastrophe nicht auf einmal, sondern lieber etappenweise durchzustehen. Ja, um Gottes Willen, Burr. Ja, Burr, wie schaust denn du aus? Dein Gesicht überall aufgeschürft. Und dein Anzug, der ist ja voll. Mei, und die Knie, die Hosen. Was ist denn gewesen? Ist der Papa da? Nein. Jetzt sagen wir's doch endlich. Was ist denn passiert? Bist du in eine Schlägerei reingekommen? Du wärst doch nicht betrunken sein. Nein. Jetzt sagen wir's halt, Burr. Du brauchst doch keine Angst nicht haben vor mir. Mama, ich seh mich nicht mehr raus. Ja, komm her, Burr. Komm her. Ich seh mich nicht mehr raus, Mama. Ja, ja, ja. Jetzt warn's dir erst einmal aus und dann sagst du mir alles, wenn du magst. Und dann werden wir schon einen Weg finden. Nachdem der Benno sein Geständnis abgelegt hatte, angefangen vom gestohlenen Fahrrad bis hin zur beschlagnahmten Einwicklerin, war er wenigstens nicht mehr allein mit seiner Angst vor den unabsehbaren Konsequenzen, die der Vater daraus ziehen würde. Das wär furchtbar. Der Papa. Der Papa. Der Papa. Da darf ich gar nicht dran denken. Also, jetzt zieh dir was anderes an. Ein sauberes Hemmert. Los, Benno. Tu nicht lang rum. Wasch das Gesicht. Ja. Und tu die anständige Camping, gell? Ja, ja. Wenn's der Ringseis wär, mit dem Mann könnten wir vielleicht reden. Ja, also, ich hab mir's ja auch hin und her überlegt, Frau Oberwachmeister. Und dann hab ich's halt eine Weih in den Schubladen regelegt. Man möchte einen jungen Menschen auch nicht sein ganzes Leben verfuschen wegen sowas. Mei. Glauben Sie mir's, Herr Wachmeister? Da fallert mir aber ein großer Stoff am Herzen. Was? Es ist ja auch wegen meinem Garten, wo er doch so, naja, so akkurat ist mit solchen Sachen. Weiß ich doch. Die kennen ja einen Herrn Oberwachmeister. Da. Also, bitte schön, nehmen Sie's mit. Ich hab's ein bisschen überbildet, dass man's nicht direkt so anschauen muss. Ja. Ich mag's auch gar nicht sehen. Benno, geh her da. Jetzt gib's dem Herrn Wachtmeister die Hand und bedankst dich. Ah, geh. Er hat dir viel Leid erspart durch seine Großmütigkeit. Dankeschön, Herr Wachtmeister. Dankeschön, Herr Wachtmeister. Dankeschön, Herr Wachtmeister. Gut, schon. Etwa zur gleichen Zeit stellten auch die Diensthabenden Kriminaler Betrachtungen an über Schuld und Söhne, während man von St. Peter die Turmbläser herüberhörte zum Ausklang des Tages von Peter und Paul. So eine Frau. Eine Dame. Ja, ja. Und legt ihrem Mann ein Huren ins Bett, dass ihn los wird. Das sind halt die modernen Waffen. Früher haben sie ihn vergift. War auch nicht schöner. Und passieren kann ihrer gar nix. Nix. Aber den Detektiv meine ich. Dem werden sie auf diesen auf die Bude zusperren. Immerhin etwas. Dem, das ist doch dem wurscht. Dann geht er halt sich die Preise auf und macht bei denen weiter. Der ist ja überall zu Hause, sagt er. Hab ich nix dagegen. In Berlin sind sie sowieso schon viel weiter mit der Kriminalität. Da ist ja bei uns hier unten noch das reinste Biedermeier. Aber wir halten sie schon neu. Freilich. Und wenn wir in zwei, drei Jahren umziehen ins neue Präsidium über den Detztstraß, dann haben wir Platz, dann können wir uns vermehren und werden sehen, dann kriegen auch unsere Verbrecher wieder einen neuen Auftrieb. Ihr erfolgreiches Einschreiten in der Polizeiwache hatte die Frau Grandauer ermutigt, die Angelegenheit auch andernorts zu bereinigen, noch am selben Tag und in einem aufwaschen. Und darum hatte sie ihren Sohn wie ein reuiges Schaf von Heidhausen in die Innenstadt getrieben, zur Wohnung seines Lehrherrn. Herr und Frau Gassner waren inzwischen aus Grünwald wieder zurückgekehrt und gut erholt, weshalb sie auch auf Preisgabe der ganzen Wahrheit bestanden. Großartig. Wunderbar. Was sagt Franziska? Pack dich da oder nicht? Die macht ja direkt ihrer Barfußtänzerin Konkurrenz. Wie heißt die? Ah ja, Isadora. Isadora Duncan. Ja, Gruseligkeit. Und da, ja schau noch grad, da ist ja der Teufel los. Hat's da Werbs gestogen oder was? Okay, Andreas. Sag einmal, Bub, wo habt's denn bloß diesen begnadeten Totschen auftreten? Jetzt bringen halt nicht so in Verlegenheit. Na ja, da kann er vielleicht gar nichts dafür, für dieses Motel, oder? Er hat's ja eigentlich bloß wegen dem Radl gemacht, weil sie ihm das doch gestohlen haben zuvor. Aber fotografisch durchaus einwandfrei. Belichtung, alles gut, ausgezeichnet. Begabt, Herr Bursche. Ja, schon. Bloß, bloß der Vater darf hat's halt nie erfahren, Herr Gassner, nie. Ja, um Gottes willen, aus war's. Mein Furchtbar. Ja, der lasst uns ja alle in Verhaft nehmen, nie damit, weil ich dem Verbrecher auch noch mit meiner Ausrüstung Vorschub geleistet habe. Vielleicht, dass wir's lieber gleich vernichten, die Aufnahmen. Vernichten? Die Aufnahmen da? Ja. Ja, das kommt ja gar nicht in Frage, Frau Randauer. Das sind doch Dokumente. Was glauben Sie, was die eines Tages für einen Wert kriegen, wenn die Leute einmal nimmer so klein kariert sind? Ja, eine fehlt sowieso. Von den Aufnahmen? Da fehlt eine. Wieso? Woher weißt du denn das? Weil's zehn waren. Und jetzt sind's bloß noch neine. Ja. Und wer soll denn die haben? Der Schandi wahrscheinlich. Dies kann ich mir denken. Die Grandauers und ihre Zeit. Eine Geschichte in Fortsetzungen von und mit Willi Purucker. Achter Teil. Abschied. Am Morgen des 8. Dezember 1912, dem zweiten Adventssonntag und Fest von Maria Empfängnis, fuhr ein Automobil der Königlichen Polizeidirektion München Richtung Süden, hinaus nach Forstenried, das vor kurzem erst in die Haupt- und Residenzstadt München eingemeindet worden war. Dichter Nebel hing zwischen den Baumreihen, die rechts und links die Fahrbahn säumten, und auf der Straße lag über hartgefrorenem Untergrund und noch kaum berührt eine hauchdünne Neuschneedecke. Jetzt präsiert's auch nicht mehr. Der ist langsam hier, Hager. In der Witzheiber der Straßrens sind wir verratzt. Jawoll, Herr Kommissär. Also so war er auch nicht präsiert, ne? Am 6. in der Früh haben sie den Mann gefunden. Jetzt ist glücklich neine. Die haben neue Außenbüsten. Da werden schon zwei solche Nachtwächter aufgestellt haben für der Trasse. Die hast du in der Dienstvorschrift nachlesen müssen, was da sind, wenn sie einen Leicht finden. Ach du mein Heimatland. Ist ihnen gehalten? Nein, nein. Weißt du, der Staat ist? Ja, Frau. Wir müssen schon entschuldigen, Grandauer. Ich hab's ganz vergessen. Wie geht's dir denn? Nicht gut. Nicht gut? Oh mein, oh mein. Haben Sie mit dem Doktor gesprochen? Gestern Abend. Er hat das Ergebnis gekriegt von dieser bakteriologischen Untersuchung. Man muss ins Krankenhaus. Ja. Und hat sich doch schon so gut gefühlt nach dem Sommer. Was immer dann rausgefahren ist in das Walderholungsheim, nach Holzabflugreit. Das ist eben das Tickische an der Krankheit. Das geht so lange auf und ab, bis gar nichts mehr geht. Sie haben aber heute schon Mittel und Wege. Also ich weiß halt von einem Bekannten, dem seine Frau hat's auch gehabt. Ganz schwer, offene. Und die ist heute wieder vollkommen in Ordnung, die Frau. Ja, der fehlt gar nichts mehr. Ja, ja. Das gibt's. Aber... Ich war drin in dem Tuberkulose-Museum in der Herrenstraße. Mhm. Wenn Sie das gesehen haben. 15.000 Tote jedes Jahr in Bayern. Jeder dritte in Arbeit stehende Mensch stirbt an dem. Das ist halt die andere Seite, Herr Kommissar. Eine Geisel der Menschheit. Auch wenn die Luft rumfliegen, das haben sie geschafft. Ah, ja. Drehnauto. Maschinengewehr. Für alles haben sie ein Hirn. Weiß ich schon, dass sie ins Krapenhaus müssen. Nein. Ich hab's ja noch nicht gesagt. Die Kinder auch noch nicht. Und Weihnachten vor der Tür. Das ist ein Kreuz. Ah, ja. Wenn's halt da oben bleiben. Grandauer. Das ist doch jetzt wichtiger. Ah. Okay. Ich kann ja auch nichts ändern. Das muss halt jetzt so durchgestanden werden. In dem Waldstück, nicht weit hinter dem Dorfforstenried, hatte der Schutzmann Heldwein an diesem Morgen die Leiche eines Mannes entdeckt, der allem Anschein nach mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war. Inzwischen hatten sich mehrere Leute am Tatort eingefunden, Neugierige, die von dem schaurigen Ereignis gehört hatten, aber auch ein Doktor aus Talkirchen, der als Leichenbeschauer fungierte. Ansonsten war kaum Verkehr auf der alten Landstraße, die in südliche Richtung nach Starnberg und entgegengesetzt in die Innenstadt führte. Mehrere Kopfverletzungen. Nach den Augen zu schließen, Schädelbasisfraktur. Mhm. Möglicherweise auch noch innere Verletzungen. Wie lange ist er denn schon da kling? Bis sie kommen sind, Herr Doktor? Ungefähr. Kann man schwer sagen bei der Kälte. Ich schätze so circa vier bis fünf Stunden. Also dann, ab in die Gerichtsmedizin. Jawohl. Ist jetzt der Leichenwagen noch nicht da? Nein, nix, Herr Kommissar. Nein. Na, ich wär ja dann soweit fertig, oder? Ja, ja. Ging es noch einmal, Herr Doktor. Und das Protokoll, das wissen Sie auch nicht. Ja, ja, das weiß ich. Wiederschauen, Herr Krone. Wiederschauen. Den Schutzmann möchte ich noch einmal haben. Wie heißt der? Heldwein. Mehr Wein als Held, meine ich. Herr Heldwein. Jawohl. Geh, kommen Sie einmal her, bitte schön. Zu Befehl? Ja, ja, ist schon recht. Also, keine Tatzeugen? Nein, Herr Kommissar. Und wer hat ihn erkannt? Vom Dorf vorne. Also ein Mann, der wo zufällig vorbeigekommen ist in der Früh. Und wo ist der jetzt? Heimgegangen. Es war ihm zu kalt, hat er gesagt. Und was hat er noch gesagt? Dass er ihn kennt. Also weiter. Und wie friert's auch? Name, Beruf, Adresse. Es handelt sich bei der Leiche um den ledigen Tierausstoppfer Wurm. Und vorn haben wir... Hab ich jetzt direkt... Ja, ja. Aber ich hab mir's aufgeschrieben. Ja, ja, lassen Sie's dabei. Namen haben sie alle, die kannst du gar nicht besser erfinden. Ja. Wohnhaft. Jetzt muss ich doch nachschauen, Herr Kommissar. Weil ich bin nämlich neu da hier draußen. Das merkt man. Am Unteranger. Gleich da vorn. Wenn man aus dem Wald rauskommt. In dem kleinen Häusl. Dann wohnt er da allein. Jawohl. Also nach dem, was der, wo ein Kind ausgesagt hat. Einen gesehen hat er und einen Lehrbaum. So. Aber die kommen bloß am Tag. Weil er die Werkstatt auch drin hat in dem Häusl. Die waren schon dort heute? Nein. Ich hab ja nicht weggekommen von da. Na gut. Dann schauen Sie jetzt dafür, dass die Leute da verschwinden. Die sollen heimgehen. Jawohl, Herr Kommissar. Überall sind sie rumtrampelt. Da ist natürlich nix mehr mit Spuren. Also das Radl, das muss einen ziemlichen Schlag gekriegt haben. Da schauen Sie grad her. Das ist doch nicht bloß von einem Stürzer so verbrannt. Nein, nein. Das wird schon so sein, wie wir gesagt haben. Und da sind überall in Glossschirmen gelegen auf der Straße. Moment einmal. Hey, du. Sauferl. Komm mal her. Was hast du denn da in der Hand? Nix. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein Blecherl. Das ist ein Messingring. Wo warst du denn denn her? Gefunden. Erst. Da. Da. Also auf der Straße gelegen. Das ist eine Tatbestandaufnahme. Wunderbar. Lässt sich von den Kindern die Beweisstücke wegschnappen. Der Herr Weinheld. Also, kannst du wieder schleichen. Das Blech gehört jetzt ums. Das schaut aus wie so eine Einfassung von einer Autolampen oder so was ähnliches. Na ja. Der ist angefahren worden. Weiter nix. Mich wundert er bloß. Er muss ja von daheim weggeradelt sein in aller früheren, nicht? Er hat aber bloß das Diniäckerlo bei der Erkeiten und drunter. Das schaut ja immer aus wie er nachgehämmert. Das ist komisch. Die Frau des Kriminalbeamten Grandauer war tagsüber, seit ihr der Doktor Bettruhe verordnet hatte, wie sonst auch und an diesem Adventssonntag erst recht vom Schlafzimmer auf das Kanapé im Wohnzimmer umgezogen, wo sie nicht gar so abgeschieden war und die Erfordernisse in ihrem Hauswesen besser dirigieren konnte. Geh und Mädchen, wenn sie das ins Park hat, du hast die Platzen. Du musst aufpassen, dass du ein schönes gleichmäßiges Feier hast, gell? Ja, schon recht, Mama. Sonst werden sie nicht schwarz. Und der Penny soll da zu vorne ein bisschen Holz raufholen. Hat er schon, Mama. Und der Adi soll nicht so viel Teig schlecken. Sonst wird's ihm bloß wieder schlecht. Gleit hat's. Servus, Beno. Mei, was ist denn dabei? Berik. Für deine Mama tue ich alles. Ist dein Vater da? Nein, der kommt erst auf die Nacht. Mama! Der Baby! Was meinst du, was er dabei hat? Komm rein. Jetzt geht's Frau Grandauer. Grüß dich gut, Baby. Was schleppst denn du da daher? Ja. Ein bisschen was zu lernen, ihre Unterhaltung. Aber als du denkst, komm, stein auf den Tisch. Das ist ja so ein ... Wie heißt man's denn? Also das meine heißt sie Chronophon. Chronophon? Es gibt ja verschiedene, wissen Sie. Halt einmal einen Berichter. Wer muss in das Loch da rein? Ja. Ja, und da willst du mir jetzt ein Konzert vorspielen? Freilich. Ist ja heute Sonntag, nicht? Ja, zwei Ideen habt ihr ja alle dabei. Schauen Sie. Und so wird er aufgezogen. Aha. Braucht man da keinen elektrischen Strom oder was? Nix. Alles mechanisch. Ist der nicht recht teuer, so ein Apparat? Nein. Der kostet eben gar nichts. Gar nichts? Geh, Baby. Das ist ja das. Man muss bloß von denen, also von der Gesellschaft, jedes Monat zwei Schallplatten abnehmen. Dann kriegt man den Apparat umsonst. Umsonst? Geschenkt, Mama. Also, bei sowas wäre ich voll vorsichtig. Ist aber alles gut gegangen bis jetzt. Geh, Baby? Jawohl. Alles sind beim Frei. Und jetzt müsst ihr mal zuhorchen, Frau Grandauer. Ich horche. Jetzt spiele ich einmal, weil das passt gerade so schön. Christkindseinkehr. Moment. Jetzt bin ich gespannt. Achtung. Läuft schon. Gefällt es Ihnen, Frau Grandauer? Wunderbar. Also, das ist kaum zum Glauben. Direkt ein Wunder ist das. Wenn man denkt, gell, dass jetzt da so was, eine Musik rauskommt. Die beiden Kriminalbeamten hatten sich anschließend noch in der Behausung des Tierausstopfers Wurm umgesehen. Und dabei war ihnen als erstes aufgefallen, dass die Haustüre offen stand. Sie führte direkt in seine Werkstatt, wo es sehr unangenehm nach Chemikalien roch und die auch vom Anblick her nicht gerade anheimend wirkte. Aber das lag eben in der Natur der Sache, mit der sich Herr Wurm beschäftigt hatte, nämlich Vögel, Wiesel, Füchse, Marder und dergleichen für Anschauungs- oder Dekorationszwecke zu präparieren bzw. auszustopfen. Hier zeigten sich zunächst auch keinerlei Verdachtsmomente, im Gegensatz zu seinem Schlafzimmer, das die Beamten in einem sehr seltsamen Zustand vorfanden. Ja, für mich schaut das ja so aus, als wenn da einer rumgewohnt hätte in dem Bett, als wenn er was gesucht hätte. Und was sucht man denn im Bett? Flee oder Wanzen? Ja, es gibt auch Leute, die einem Geld im Bett verstecken. Ja, gibt's auch. Ja, mein Vater, der hat sich im Strumpf gehabt und den Strumpf im Strohsack. Vielleicht ist er heimgekommen und hat gesehen, dass er ihm sein Geld gestohlen hat. Dann wollte er zur Polizei radeln und bei der Gelegenheit ist er zusammengefahren worden. Ja, so ist er da mit Nachthämmert losgeradelt. Achso, das stimmt auch wieder. Grüß dich, Papa. Guten Abend, Herr Grandauer. Ja, grüße. Was habt ihr denn da? Was ist denn los? Und der Baby für die Mama weißt, sein Musikapparat hat er mitgebracht, dass er ein bisschen Abwechslung hat. Ein Musikapparat? Wissen Sie. Ja, ja. Habt ihr es aber nicht recht angestrengt? Nein, nein, Papa. Im Gegenteil. Gell, Baby? Also, ich hab schon gefunden, dass er das frei gemacht hat. Bestimmt. Ist es ja einigermaßen gegangen heute. Viel besser, gell. Gell, das letzte Mal, wie ich da war, da hat Schlechthaus geschockt. Aber heute, den ganzen Tag schon. Sie haben sogar schon wieder rumgekommandiert. Jetzt ist gerade ein bisschen leid geschlafen auf dem Denerauf, aber ich glaub schon, dass es über dem Berg ist. Gell, Baby? Glaub ich auch. Ganz bestimmt. Ja, ja. Glauben wir es halt einmal so lang. Wer bringt's denn jetzt ja das drum heim? Auf dem Motorrad. Gibt's ihn drauf mit dem Räumen. Kein Problem. Äh, du bist ein Autoschlosser, gell? Freilich, beim Beißbad raus. Äh, wenn ich dir einen Messingring zeig. Ungefähr so groß wie ein Teller. Angenommen, er ist von einem Auto, bringst du dann den Fahrzeugtipp raus, zu dem der gehört. Das kommt jetzt natürlich drauf an, ist es ein Serienwagen oder ein Einzelanfertigung. Aha. Wenn er von einem Serienwagen ist, bring ich es raus. Kein Problem. Der Lichtlbibi hatte seinen Optimismus durch manche Schlappen hindurch bewahrt. Und in diesem Fall standen seine Chancen vielleicht gar nicht einmal so schlecht, wenn man bedenkt, dass in München erst an die 1400 Kraftfahrzeuge zugelassen waren, die sich auf nicht allzu viele Fabrikate verteilten. Am Montag in aller Früh, und noch bevor er dem Bibi das Fundstück gezeigt hatte, fuhr Kriminaloberwachtmeister Grandauer ein zweites Mal nach Forstenried, weil er sich von dem Gesellen und vom Lehrling des Tierausstopfers, wenn diese pflichtgemäß an ihrem Arbeitsplatz erscheinen würden, neue Aufschlüsse erwartete. Aber der Geselle blieb aus. Es kam nur der Lehrbub, und aus dem war nicht viel Vernünftiges herauszuhören. Hat er vielleicht mit wem einen Streit gehabt, dein Meister? Das weiß ich nicht. Du hast doch Ohrwascheln, oder? Das hört man doch, wenn er mit wem schimpft. Ja, geschimpft hat er schon einmal. Aha, und mit wem? Mit allen. Um was ist es denn da gegangen? Mei, so halt. Ich weiß es auch nicht. Wen Gesellen auch? Ja, schon auch. Ja, und wegen was? Wegen dem Lohn oder was? Sind die einmal genau, Buur. Sie haben mich noch einmal ans Bier geschickt. An eines konnte sich der Lehrbub dann wenigstens noch genau erinnern. Und das war ein Haus in Talkirchen, ein ziemlich altes, heruntergekommenes, in das er den Altgesellen mit Namen Pötzingerhans schon ein paar Mal hatte hineingehen sehen, woraus zu schließen war, dass er dort wohnte. Wer ist denn da? Sind Sie die Frau Pötzinger? Ja, warum? Geh, bitte schön, machen Sie auf. Ich möchte gerne Ihren Mann sprechen. Mein Mann? Ja. Warten Sie. Der ist nicht da. Ja, deswegen können Sie trotzdem aufmachen. Bitte schön, sind Sie so gut. Sind die Sie? Von der Polizei. Und was? Sie, wenn Sie jetzt nicht gleich aufmachen, Frau Pötzinger, dann passiert was. Ja, bitte schön. Wo ist er denn, Ihr Mann? In der Arbeit. In der Arbeit. In der Arbeit. Wo ist denn der Papa? Das sag ich nicht. Beim Fenster raus? Nein. Nein. Warum steht denn das nachher auf bei der Küste? Damit er gleich frische Luft kriegt. Komm Mädel, geh weiter, mach zu. Der da früht auch hier noch. Und einer gebe ich den Rat, Frau Pötzinger. Wenn er heim kommt von der Harbert, Ihr Mann, dann soll er sich bei uns drinnen melden im Polizeipräsidium. Zwar sofort. Pass auf, ich schreib's Ihnen auf. Sonst holen wir ihn uns. Sagen Sie ihm das. Und geh, Agnes, wenn ich euch irgendwas helfen kann. Ich komme auch einmal zum Saubermachen. Nein, nein, nein. Ich danke dir schön, Franzi. Aber für das habe ich auch die Mädchen. Die muss halt jetzt öfter mal von der Schule daheim bleiben. Bei einer Mädel ist ja nicht so schlimm. Ach, und immer auf Weihnachten kommt sowas daher. Gell? Ja, ja. Was sagt denn der Doktor? Meint er, dass du bald wieder aufstehen kannst? Gar nichts, sag dir mal. Das tut mich bloß alleweil beruhigen. Aber ich glaube das nicht mehr. Ich glaube schon eher, dass sie mich fort tun müssen. Was ins Krankenhaus? Bitte schön, Franzi, ich sag's niemand. Vielleicht, dass ich das ja noch daheim rumbringe. Aber der Ludwig und die Kinder, die brauchen sie ja jetzt noch nicht wissen. Nein, nein. Nein. Ich verstehe dich schon, Agnes. Franzi. Mein Gott, das wäre ja furchtbar. Mein Gott, furchtbar wäre das. Jetzt geh weiter, Franzi. Ich finde, da muss ja noch nicht gleich alles außen vorbei sein. Freilich nicht. Sind ja schon viele geheilt worden auch, oder? Ja, das ist auch wahr. Ich bin heute aber gleich so blöd, wenn ich sowas höre. Jetzt hör auf. Dabei kenne ich nämlich selber einen Fall von einer ganz jungen Frau. Die hat es so schlimm gehabt. Und heute ist wieder pumperlgesund. Also im Verbrecheralbum ist er nicht drin, Herr Pötzinger Hans. Ja, das hab er mir schon. Und der ist auch schön noch nicht vorbestraft, weil nichts vorliegt. Jetzt lasst man ihn halt einmal porzen. Wenn der wirklich was auf dem Kerbholz hat, der... Soll ich das heute nicht mehr lasse von? Nein, der kommt schon von selber. Wir haben ja auch gar nichts gegen Räumen in der Hand. Ach so, ja. Da haben wir noch was aufgeschrieben. Ja. Da hat auf Mittag ein gewisser Lichtl an telefoniert. Der Autoschlosser? Ja, und? Ja. Der Messingring, den sie ihm gezeigt haben. Aha. Das hätte er schon rausgebracht, sagt er. Der ist von einem Porsche-Auto. Von einem Porsche. Von einer Lampen. Und er kennt ihn von der Niederlassung in München. Und lässt ihn auch fragen, ob er sich mit denen in Verbindung setzen soll. Nein, nein, nein. Das machen wir schon selber. Ja. Schauen Sie gleich mal nach im Adressbuch. Und fahren Sie dann auch gleich hin. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Die sollen uns sofort verständigen, wenn jemand einen Wagen zur Reparatur bringt, bei dem wir landen kaputt. Sonst nichts. Keine Auskünfte, warum und so weiter. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. Und wenn Sie mich fragen? Dann sagen Sie über Prüfung. Und aus. Jawohl, Herr Oberwachtmeister. So, ich geh jetzt dann. Der Herr Kommissär weiß Bescheid. Jawohl. Und alles Gute, gell? Ich bin ja der Frau. Ja, Dankeschön. Also, Pferde. Ja gut, Herr Oberwachtmeister. Haben Sie schon gelesen, Herr Oberwachtmeister? Sie wissen ja schon. Ja, ja, ich weiß schon. Unser Prinzagent. Jetzt meine ich, geht's halt doch da hin. Ja, ja. Mein lieber Freund, der ist kaum was werden. Ja, mei. Der Tod macht keine Ausnahmen. Ja, ich hab's schon gelesen. Und dann werden Sie von dem Roller her kommen, die hochhalten und Juden drehen alle miteinander. Bei unserem Abend geht das lautlos. Entschuldigen Sie. Aufenthaltsbescheinigungen für Ausländer. Einwohner Mediabt. Gerade aus dem Gang vor, da sehen Sie es doch schon. Vielen Dank, Herr. Danke. Das fangen Sie doch mal raus. Dann schauen Sie es nicht. Ob es überhaupt so bittfrei ist. Und wenn es schon sein muss, dann wäre es halt gut aufgekommen in Hallachin. Ja, ja, freundlich. Das hört man allgemein. Während Ludwig Grandauer die Treppe zum Ausgang in die Weinstraße hinunterging, kam der liebenswürdige junge Mann seiner Meldepflicht nach, zu der er als Ausländer gezwungen war. Ein Kunstmaler, aha. Da sind Sie aber nicht der Einzige in München. Ich war zuvor in Wien. In dieser färten Stadt. Juden, Plutokraten, Marxisten. Und ein Volk ohne nationale Begeisterung. Ja, was nicht sagen. Ich habe dort etliche Jahre gelitten. Aber hier, das ist ein gesundes Volk. Das ist eine deutsche Stadt. Dann möchten Sie lieber bei uns in München bleiben, gell? Wenn man mich hier brauchen kann. Ja. Haben wir halt einmal an mir. Das werden wir dann auch schon auch noch vertrachten, gell? Ja, und da haben wir ihn auch schon. Hitler, Adolf, geboren 20.04.1989 am Braunau am Inn. Wohnhaft zur Zeit Schleusheimer Straße 9 bei Schneidermeister Popp. Das sind doch Sie, oder? Jawohl. Auf dem Marienplatz war ein Pferdewagen der Firma Catrainer umgestürzt, sodass infolgedessen eine Ladung Malzkaffee die Drambahngleise blockierte. Herr Granda hatte sich darum für die Linie 35 entschieden, die über den Hauptbahnhof nach Halaching fuhr. Der Weg dorthin wäre für ihn unter normalen Umständen sicher kurzweiliger geworden. Die Läden hatten ihre Auslagen schon alle für das Weihnachtsgeschäft dekoriert und jetzt wäre er wahrscheinlich auch bedenkenlos in das Kaufhaus Oberpolinger hineingegangen, um seiner Frau die schwarzseidene Bluse zu kaufen, die er ihr im vorigen Jahr aus Sparsamkeitsgründen versagt hatte. Ja, jetzt wäre er auch liebend gerne bereit gewesen, ihr einen neuen Wintermantel zu schenken, wenn nur etwas mehr Hoffnung bestanden hätte, dass sie ihn jemals wieder brauchen würde. Vor dem Fotoladen des Hoflieferanten Andreas Gassner erwog er noch im Vorbeigehen, ob er schneller mal hineinschauen und Grüß Gott sagen sollte, um sich bei der Gelegenheit nach seinem Sohn Benno zu erkundigen, der dort seit drei Jahren in der Lehre war. Aber er ließ dann auch das sein. Und er warf auch nur einen flüchtigen Blick nach rechts in die Eddstraße, wo das neue Münchner Polizeipräsidium im Bau war, sogar schon unter Dach war, sodass man es vielleicht tatsächlich im nächsten Jahr, wie es immer hieß, würde beziehen können. Am späten Nachmittag, als Ludwig Grandauer dann in Harlach hing, aus der Trambahn stieg, war alles grau in grau. Und der dicke Nebel ließ auch nichts mehr von der herrlichen Natur erkennen, die das städtische Sanatorium umgab. Er dachte daran, wie schön sie es hier noch im Sommer davor angetroffen hatten und wie gut die Agnes damals noch beisammen war, bei ihrem gemeinsamen Ausflug in den neuen Tierpark, ganz in der Nähe, an der Isar unten in Hellerbrunn. Jetzt kam er hierher, um ein Bett für sie zu bekommen, und das war gar nicht so einfach, denn die Abteilung für tuberkulös erkrankte Frauen war ständig überfüllt. Ihr Hausarzt hat es ja auch schon versucht. Und, was wird das nachher, wenn es fertig ist? Die Rüpfahlfiguren. Achso. Und wer ist denn er da? Von den heiligen drei Königuren. Oh, der schaut aber eh aus wie der Graf Cox von der Gasanstalt. Ach, spinne ich doch aus. Ja, glaub mir's. Schau her, Lose, gell? Du kannst auch was immer Peter herrennen. Nicht zu laut. Mama schlacht da. Es ist halt nicht jeder so gescheit wie du, Adi, schau. Du bist ja auch der stolz der Familie. Weil ich einmal nicht rausfliege aus dem Gymnasium, gell, wie du. Nein, nein, das ist ja bekannt. Du bist ja schon mit der Brun auf die Welt gekommen. Und du bist ein Zigarettenbüscherl, hat der Papa auch gesagt, gell? Ich hör's halt auch aus. Magst du eine? Ein Zubang. Du musst aber vor die Hosen unten zubinden. Hockerbleiber. Brühlenschlange. Stehnt's. Hörst du auf, der Papa kommt. So, Kinder. Grüß die Bade, ist die Papa. Grüß euch. Deine Batschen, Papa. Ja, Dankeschön, Lose. Mama schläft. Am ganzen Nachmittag schon? Ich hab grad neiggeschaut. Ist sie recht schwach? Nein, eigentlich nicht. So wie gestern. Die Lateinschieaufgabe ist heute rausgekommen, Papa. Ah ja, und? Ich könnte eine Sache wegschreiben. Noch eine. Brauch, Adi, brauch. Also ist das Nagel fertig, Papa. Nein, es pressiert nicht. Das war jetzt die Letzte von Weihnachtszeigens. Jetzt krieg ich den Oten auch noch einen. Kriegst du auch einen. Das ist recht. Ich wollte dann auch was mit dir berühren, Papa. Wege Weihnachten. Weihnachten. Mein Bruder, es wird heuer ein trauriges Weihnachten. Ja, wegen der Mama. Aber wegen dem, weißt du, haben wir halt gedacht, dass wir der Mama auch Freude machen. Weil es doch am Sonntag so begeistert war. Weil der Baby mit seinem Grammophon da war. Und was da die Musik so gern mag. Und dass sie mir vielleicht so einen schenken. So Grammophon. Und hab mir halt gedacht, ich kann dir was dazu zahlen. Und Herr Gassner gibt mir immer was auf Weihnachten. Voriges Jahr war es 20 Mark. Also, Kinder. Komm, Lüse. Sitzt ihr auch mal her? Ja, schau dich, Papa. Also, unsere Mama wird auf Weihnachten heuer gar nicht daheim sein. Nicht daheim? Wieso? Weil sie ins Krankenhaus muss. Aber es ist ja doch schon viel besser gegangen. Tja. Ja, so ist das. Und wir müssen uns auch alle durchleuchten lassen. Ja, tut das weh, Papa? Nein, das tut nicht weh, Adi. Das nicht. Und musst du allein bleiben? Das weiß der liebe Gott. Und noch eins. Der Doktor hat ihr bis jetzt noch nichts gesagt. Und ich auch nicht. Und ich möchte auch nicht, dass es erfährt, bis es so weit ist, dass, also, er bettfrei werden. Habt ihr das verstanden? Ja, Papa. Ja, Papa. Am Dienstag, den 10. Dezember 1912, hatte man morgens den Wagen seiner königlichen Hoheit des Prinzregenten Luitpold noch durch den englischen Garten fahren sehen. Und es hieß, er hätte sogar einmal anhalten lassen, um einem Spaziergänger die Hand zu geben. Dem Kriminaloberwachtmeister Grandauer saß zu der Zeit ein dünner, ausgemergelter Mensch gegenüber, der ihm zuvor 284 Mark und 30 Pfennig auf den Schreibtisch gelegt hatte. Und? Was soll ich jetzt mit dem Geld? Das Rückenbult ist. Hab ich auch gesagt. Aha. Und damit, meine ich, ist alles ausgestanden. Und mir auch sperren sie mir, eh. Bin ich jetzt sowieso arbeitslos. Das wäre Ihnen wurscht? Wäre mir auch wurscht. Dann habe ich noch weniger zu fressen. Aha. Und von was dann einer Frau und ihre Kinder dabei leben, das ist Ihnen auch wurscht. Wenn es mir nicht wurscht war, war es auch nicht recht. Was heißt jetzt das? Hab ich doch gesagt, dass ich bloß hingegangen bin zu ihm, weil er mir noch sechs Wochen an Lohnschuldig gewesen ist. Und deswegen haben sie noch in der Nachbar einmal gebrochen? Nicht eingebrochen. Ich habe ja einen Schlüssel für die Werkstatt. Aha. Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn überhaupt auf so eine Idee? Weil ich es auch Wur gehabt habe auf den Geizigen und den Geizigen. Und ein bisschen besuffen war ich vielleicht auch. Und da sind Sie dann einfach neu zu ihm ins Schlafzimmer und haben gesagt, geht her, oder ich hau dir was rauf. Nix, hau dir was rauf. Das habe ich nicht gesagt. Aha. Auf das habe ich einen Anspruch, habe ich gesagt. Was hat denn auch er gesagt? Schleuchte oder ich weiß es auch nicht mehr so genau. Auf einmal hat er einen Hammer in der Hand gehabt, der war auf seinem Nachkästchen gelegen und wollte mir ihn raufschmeißen. Und warum ist noch am Schluss er am Boden gelegen und nicht Sie? Weil ich mich geduckt habe. Und von dem ist er noch umgefallen und war bewusstlos? Nein, von dem noch nicht. Er ist zuerst aufgestanden und wollte auf mich losgehen. Und wie er mich so gebuckt hat, habe ich auf einmal den Hammer in der Hand gehabt und von dem ist er umgefallen. Da hast du ihm einen sauberen aufzünden. Gar nicht so schlimm. Er hat ja noch weiter gewuselt. Bloß, dass er sich halt jetzt nicht mehr gekriegt hat. Und dann haben Sie ihm sein Geld aus dem Bett rausgezogen. Woher haben Sie denn das überhaupt gewusst, dass er sein Bett hat? Weil so einer wie der Wurm auf dem Geld schläft, damit er es bei der Nacht auch noch gespürt? 284 Mark und 30 Pfennig. Und wie viel war er Ihnen schuldig? 140 Mark. Na, lieber Freund, da hast du nicht schlecht aufgerunden. Ich habe ja genommen, was ich erwischt habe. Da haben wir bis nachher schon auch gemerkt. Wenn Sie mich wegen dem Eis sperren wollen, bitte schön. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Die werden Sie ja vorrätig haben, so eine Laterne, nicht wahr? Haben wir vorrätig, ja wohl. Ja, und die, die Delle hier, die am Kotflügel da, die können Sie hier rauskloppen. Ja, ja. Ein bisschen mit grünem Lack drüber, nicht wahr? Fertig ist der Lack. Jawohl, wird gemacht. Wenn Sie mir jetzt ein bisschen nur noch hier einen Führerschein geben, wenn ich bin da der Rest hier und so weiter. Ja, ja, können Sie haben. Das ist eine Berliner Nummer, da sind Sie ja. Ich wohne hier zurzeit im Hotel Bayerischer Hof. Schreiben Sie auf. Bayerischer Hof? Herr von Hagen? Ja, ja, ja. Euch, wer? Ja. Generalmajor, ade. Ja, rufen Sie dort ran, wenn Sie fertig sind. Jawohl. Aber machen Sie ein bisschen Dalli-Dalli, wenn ich bitten darf. Jawohl, Herr General. Ja, mei. Ganz unterm Tisch können wir ihn nicht fallen lassen, Grandauer. Er hat ja immerhin seinen Meister täglich angegriffen und beraubt. Ja, ja, schon. Aber das habe ich auch nicht gemeint, Herr Kommissar. Es ist ja nimmer feststellbar. Hat er ihn angegriffen oder hat er sich bloß gewehrt? Und so arg kann ja der Schlag nicht gewesen sein. Sonst hätte er auch nimmer mit dem Radl fahren können. Machen Sie halt ein entsprechendes Protokoll, dann lassen Sie den Untersuchungsrichter vielleicht laufen. Gut, das stimmt. Grüner? Ja? Ja? Sehr gut. Ausgezeichnet. Auwe. Ein Generalmajor. Herrschaftszeit. Und der Preis ist auch noch dazu. Ah, 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 ah. Da kriegen wir wieder einen Ramassuri. Glauben Sie mal gleich über Berliner Auskunft einholen über den Mann. Das ist ein Kriminalkommissar Krüger. Sagen Sie mal einen schönen Gruß von mir. Nein, 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 nein. Das ist ein rechter, komoder Mensch, der Krüger. Also dann. So, Grandauer. Jetzt können Sie beweisen, was Sie bei mir gelernt haben. Haben Sie das Auto? Möglicherweise. Kann natürlich auch falsch sein. Bloß, was mich stutzig macht. Grüne Kotflügel. Und die Lackspuren an dem Fahrrad waren da auch grün, nicht? Ja, dunkelgrün. Aber jetzt kommt der Pferdefuß. Das Auto gehört einem Generalmajor aus Berlin. Und jetzt scheint so ein Herrenfahrer ohne Schaffeer. Da beneite ich Ihnen auf einmal nicht um die Vernehmung mit einem preußischen General. Brauchen Sie auch gar nicht. Weil Sie das machen. Nein, nein. Bitte schön. Grandauer. Seien Sie bitte nicht böse, Herr Kommissär, aber geht gegen uns zu. Ja, der lässt er mich abfahren. Einen kleinen Beamten. So was müssen schon Sie machen. Grandauer, das kommt jetzt auf Ihre Geschicklichkeit. Ja, schon. Wenn man so was einfahrt hat. Elegant. Nein, nein, nein. Für das bin ich nicht der richtige Mann. Muss man auch können. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht weg. Ich habe jetzt noch eine Unterredung mit dem Dr. Dillmann. Also, gehen Sie rüber in den Bayerischen Hof. Da ist ein Abstieg. Ja, vorher melden Sie ihn an. Alles korrekt und höflich. Keine direkten Fragen. Keine Anschuldigungen, selbstverständlich. Wir wollen bloß wissen, wo war er mit seinem Auto in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Bloß. Ja, weh. Ist er bloß ein General. So ist es. Und wenn er der Ludendorff selber wäre. Sie kommen im Namen des Volkes. Aber natürlich mit allem schuldigen Respekt. Ludwig Grandauer war in Ausübung seines Amtes vereinzelt auch schon an höhere Kreise herangetreten. Nicht sehr oft allerdings und wenn, dann jedes Mal mit Blei in den Beinen. Und er hatte auch jetzt wieder das gleiche dumme Gefühl, dass er schon beim Eintreten in die Hotelhalle stolpern könnte oder hinterher in den dicken Perser-Teppichen versinken, die dort überall herumlagen. Dazu kam noch die herablassende Art, mit der ihn das Hotelpersonal behandelte. Seine Exzellenz lässt ausrichten. Sie möchten sich bitte kurz fassen, weil Sie mit der Exzellenz sehr beschäftigt sind. Ja. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Danke. Grandauer hatte sich mehrere Sätze vorbereitet, die so beschaffen waren, dass sie ihn vielleicht der Wahrheit näher bringen könnten, auf alle Fälle jedoch einen tadellosen Rückzug sicherten. Aber jetzt, wo es soweit war, fiel ihm keiner mehr ein. Also bitte, kommen Sie zur Sache. Der Horch gehört mir, jawohl. Ich habe ihn gekauft, nicht gestohlen. Genügt das oder wollen Sie etwa Belege? Ja, nein, nein. Das ist selbstverständlich, Herr General. Um das geht es ja auch gar nicht. Na ja, also, Menschenskind, um was denn dann? Ob der Herr General das Auto vielleicht am vergangenen Wochenende verliehen hat. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Warum? Ja, oder ob der Herr General mit seinem Auto, also in der Nacht von Samstag auf den Sonntag, vielleicht selber unterwegs gewesen ist. Sagen Sie mal, ist das ein Verhör oder wie? Nein, das ist selbstverständlich kein Verhör, Herr General. Aber wenn Sie in der Nacht mit Ihrem Auto unterwegs gewesen sind, dann besteht der begründete Verdacht, dass Sie einen Kilometer vor Forstenried einen Radler angefahren haben. Und der Mann ist tot. Wie war Ihr Name? Randa. Rang? Kriminal Oberwachtmeister. Also, Herr Oberwachtmeister, nun gehen Sie mal zurück zu Ihrer Dienststelle, nicht wahr? Und melden Sie da, dass sich der Herr von Hagen auf so eine Art und Weise nicht ausquetschen lässt. Ist das klar? Sie können abtreten. Jawohl, Herr General. So, jetzt haben wir die Bescherung. Herrschaftszeiten noch einmal. Ja, ja mei. Ja mei, ja mei. Ich habe Ihnen doch gesagt, keine Anschuldigungen. Dann hätten Sie mich nicht hinschicken dürfen. Herrschaftszeiten. Seien Sie mir nicht besser, Herr Kommissär. Aber der Mann hat mich so gereizt, wie ein Putzer hat er mich dastehen lassen. So ein alter Depp, so ein Preußischer. Bitte schön, jetzt werden Sie nicht unsachlich. Na, gar nicht. Und das ist meine Meinung. Bei dem würde Sie mich nicht wundern, wie noch ein zusammenfahrt und der merkt es nicht einmal. Na, das sagen Sie mal am Staatsanwalt. Ob er so einen Mann auf diesen auf zum Verhör vorführen lässt. Geh? Ja, aufgrund des Beweismaterials. Wegen der Dullen und der Lampen. Das kann Ihnen woanders auch passiert sein. Außerdem lässt er sich vom Hotelpersonal mit Exzellenz titulieren. Na und? Warum denn nicht? Als General? Erst ab Generalleitnant. Aha. Da können wir aus. Also warten wir's ab. Ach, schon wieder. Achte. Ich muss das mal nochmal mit der Direktion absprechen. Allein möchte ich in dem Fall. Also jetzt gehen Sie auch heim Grandauer. Ja. Und grüßen Sie mir Ihre Frau. Ja, danke. Nicht vergessen. Aber die Abfuhr, die ihm der Generalmajor erteilt hatte, wurmte Ludwig Grandauer dermaßen, dass er noch einmal einen Umweg machen musste über den Promenadeplatz. Mehr aus einem Instinkt heraus als zielstrebig. Vielleicht nur, um seinen Scharfsinn zu wetzen an der hochmütigen Betriebsamkeit dieses Nobelhotels, das ihn zuvor so klein und unscheinbar hatte aussehen lassen. Und plötzlich kam ihm auch eine Idee. Herr Garmert. Piccolo. Ein Fahrstuhl für seine Durchladung. Sehr wohl. Tja, also, ich bedauere, aber über Stadtgespräche wird in unserem Hause nicht Buch geführt. Das gehört zu unserem Service. Und auswärtige Gespräche? Notiert das Fräulein in unserer Telefonvermittlung. Ja, dann möchte ich gerne mit der sprechen. Mit dem Fräulein. Bitte. Und wenn Sie bitte Ihre Ermittlungen so führen würden, dass unser Hotelbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. Sie verstehen ja, einen Moment. Ja, ja. Bitte bleiben Sie mal verraten, liebe Frau. Ich verbinde jetzt die Kleinkammersegel. Guten Abend. Ich darf Ihnen bei der Gelegenheit noch mal sagen, dass wir Informationen über unsere Hotelgäste außerordentlich ungern herausgeben. Es sei denn, es liegt uns ein Gerichtsbeschluss vor. Ja, aber für den braucht man eben zuerst die Information. Ich frage ja nicht, dass es neigiert. Exzellenz hat mehrere Gespräche mit Berlin geführt. Und einmal mit Hannover. Und in der näheren Umgebung? Da haben wir nur einmal Starnberg notiert. Starnberg? Freitag, vergangene Woche. Das interessiert mich, Fräulein. Wissen Sie den Namen von dem Teilnehmer? Moment. Eine Baronin von Wolf. Eine Baronin von Wolf in Starnberg. Man hatte den Toten auf der Landstraße zwischen Starnberg und München gefunden. Und das war Grund genug für den gedemütigten Kriminalbeamten, diese Spur noch am selben Abend weiter zu verfolgen. Er vergaß darüber sogar seine häuslichen Sorgen und er bat sich auf dem Weg zurück ins Präsidium Gottes Beistand einmal ausnahmsweise auch in dieser Angelegenheit, die ihm ganz persönlich und weniger vielleicht von der Sache her so wichtig geworden war. Baronin Beate von Wolf im amtlichen Adressbuch als Heiratsvermittlerin eingetragen, hat er sich aber erst auf heftiges Drängen zu einer telefonischen Auskunft herbeigelassen. Und woher soll ich wissen, ob Sie wirklich von der Polizei sind? Ich kann das ja gar nicht nachprüfen. Ja, ja, bitte. Freilich, dann gebe ich Ihnen heute die Nummer vom Zentralbüro und Sie rufen mich dann bitte zurück, Frau Baronin. Ich habe auch noch immer nicht verstanden, worum es hier geht. Es geht hier lediglich, ich habe es Ihnen doch schon gesagt, um ein Verkehrsdelikt und dazu hätte ich gern gewusst, ob der Herr Generalmajor von Hagen, Eisbert von Hagen, vielleicht am Samstagabend oder vielleicht bei Ihnen in Starnberg war, oder... Warum fragen Sie ihn nicht selber? Ja, naja, wissen Sie, Sie sollen mir das ja nur, also quasi bestätigen, nicht wahr, sonst nix. Ach so, Sie wollen wissen, ob das stimmt, was er gesagt hat? Ja. Ja, selbstverständlich stimmt es. Ich hatte am Samstagabend Gäste und Herr von Hagen war auch hier. Genügt Ihnen das? Ja, danke, vielleicht nur noch, wann ist er denn nach München wieder zurückfahren? Um wie viel Uhr ungefähr? Ach du lieber Gott, wann, wann? Na, so zwischen zwölf und zwei, denke ich. Zwölf und zwei, aha. Gut, das war's, was Sie wissen wollen. Vielen Dank, Frau Baronin. Am Mittwoch, dem 11. Dezember, gab die Hoffmannsche Korrespondenz bekannt, dass ich das Befinden seiner königlichen Hoheit, des Prinz Agenten Luitpold, durch das Auftreten eines Bronchialkatars und einer gichtigen Affektion der rechten Hand verschlimmert habe. Freilich, alt nur wahrer. Aber es ist ja nicht bloß der Mensch, sag ich, er ist uns halt doch ein guter Hausvater gewesen, unser Prinz Agent. Und wie es noch oft weitergeht, wenn so einer mal nicht mehr da ist, anders einmal gewesen, da kommen dann auch von überall Sachen da her. Und was da geht bei der Besprechung, das wissen Sie nicht? Nein, leider, Herr Oberwachmeister. Es ist irgendwas aus Berlin gekommen. Aber der Herr Kommissär hat es gleich an sich genommen, ist los damit zum Herrn Direktor. Aus Berlin? Vielleicht hat es ja was mit der traurigen, eventualität zu tun, weil er es doch nicht mehr lange macht. Sehr traurig können Sie nicht gewesen sein. Er ist schon manchmal ein rechter, lieber Rauler. Herr Kommissär. Guten Morgen, da haben Sie einen sauber ins Boxhorn jagen lassen. Wieso? Guten Morgen, Herr Kommissär. Guten Morgen. Gehen Sie mal schnell runter und holen Sie mir dann einen Kaffee rauf. Ja, woher, Kommissär? Für Sie auch einen? Nein, nein, danke schön, ich brauche jetzt keinen Kaffee. Wieso ins Boxhorn? Der Herr Generalmajor ad, die Exzellenz. Ist er keine, gell? Ja, doch, doch. In gewisser Weise schon. Die Berliner haben uns seinen Personalakt geschickt. Der reinste Karl May. Hock er seinen ersten Mal hin. Jetzt passen Sie mal auf. Eisbert von Hagen. Das von hat er sich einmal preisgünstig gekauft. Das ist Hieb- und Stichfest. Offizier war er auch nach Auskunft des bayerischen Kriegsministeriums. Hauptmann im 70er-Krieg, Eisernes Kreuz, Zweiter Gasse, alles fabelhaft. Aber danach, da beginnt dann sein märchenhafter Aufstieg. Zuerst war er bei den Chinesen. Und die müssen genauso beeindruckt von ihm gewesen sein wie Sie, dass ihn gleich zum kaiserlich chinesischen General gemacht haben. Und sich aber nicht lang gehalten. Schwupps, ist er nach Peru rüber. Und hat bei denen eine Revolution mitgemischt. Als General, versteht Sie? Hinterher haben sie ihn dann übermengen. Ist er halt ein Häuschen weitergegangen. In die nächste Bananenrepublik nach Honduras. Die sind allerdings nicht gut auf ihren Sprechen. Laut Generalkonsulat. Da muss er sich ein bisschen was aus der Kriegskasse herausgenommen haben. Und anschließend ist er mit dem Präsidenten seinem besten Gaul davor geritten. Das gibt's ja alles nicht. Das ist die historische Wahrheit. Und wissen Sie, was er jetzt macht? Nein. Jetzt wird er Offiziere und reiche Dernln verkuppeln. Oder wenn einer gerade einmal einen Orten braucht oder einen schönen Titel. Der Eisberg schafft's her. Gegen Bezahlung natürlich. In der Sache sind auch schon einige Verfahren anhängig. Und Sie, Grandauer, Sie hätten ihn wegen dem fast in Tosen gemacht. Da möchte ich lieber nichts dazu sagen, Herr Kommissär, weil Ihnen das sonst vielleicht peinlich wäre. Ich hab ja nicht geredet mit ihm. Ihnen hat er doch abblitzen lassen. Bitte, wenn Sie meine Akkennotiz gelesen hätten. Ich hab Sie ja noch gestern Abend da auf den Schreibtisch gekriegt. Hab ich, hab ich. Und das bestätigt ja bloß, was ich gesagt hab. Solche Leute müssen wir von hinten rum packen. Aber man muss packen. Und jetzt redier mal mit ihm. Und dann sollten Sie mal sehen, wie klein das der wird. Nee, meine Herren. Es gibt kein Gesetz, das sowas verbietet. Damit können Sie mir nicht bange machen. Ja. Ist ja auch nicht ehrenrührig, wenn jemand seine Beziehung von Fürstlichkeiten oder einflussreichen Behörden und so weiter nützt, nicht wahr, um verdienten Leuten zu ihrer Anerkennung zu verhelfen. Das machen doch ganz andere Persönlichkeiten. Da würden Sie Bauchlötze stauen. Und auch bei Ihnen hier unten in Bayern. Ja, ja. Aber um das geht's uns im Moment nicht, Herr von Hagen. Uns geht's im Moment nicht. Und wenn Sie Zweifel an meinen Titeln haben sollten, oder hier an meinen Orden, das sind keine Cotillon-Orden, meine Herren. Ich hab die Patente mit oben in meinem Zimmer. Sie haben zugegeben, in der Nacht vom Samstag auf Sonntag mit Ihrem Auto über Forstenried nach München gefahren sind. Da bin ich ja wohl, ja. Aber ein Radfahrer, ich bin mir leid, meine Herren, ist mir nicht aufgefallen. Wildsäure, ja. Die laufen ja bei Ihnen noch frei rum. Ja, und mal dachte ich schon, da hat's mal so ein bisschen gerumsen, ich war. Ich hab vielleicht eine erwischt. Sie werden doch wohl noch einen Menschen von einer Wurzau unterscheiden können. Wissen Sie, das ist ja schon bei Tagen nicht ganz einfach. Und erst bei Nacht und Nebel, ja, und geschneit hat's ja auch, also nee, nee, nee. Ist ja höchst bedauerlich, das Ganze, aber ich bin mir keiner schuldbewusst. Ja, das haben wir die Justiz, Herr von Hagen. Die hilft Ihnen dann schon dabei. Geh, tu einmal den Kessel vom Feuer, das Wasser kocht sich als tot. Ja, für den Tee. Sie müsst sich nicht alle so fest einheizen, da hat sich eine Wärmherrin. Ich glaub, dass Mama jetzt schon was weiß. Was weiß? Dass sie ins Krankenhaus muss. Hat dir wer was gesagt? Also von uns nicht. Wie kommst du denn da drauf? Heute hat sie gesagt, dass sie lieber war, wenn sie ins Krankenhaus kommen, weil es da schneller gesund wird. Und wir sollen nicht so kindisch sein wegen Weihnachten. Nächstes Jahr ist auch Weihnachten. Und sie war froh, wenn sie mal ihre Ruhe hat. So. Was ist das gesagt? Vielleicht, dass sie da doch noch helfen können im Krankenhaus. Ja, ja. Bestimmt. Und so, ich meine, ich meine Herrgott-Sakraments-Hunde, die werden steuer alt und denen fehlt gar nichts. Die sind gesund und haben mein Leben lang nichts anständiges nicht gemacht. Wer? Ah, nichts. Jetzt ist es wach, Papa. Ah, ja. Habst du schon da gewesen, hast du gefragt? Ja. Ja, warum hast du denn das Wasser weggestellt? Weil es gekocht hat. Agnes, grüß dich gut. Wieg? Ich hab jetzt so viel geschlafen, glaubst du? Ich bin noch ganz, ganz geträumt. Ja, das ist schon gut. Der Schlaf ist wichtig. Hast du schon was gegessen? Na, gemäht, ich rieche es gerade. Ach. Huck dir ein bisschen her da. Ja. Na, hast du recht viel Arbeit? Na ja, das Übliche. Nicht so schlimm. Jetzt weiß ich es wieder. Du bist gekommen in deiner alten Uniform und mein Sebel und hast gesagt, Schutzleut brauchen es gar nicht mehr. Und du bist jetzt beim Theater angestellt. Geh. Zum Tier auf und zu machen. Das war dir aber gar nicht recht. So, so. Nein. Nein, mit dem Theater und so ein Zeug, da habe ich es weniger. Was ich alles zusammentreiben. Und dann gefällt es mir oft so gut in dem Tram, dass ich gar nicht auch fahren möchte. Ja, ja. Da möchte ich ihn festhalten. Im Tram noch. Weißt du? Und dann denke ich dann ganz laut. Nicht aufhören. Ein bisschen noch. Ich möchte doch wissen, wie es weitergeht. Aber der lässt sich halt nicht aufhalten. So ein Tram. Der Himmel war wolkenlos über München. Es sah schon am frühen Morgen alles danach aus, dass dieser 12. Dezember 1912 ein strahlend schöner Tag werden würde. Aber Ludwig Granda hatte dafür keinen Blick. Er war viel zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Den häuslichen, die ihm immer größere Sorgen machten und den beruflichen, die ihn auch nicht gerade aufzuheitern vermochten. Anfangs nahm er nicht einmal die mächtige Salve-Regina-Glocke, die vom Dom herüber zu hören war, als ein Anzeichen für etwas Bedeutsames zur Kenntnis. Erst als er auf seinem Weg ins Amt durch das Isar-Tor ins Tal kam und überall die Leute mit ernsten Gesichtern beisammen stehen sah und dass man in einigen Schaufenstern schon eilig am Werk war, die Weihnachtsdekorationen mit schwarzem Stoff oder Papier abzudecken, da wurde ihm mit einem Mann bewusst, was geschehen war. Sein Verscheiden erfolgte ohne jeden Todeskampf. Es war ein sanftes, friedliches Hinüberschlungen. Der Regent war während seiner letzten Lebensstunden in etwas aufrechter Haltung im Lehnstuhl gesessen, den er infolge des starken Hustenreizes dem Bett vorzog. Weil er über so viel Dach tot. Ja, ja. Als der Tod eingetreten war, wurde der Leichnam in das Bett gehoben. Hier liegt der Tote mit dem wallenden Weißenbart friedlich und mild. Grandeur. Ja, das war ich. Für meine Frau, ja. Jawohl. Am 19. Aha. Am 9. In der Früh. Jawohl. Sie und, ähm, muss ich da irgendwas Besonderes, ich meine, zum Waschen. Jawohl. Und Nachthemden. Drei Stück. Ja, ja. Und, äh, ja, wer ist denn das mit dem Transport? Vom Rotenkreuz. Jawohl. Nein, ist mir bekannt. Wiedersehen. Vielen Dank. Es kommt darüber alles zusammen. Geh? So, meine Herren, das Leben geht weiter, aber nicht ohne uns. Am 19. ist die feierliche Beisetzung vorgesehen. Und was da los ist, können Sie nicht ja denken. Kaiser natürlich. Die Fürstlichkeiten, da bleibt kein Auge drücken. Man rechnet mit einer kontinentalen Anteilnahme. Und kommt das Herrl, kommt aus Geschwärl. Mit anderen Worten, ist irgendwas passiert gerade da? Mit Ihrer Frau? Am 19. Ich muss ins Krankenhaus. Am 19. Ja, und früh am 9. Dann nehmen wir es an dem Tag frei. Nein, aber das... Das ist doch selbstverständlich. Das geht doch. Wenn ich gebraucht werde... Nichts kommt überhaupt nicht in Frage. Das geht vor. Dann sind Sie froh, gerade da. Da hat sie alles, was sie braucht. Und die bringen es auch wieder auf die Füße. Werden Sie es sehen. Die Grandauers und ihre Zeit. Eine Geschichte in Fortsetzungen von und mit Willi Purukka. Neunter Teil Todestage. Wie ist es jetzt? wenn du meine Gefährte oder Trittschlau? Ja, wenn du eine Brülle jetzt kriegst. Na, pass halt auf, wo du dir Zeit hinlegst. Wo hast du es denn zuletzt gehabt? In der Kirche. Mein Gott, ja. Voriges Jahr und die Zeit. Na, da ist es nicht. Was ist jetzt? Seid ihr jetzt endlich so weit? Seid Brüllen sucht er. Meine, lass halt einmal auf, Brühe, wenn du sowieso nichts siehst. Am Herd legst du über Wasser grönteln. Wenn es neu folgt. Nein, Adi. Willst du ein Steuer? Nein, also dann können wir jetzt gehen. Scheifern habt. Seid hat Adi. Naja, ich hab's schon. Magst du das Blumensteckerl nicht in was rein tun? Ich glaube, das trage ich besser in der Hand. Na gut, meine Damen. Dann können wir jetzt gehen. Jetzt weiter. Morgen, wir haben einander. 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 Dann gehen wir ein bisschen auf den Friedhof. Ja, leider Gottes. Sagen Sie einmal, war das nicht auch im Juni? Ja, heute vor einem Jahr. Gehen Sie. Jetzt ist das halt auch schon wieder ein Jahr. Oh, mein, ich meine, die Zeit rennt da hin. Ja, für mich braucht es nicht stehen bleiben. Nicht, gell? Ich glaub's ihnen. Ja, und der Benno hat ja gar nicht heim dürfen zum Todestag von seiner Mutter. Ja. Das im Manöver. Im Manöver ist er. Ja, ja. Ja, weiß nicht, gell. Das wird ihm aber arg sein, wo er so an ihrer Kind ist. Ja, ja. Für den, ich habe eine Kumpfung geschmeißt. Für gut beieinander. Ja, und jetzt, heute auf der Nacht da tun ihr nachher schon ein Wachslicht raufstellen in der Kirche. Ja, ja, hast du schon recht. Dankeschön. So schau's dir aus, schön heiliges Lüter. Für alle, die im Osten Münchens ihre Heimat gefunden hatten, stand als Endstation ein angemessenes städtisches Areal zur Verfügung, der Ostfriedhof, auf dem sich seit ein paar Jahren erstmalig auch eine Einrichtung befand, die in den Augen der katholischen Bevölkerung starkes Befremden hervorrief. Aber eine Stadt, die sich von jeher den Künsten nun in gewisser Weise auch dem Wohlleben verschrieben hatte, konnte es eben nicht verhindern, dass demzufolge auch Freigeister, Protestanten und Schlawiner angelockt wurden, die nach ihrem Ableben, anstatt wie Sitte war, begraben zu werden, lieber Feuer bestattet werden wollten. Ein Haus, schau hin, jetzt rennt er zum Band an rüber. Nimmst du nächstes Mal was mit mir, die für den Grabsteuer, dass man den Vogelträg da weggemacht. Ja, Papa. Ich gehst nicht mehr ein bisschen was auf die Bärme. Nicht lass, die Gäste auch vor der Jahr. Ah ja, Kinder, unsere Mama, jetzt liegt sie da und kann sie alle weinen nicht glauben. Da kommt Tante Franzi, der Onkel Andreas. Der Kriminalbeamte Ludwig Grandauer hatte wenig Talent, sich Freunde zu machen und auch das Ehepaar Gassner pflegte die Beziehung zu ihm mehr aus alter Verbundenheit mit seiner verstorbenen Frau. Die beiden Frauen kannten sich ja schon aus Jugendzeiten, als sie noch Kellnerinnen waren in ein und demselben Bauerndorf, von dem aus sie später auf sehr unterschiedlichen Wegen zu gutbürgerlichem Ansehen kamen. Die Agnes, treulich an der Seite eines königlich-bayerischen Polizisten, die Franzi zunächst über einen hochbetagten Münchner Privatier, der sie bei Zeiten von einem Schlaganfall erlöst in wohlgeordneten Verhältnissen zurückließ. Und darin fand sie dann bald auch ihre alte Lebenslust wieder, die nachfolgend für den Hoffotografen Andreas Gassner ausschlaggebend war, sie zur Frau zu nehmen. Aus diesem Lebensbund ergaben sich auch für die Grandauers so manche Vorteile, vor allem der, dass sie ihren älteren Sohn Benno, nachdem er im Wilhelmsgymnasium kläglich gescheitert war, in der Gassnerschen Fotoanstalt als Lehrling untergebracht hatten. Das hat er uns auch geschrieben, der Benno, ja, wie arg sie mich ist, dass er heute nicht kommen kann. Er tut aber ganz fest an sie denken, schreibt er, weil so ein lieber Brief wäre. Ja, wir haben uns sehr gefreut, das muss ich schon sagen. Ja, mei, und was hat's nicht alles mitgemacht mit dem Buben? Und immer hat's ihm die Stange gehalten, unermüdlichste Wissensfragen. Zu Recht, Herr Franklauer, zu Recht. Als solch eine Lausbuben werden oft die rechtschaffensten Menschen. Ja, sagt man, gell. Und der Adi ist da für den großen Lateiner, gell? Ja, der Adi. Kriegst du wieder einen Latein so im Zeugnis, he? Ja, glaub schon. Bis aufs Turnen. Bis aufs Turnen. Na ja, er möchte doch sowieso Kardinal werden, oder? Was? Was? Kardinal? Das Bisschen Rumpfbeugen, was er da braucht, das wird er noch schon können. Also, wo ist Anderl am Grab? Nichts für Ungut, Herr Grandauer. Na, das ist schon recht, Herr. Aber so, wie ich Ihre Frau gekannt hab, dürfen wir schon mal ein bisschen Spaß machen, nicht wahr? Ja, feinlich. Und Sie sollten ihn auch nicht so vergraben, Herr Grandauer. Das wäre ja bestimmt nicht recht. Ja, mei, mir ist halt einmal noch nichts anderem. Also, ich verstehe das schon. Ja, verstehe kann ich's auch. Aber man darf's nicht unterstützen. Schau doch, wie er rausschaut. Es wird eh die Zeit, dass man den Mann mal rausreißt. Ja, es ist gut gemeint, Herr Gassner. Ich glaub's ja noch schon. Ich meine, allein ist gar nichts ausgerichtet. Heute Nachmittag holen wir euch ab. Alle drei mit meinem neuen Automobil. Ja, ja, Tom. Die Kinder freuen sich doch auch, wenn sie mal was anderes sehen. Gell, Lüsa? Nein, Tom. Wenn's der Papa erlaubt? Da können wir ja danach auf den Weg noch mal drüber reden. Vergiss Scheiben nicht, Adi. Sie hat's wirklich verdient. Mir sagen's oft. Gell, Franziska? Ja, mei, wirklich so fleißig. Mach den ganzen Haushalt. 16 bist du jetzt, gell? Ja, 16. Mein voriges Jahr, da war's noch ein richtiges Kind. Ja. Und auf einmal steht da ein junges Fräulein und kann schon die Sachen von ihrer Mama tragen. Ja, ja. Wirklich, wenn wir zuerst gekommen sind, da war er direkt verblüfft, gell? Ja, ja, ja. Ja, weil sie auch so ähnlich geschaubt, wie der Mutter. So? Wie aus dem Gesicht geschnitten. Aha. Ja, ja, das Gewand passt ihr ja schon von der Mama. Sie hat ja selber noch ausgeschaubt, wie ihr junges Mädel. Bis zuletzt so rosig. Mit der Krankheit. Mit 43 Jahren. Ja, ja. Aber wer weiß, was sich der Himmel damit erspart hat? Das sagt man immer, Herr Gassner. Das sagt man immer. Ja, uns hat er was genommen. So viel weiß ich. Übrigens, haben Sie es gelesen? Gestern war ich was in der Neuesten von der Wahrsagerin. Nein. Wer das Jahr 1920 erleben will, braucht einen eisernen Kopf. Ich glaube sonst nicht an das Zeug, aber an dem könnte vielleicht schon was draus sein. Ah, okay. Das geht doch schon seit Jahren. So, dass irgendwo gezündelt wird. Man braucht ja bloß die Zeitung aufschlagen. Grüß Gott, Frau. Grüß Gott, Herr Grandauer. Amal ist was in Marokko. Nicht wahr? Dann raffen Sie wieder drunten am Balkan mit Italienern und Türken und dem anderen Schlawinerzeug übereinander. Ich sag Ihnen was. Mich interessiert das nimmer. Ja, mei. Kommt, was mag, ich mach meine Arbeit. Da hab ich mir Mord und Totschlag gerade genommen. Und meinen Frieden, den find ich da. Auf dem kleinen Grundstückl, wo wir voriges Jahr meine Frau eingereicht haben. Und da leg ich mich eines Tages daneben. Und dann ist er ruhig. Also gar so wurscht ist mir das Feuer wieder nicht, was sich da politisch tut. Auf unsere Kosten. Und ich hab noch nicht einmal gekannt, also wie Sie. Aber du musst doch an Herrn Grandauer nicht ausgerechnet jetzt mit deinen politischen Sachen. Na, lassen Sie es noch kurz sein. Wissen Sie, ist da allerweil gar nichts? Ganz hellhörig. Bloß hellhörig. Sonst gar nichts. Du bist aber schon manchmal auch ein fürchterlicher Schwarzmeiler. Bei mir, komm, halt dich da raus. Ich misch mir auch nicht mehr in euer Kaffee, Kranzerl. Nicht wahr? Na, Ade, löse ich. Da geht's her und sagt's für Gott. Ja, zu was denn? Wir fahren euch doch heim? Nein, nein, nein. Um Gottes Willen Dankeschön, Herr Gassner. Kommt ja gar nicht in Frage. Wir gehen jetzt so schön statt Fuß heim. So haben wir uns das vorgenommen. Es ist ja nicht weit. Aber heute Nachmittag, gell? Da holen wir euch ab. Da gibt's gar keinen Radi. Ja, da reden wir noch nicht. Fahren wir ein bisschen ins Isertal. Dann werden wir ein bisschen wandern bei dem Schöner wieder. Und danach hocken wir uns noch auf ein Stünderl und einen zweiten Flaucher rein in seinen Garten. Also war's nicht, Andreas. Mir hat's doch fein und ihr gefallen. Ach, ich weiß schon. Mit der Bumsmusik. Und so laut und allerweise so gesteckt voll. Und die gescherten Leits. Lauter Soldaten und so Kocher. Ja, ja. Mein Franzerle ist mir fürs Feine. Wissen Sie, das Café Lübholt, das mag's, gell? Aber mir gefällt's halt so, weil das noch echt ist. Gewachsen. Da bin ich schon als Bub mit meinem Vater rausgefahren im Stellwagen. Und wer weiß, wie lange es sowas noch gibt. Sowas Reelles, wo man für das Bier noch 28 Filling zahlt, gell? Und keine 30, wie anderswo. Was soll denn da das Heftl kosten? Ja, 20 Filling steht drauf. Scheiß, es ist wieder gesund, Freund, liebst du nicht? 20 Filling. Seit gestern klimpert's wieder. Na und? Muss man das nehmen? Ja, es wird empfohlen vom Rektorat. Du magst lieber das fette Stöckl, gell, Papa? Na, das ist mir gleich. So, jetzt ist auch kein's da. Ja, mal, dann tu halt du auch mal, was, du feiner Herr. Ja, du bist die Frau. In Frohmut, Härte und in Schneid bleibt Wehrkraft Junge alle Zeit und hast am Tage du geschafft, dann übe abends deine Kraft, dann werden wir uns wiedersehen, wo stolz des Heeres Fahnen wehen, dann ist die Wehrkraft fest vereint in heißem Stürme auf den Feind. Die Gnädel sind noch mehr da. Also, komm, Jesus, unser Gast, und segne, was du uns beschert hast. Amen. Lasst es euch schmecken, Papa, du zuerst. Ja, schon, da tut es nix. Einmal ein bisschen Abhärtung mit deinen 15 Jahren. Da hab ich schon 12, 14 Stunden gearbeitet am Tag. Das wisst ihr ja heute gar nicht mehr, was früher von den Kindern verlangt worden ist. Ich muss auch viel lernen. Ja, aber du haust dann da. Das werden dann die Leute... Ach, sag mal, die Gnädel sind aber heute arg fest mit dir. Ja, du hast ja auch uns eine Brecker erwischt, Papa. Die mit dem Loch drin, die sind für den Adi. Der mag's nicht mit Breckerl. So, der mag's nicht. Du, das kannst du bei deinem Wehrkraftverein austreiben, das sagen dir. Oder meinst du, du kriegst da vielleicht extra Gnädel? Ja, die nehm ich sowieso nicht. Wegen der Brüllen, wenn sie Kriegsspiele machen oder sowas. Und dann hat man Brüllen, aber bin ich machtlos. Was heißt denn das? Kriegsspiele? Ja, das steht doch drin im Heftal. Da. Wo? Kriegsspiele. Ah ja, reichster Segen quillt für die Jugend aus dem Kriegsspiel. Der Atem geht, die Herzen schlagen. Mit blitzenden Augen streiten die Blasiertesten. Wer von innen zuerst die Hand auf die feindliche Fahne legte. Und, hast du aber gesagt, wir sind bemessen nicht lesen. Ja, ich hab jetzt gerade einmal Zeit. Was sagen wir und eure Professor dazu? Na ja, zuerst waren es dagegen, aber jetzt geben sie einem Rauschefübs vielleicht einen Dreiebnerd hin. Weil er die Lüthbult-Medallie hat. Sonst hätte er einen Führer gekriegt. So darf man heute wieder mit voller Überzeugung das Kriegsspiel preisen. Das alte, echte, deutsche, herrliche Spiel. Sind das schon die Gassen? Am Nachmittag hat es geheißen. Vielleicht das wäre vom Polizeipräsidium. Lass die Höhne. Na, schau halt einmal nach. Der Baby. Mädi. Grüß dich. Ja, so eine Überraschung. Mal komm doch rein. Glaubst du, ich hätte jetzt beinah gar nicht gekriegt. Ja, ich hätte auch nicht in der Uniform. Seid ihr gerade bei Wissen? Ja, das macht ja nichts. Aber gut, schau es dir aus. Du auch, Luise. Also das ist direkt nicht zum Kleinen wie deine Mama. Okay, das meinst du bloß. Ja, gewiss, wie deine Mama schau es dir aus. Hast du Urlaub? Ja, der Ben war auch da. Nein, der ist im Manöver. Schade. Ich war auch schon am Friedhof draußen. Bei der Mama im Grab. In der Küche sind wir. Der Papa wird sich freuen, komm. Der Lichtlbibi war im Heidhauser Franzosenviertel daheim, in der unmittelbaren Nachbarschaft von den Grandauers also, mit deren älterem Sohn Benno er sich schon in der Volksschule und später vorübergehend auch im Wilhelms-Gymnasium die erste Bank zu teilen hatte, was ja bekanntlich nichts Gutes bedeutete. Die Freundschaft hielt auch hinterher, als sie beide dann in die Lehre kamen, der Bibi in der Beißbatschen Automobilwerkstatt und diese Freundschaft bewährte sich weiterhin bei fragwürdigen Unternehmungen ebenso wie bei manchen nützlichen, vor allem in der langen Leidenszeit von Benno's Mutter, bis sie nacheinander, der Bibi im Frühjahr, sein Spätzl im Herbst des vergangenen Jahres, unter das Kommando der königlich-bayerischen Armee gestellt wurden. Wir liegen im Metz, zweites bayerisches Fuß eine Theorie gemäts. Ja, da seid ihr dann ganz nah bei den Franzosen. Ja, wir lernen auch schon fleißig Französisch. So. I moan joie oder jevoleje oder bonjour, sonst man weiß es schon. Ja, was heißt denn das? Jevoleje, das kenne ich, aber das andere? I moan joie und bonjour, also bonjour, das heißt bei denen so viel wie grüß Gott auf Französisch. Ja, das finde ich gut. Also Bayer kannst du von selber Französisch. Bonjour. Bonjour. Passt nur auf, dass euch die Franzosen nicht auch noch was anderes beibringen, als wir Französisch. Wir kriegen auch Französisch in der sechsten Klasse. Wegen die Mädchen, meines. Also da ist bei mir keine Gefahr. Okay, Baby, da warst du ja direkt eine Ausnahme. Nein, ich weiß nicht, weil mich das gar nicht interessiert, also die Franzosen einmal nicht. Also, ich hab schon gemeint, dass euch nicht das Laufen beibringen, die Franzosen. Ach so? Dass es ein Grütchen meines. Was sagen denn die Leute bei euch? Ja, das ist eigentlich ganz verschieden. Die einen sagen, dass man es unbedingt bald backen muss, bevor sie uns backen. Und der Hauptmann von uns, der fährt alle wei heimlich nüber, weil er drüben so eine Madame haben soll, weißt es angeblich. Und der sagt zum Beispiel, dass das nicht richtig wäre. Sogar ganz falsch, weil man sich mit den Franzosen wunderbar vertragen kann. So, mit den Franzosen? Die haben nämlich auch in erster Linie ihre Kultur, so wie wir. Und die Menschen wehraten bloß aufgehetzt gegeneinander. Aber aus ganz anderen Gründen, von denen bloß ein paar ihren Vorteil haben. Und die anderen müssten ihren Kopf dafür nicht halten. Ja. Ich weiß es auch nicht. Lange, glaube ich, haben wir den Hauptmann nicht mehr. Dann soll er doch gleich zu den Franzosen gehen, der Depp. Okay, was weißt denn du, Schmarrnwähne? Mehr schon wie du, weil die Franzosen unsere Erbfällen sind. Ist doch geschichtlich. Brauchst du bloß was anderes lesen für dein Kochbuch. Ja, ja, ja. Ach so. Dreit sich nur. Es ist wie in der Politik. Bloß, dass sie nichts gelernt wird. Na, jetzt halt. Aber deine Schwester hat vielleicht eine andere Bildung, die wo man im Korngymnasium lernt. Die wo, weißt es auch nicht. Jetzt fangst du gleich an, gell? Frecher Kerl. Sag mal, was soll denn das? Hebe sofort die Gabe auf. Und jetzt verschwindst in dein Zimmer. Grippe verzungen. Und so ein Aufstand. Und dann machen wir ihren Todestag. Es war vielleicht mehr der allgemeine als der patriotische Trotz, der für Herrn Grandauer den Ausschlag gab, seinen Sohn Adolf zur Strafe von der Landpartie auszuschließen und an seiner Stelle den gefreiten Lichtl einzuladen. Und daran änderte auch die Fürsprache der Gassners nichts, die in ihrem neuen Opel genügend Sitzgelegenheiten für alle gehabt hätten. Dass die Wanderung durch die Isarauen dann etwas kürzer ausgefallen war als ursprünglich geplant, wurde von niemandem bedauert, nachdem man in der Waldwirtschaft ein schattiges Plätzchen gefunden hatte, das sich weit genug von der Musikkapelle, aber dafür näher beim Schenkkelner befand. Und? Sehens, das ist halt für mich noch die echte Alp Münchner Gemütlichkeit, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, nicht wahr? Und der Jugend gefällt es mir auch, habe ich recht, ja, gefreut. Ja, bestimmt, Herr Offenverhand. Und ich möchte mich auch noch mal recht herzlich bedanken, dass Sie mich mitgenommen haben. Okay, das brauchst du nicht. Ein bayerischer Fußartillerist hat Anspruch auf den Tag des Vaterlandes, nicht wahr? Und das Lüserl, die freut sich augenscheinlich auch über eine solche Begleitung, gell? Ja. Du brauchst ja jetzt nicht rot werden. Also, André, was ist denn? Immer musst du die Leute in Verlegenheit bringen. Das war ja nicht bis gemeint. Na, gell, Lüser, bind dir das Türchen davon zu, es wird jetzt ein Schaden. Bloß, euer Einzerschüler, der brummt jetzt daheim in sein Hausarrest. Ja, mei, Strafe muss sein. Ich fürchte, nur für das, wenn er eines Tages über uns alle den Kirchenpann verhängen. Was? Wenn er Papst ist. Wenn er Papst ist. Und das wird er, weil sie das nächste Mal bestimmt einen Bayern nehmen. Ja, ja. Einfachheit halber überhaupt keinen ganzen Vatikan nach München bringen. Nach München bringen. Hörst jetzt auf mit deiner Lästerei. Ach so, das ist doch nicht lästerlich, wenn man sieht, wie sie unsere Regierung abblockt, solange die Direktion in Rom sitzt. In Rom sitzt. Der Herr Gassner ist lustig. Wissen Sie, Herr Grandauer, wir haben nämlich schon gemeint, ob wir nicht vielleicht heuer ein Adi mit in den Ferien nehmen. Ja. Nach Berchtesgaden. Na, das geht doch nicht. Na doch, da könnt ihr ein bisschen mit meinem Mann wandern. Warum denn nicht? Und für die Luise, da wäre es auch einmal eine Erleichterung. Aber na, na, das kann man doch nicht. Sie brauchen doch auch einen Herrn Gassner. Sie können das in Ruhe überlegen, Herr Grandauer. Ja, ja. Wir sind auch Gussgefammer und wenn Sie geflasster stehen. Ja, wir würden uns wirklich sehr freuen. Ganz bestimmt. Entschuldigen Sie, Herr Grandauer. Ja, was ist denn? Ich wollte Sie mir um die Erlaubnis bitten, ob ich vielleicht mit der Luise und mir vielleicht miteinander tanzen dürfte. Was, tanzen? Nein, 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 die kann ja gar nicht tanzen. Und am Todestag von der Mama. Also, Dörndl, da verstehe ich den. Ach so, ja. Entschuldigen Sie. Das ist mir jetzt direkt empfohlen. Junge Leute, Herr Grandauer, man ist bloß einmal jung. Was meinen Sie, wie Sie einer Frau freuen würden, wenn Sie Luise sehen könnten? Ja, ganz bestimmt, Herr Grandauer. Oder hast du schon einmal getanzt? Nein, bis jetzt noch nicht, Herr Ufer. Ja, dann meine ich, wäre es eh die Zeit. Weiß der Himmel, wie lange Sie noch tanzen können. Ja, ja, also, ich sage nichts. Tanzt von mir aus. Aber benehmt Sie anständig. Ja, ehrlicher Grandauer, ich kann es nämlich selber noch nicht gescheit. Kim Luise, es wird was schwer. Man hofiert zu viel. Das ist meine Meinung. Das ist doch nicht mehr normal, was heutzutage für Tanz gemacht werden um die Jugend. Künstlich. Ja, geh. Modisch. Doch, doch, das sind schon viel freier heute, die jungen Leute. Und vor allem, was die sogenannten Gebildeten anlagten. Geh, ich sehe es doch bei uns im Präsidium. Plötzlich haben wir lauter Abiturienten und alle wollen zur Polizei. Weil sie es woanders nicht brauchen können. Es gibt aber hauptsache von jungen Männer, geh? Ja. Das ist mir früher gar nicht so aufgefallen. Ja, da hast du halt mich für die Alten interessiert und nicht so auf die Jungen mit mir geschaut. Ach, also, wie kannst du nicht so was sagen? Ja, Gott sei Dank, Beiberl. Wir haben jetzt auch so einen in unserer Abteilung. So einen ganzen Sieben, gescheit. Frisch von der Polizeischule runter und noch keine Ahnung vom Tuden und Blasen. Der Herr Dannenberg kommt, der Herr schiebt als erstes gleich sein Schreibtisch ans Fenster. Schreibtisch? Ohne zu fragen. Er kriegt eine gleich Schreibmaschine hingestellt. Er muss sein Zeug mit der Maschine schreiben. Wir schreiben es halt mit der Hand, wie es üblich ist. Ich sage es Ihnen, das artet alles dermaßen aus, da muss doch einmal was kommen. Sonst schnappt doch die Menschheit noch über. Na ja, aber wegen der Schreibmaschine, Herr Grandauer, braucht man noch keinen Krieg. Es geht ja ums Prinzip. Schauen Sie, in meiner Jugend haben Sie nach die Fotografen Störner geschmissen, weil sie gemeint haben, in dem Apparat hockt der Teufel drin und gemalt es ab. Heut werden Sie selber fotografieren und wegen dem ist die Welt auch nicht unterkommen. Sie verstehen mich falsch, Herr Grandauer. Es geht mir nicht um die Schreibmaschine. Die Ansprüche der Größenwahn, das ist das Verderbliche. Schauen Sie, unsere neue Polizei, das ist ein Beispiel. Über 4 Millionen hat das gekostet. 4 Millionen, sage ich Ihnen. 395 Amtsräume. Im Frühjahr sind wir umgezogen die Hüte sein Maus. Nein, das ist leider Korschmann, Leute. Unter uns befindet sich ein Korrespondent von einer Wiener Zeitung. Ein Korrespondent von der Wiener Zeitung und der hat soeben erfahren, dass auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand, Erzherzog und seine Gemahlin, die Herzogin Sophie, Sophie, ein Attentat verübt worden ist. Was? Oh ja. Nein, die will mir eine Brille in München bauen. Und sind alle zwei tot. Wie mit Revolver erschossen. Oh Gott, das Ja. Wo ist denn das passiert? Ja, in Sarajevo, Hauptstadt der österreichischen Provinz Serien. Ich will danken für Ihre Aufmerksamkeit. Sehen Sie gerade auch, man soll einen Teufel nicht an die Wand malen. Die haben doch noch kleine Kinder. Lieder mit Serien! Ich lasse das Landespark an Schweren. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Und das nächste Mal, Herr Gasser, da schießen Sie dann auf einen von unseren deutschen Fürsten nicht. Und schon sind wir mittendrin im Stammhaus. Werden Sie Ihnen bloß nicht täuschen, gell? Wir haben nämlich mit Österreich einen Beistandspakt. Naja, gell, mit dem Zwerg da drunten, da werden doch die wollen noch allein fertig sein. Solange die anderen starten. Die Musik soll österreichisch Marsch spielen. Oh, und Zeitspuster. Da haben wir keine Noten. Da spielt sie halt was anderes. Man weiß halt immer gar nichts als gewöhnlicher Mensch. Und muss nehmen wie es kommt. So ist es. Kommt schon. Ist schon da. So, das sind noch mal vier Masse. Seht ihr ein Soldat der da gesessen? Ist der schon gegangen? Nein, der kommt her. Zum Wohlsein allerseits. Anna, was ist denn mit Bier los? Ja, ja, komm schon. Ich möchte ja bloß wissen, wo sie die zwei so lang rumgreifen. Lange schon hatte man hierzulande keine Gelegenheit mehr gehabt, das Wort Schandtat so einmütig und voller Ingrimm anzuwenden wie nach diesem Fürstenmord. Republikaner nicht weniger als Monarchisten. Der Anschlag rührte ja auch an dem Fundament, auf dem man die königlich bayerische Ruhe bis dahin in Sicherheit glaubte. So waren auch die Zeitungen zunächst aller Fragen enthoben, was sie ihren Lesern Erstseitiges zu bieten hätten. Der Schock von Sarajevo lieferte Schlagzeilen, wie man sie bis dahin kaum gekannt hatte und die allgemeine Anteilnahme ließ sich bis in die ersten Julitage hinein mühelos warm halten. Da braucht man wirklich einen Kompass, das wir in unser Archiv finden. Morgen, Herr Hauptbachmeister. Und überall Muff jetzt noch im ganzen Haus. Ein Neubau, gell? Übrigens, heute schreiben Sie, haben Sie es schon gelesen? Nein, wusste ich. Der Bombe von serbischen Schandbuben ins Automobil geschleudert, waren die Hoheiten noch durch Geistesgegenwart entkommen. Aber bald darauf hauchten sie von Revolverkugeln getroffen ihr edles Leben aus. Das wissen wir jetzt schon langsam. Aber gell, ein 19-jähriger Gymnasiast hat es abgefeuert, aus einem braunen Revolver. Und wo ist noch unser Gymnasiast? Den haben Sie vorher ins Pressezimmer geholt, wegen irgendeinem Bericht. Ah, das kommt natürlich bloß wieder her, ne? Kleine Schaftel Hörer. Was ist noch das? Neue Büroste? Wo hat den schon wieder her? Wegen der Schreibmaschine. Weil er höher sitzen muss, sagt er, dass er die Dinger da sieht, die Buchstaben. So, her sitzen. Ja. Ich hab vor drei Monaten neue Schreibunterlagen beantragt, nicht wahr? Kriegt, hab ich es bis heute. Ja, mein Herr Hauptbachmeister, Beziehungen muss man haben. Ja, Und das werde ich auch mal zur Sprache bringen, da sein Hausaltar, nicht? Den, wo er sich da auf seinem Schreibtisch aufgebaut hat. Nicht, damit er jeder gleich sieht aus, was für einer feinen Familie das er stammt. Ich meine, ich werde es nicht viel ausrichten, nachdem er mit unserem ehemaligen Herrn Präsidenten verwandt ist. Verwandt, verwandt, er mit dem Präsidenten verwandt, von der neunten Suppe mal schnell. Aus Verehrung, sagt er, hat er das Foto von ihm aufgestellt. Krampf, es sind alles Krampf. Ich stelle nicht einmal ein Püttel von meiner Frau auf. Ja, ja, die Zeiten ändern sich. Es hängt alles zusammen. Wie ich gesagt habe, seiner Zeit, wissen Sie es noch, beim Tod vom Prinz Agenten, das war das Ende von einer Epoche. Und die Schießerei rund in Serbien, und dass er sich voriges Jahr die Krone aufgesetzt hat, der Ludwig, obwohl es geheißen hat, keiner darf mehr ungestraft die bayerische Krone tragen. Es hängt eben alles zusammen. Glauben Sie es, der Hauptbachbeister? Derartige Zusammenhänge mochten sich allerdings nur tief eingefleischten Royalisten aufgedrängt haben, die es dem Bayern-Prinzen Ludwig nicht verzeihen konnten, dass er sich im vergangenen Herbst eigenmächtig die Königskrone nahm, und das, obwohl der rechtmäßige König Otto, wenn auch geistig umnachtet, noch immer am Leben war. Das Fanal in diesen ersten Juli-Tagen lautete dagegen Sühne für Sarajevo, worunter sich der einfache Mensch manches vorstellen konnte, nur keinen Weltkrieg. Denn damit hat er ja bislang noch keine Erfahrungen gemacht. Er wusste kaum, woher mit einem Male dieses Wort gekommen war. Aber nachdem die Schandtat nicht bei Zeiten eine heroische Antwort gefunden hatte, ihre Behandlung sich vielmehr über geheime diplomatische Wege der Allgemeinheit zu entziehen begann, widmeten sich die Menschen wieder nach und nach ihren persönlichen Angelegenheiten, überließen sich dem Alltag. Militärischerseits gab es in der Haupt- und Residenzstadt jener Tage eigentlich nur ein herausragendes Ereignis, die 100-Jahr-Feier des königlich-bayerischen Infanterie-Leib-Regiments. Und selbst dieses Scharspiel hatte sich den Münchnern keineswegs kriegerisch dargeboten, sondern eher wie ein Volksfest. Auch die Sängerrunde der Münchner Schutzmannschaft konnte sich ganz unbedenklich ihrer friedfertigen Bestimmung hingeben, denn die Polizeiberichte hatten weniger Sträfliches als sonst zu melden, abgesehen vielleicht von den Auswirkungen eines erhöhten Bierkonsums, der seine Ursachen einerseits in der frühsommerlichen Hitze gehabt haben mochte, andererseits aber auch in dem Bedürfnis zu patriotischen Bekenntnissen, wofür der Alkohol schon immer förderlich war. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Meiner ist, dass es da einen Krieg gibt, Herr Kommissär. Ich habe jetzt mehr an unsere direktorale Nachbarschaft gedacht. Achso. Mit ihrer grandiosen Verwaltungsreform, bei der man sich hinten vor nicht mehr auskennt. Kaum hätten wir mal ein bisschen Luft, gleich muss alles reorganisiert werden, dass mir das nämlich hin und her überlegt. Mein Kleiner darf heuer mit in Sommer frischen fahren, nach Berchtesgaden mit die Gassen. Das ist nicht so das nicht. Aber schauen Sie, da kaufen wir jetzt einen neuen Anzug, einen schönen neuen Anzug und einen Haufen Zeug extra für Ehe und her nach. Wer weiß, es kostet ja alles sein Geld. Ich kann ihnen da auch keinen Rat geben, mit denen halt jetzt mal alles so weiter. Meine Frau hat für den August einen Tapezierer gestellt. Also, tapezieren wir, so gut sie will. Und wenn nicht, können wir es auch nicht ändern. Deine Mama, die habe ich gern nicht. Zuletzt hat sie ihre Engel ausgeschaut. So fein, wie auch so wachs. Aber wir drin waren bei ihr im Krankenhaus, der Beno und du und ich an dem Nachmittag. Und sie waren noch so fröhlich. Mit dem Fingerring hat sie immer an das eiserne Peckstall gelopft, weil wir so laut waren und haben gedacht, sie ist über den Berg. Und am anderen Tag war sie tot. Es ist schon manchmal eigenartig. Hättest du Angst vor sterben, wenn es ein Krieg gibt? Vielleicht ist in einem also Angst so im Allgemeinen hätt ich keine. Auch daheim oft als Bub. Wenn sie meine Leute oft, die haben sie oft so fürchterlich gekraft und geschlagen. Da hätt's mir auch oft nix ausgemacht, glaubst du? Sind sie immer noch so miteinander, deine Eltern? Der Vater ist schon ziemlich ruhiger geworden, der redet bloß nur mit dem Hund. Aber Stern, dem einem was hängt, sagen wir einem Menschen, den wo man gern hat, möcht man dann vielleicht auch nicht sterben. Ich hätt Angst. Du bist auch noch so jung. Du bist auch jung. Das Karussell, gell, das läuft schon ewig. Da sind mir schon als kleine Kinder gefahren. Ja. Und läuft noch immer. Ich möchte schon noch mal Kind sein. Aber dann auch wieder nicht. Wenn wir jetzt kleine Kinder waren, könnte die bei der Hand nehmen, auch wenn sie Karussell wagen steigen und fortfahren. Weit weg. Weil Kinder können sich so was vorstellen, als ob wirklich wäre. Wo darf man dann hinfahren? Vielleicht ins Gebirge oder wo du hinwächst. Das musst schon du bestimmen. Und du? Würdest überall mit mir hinfahren? Ja, ich glaube schon. Wenn ich sage mal, dass ich meine Militärzeit hinter mir habe. Nächstes Frühjahr. Und wenn ein Krieg kommt, bis dahin ist der auch vorbei. Leute mit den modernen Waffen dauert sowas nicht lang. Dann gehe wieder zum Beißbart in die Autowerkstatt und mache bei ihm meinen Meister. Und dann, wenn du 18 bist, komme ich vorgefahren mit dem Automobil. Und dann fahren wir irgendwo ins Gebirge oder? Wo und dann ist das aber die Wirklichkeit. Und nicht bloß so gespielt. Löser. Wenn ich sage, du bist um sechs daheim, dann bist um sechs daheim. Und treibst dich nicht im Englischen Garten umeinander. Wir haben uns bloß mit der Uferschau g'baut. Und euch seid auch g'gegangen, weil euch gesehen hab. Was ist denn das für eine Art und Weiß? Wie so ein Das kannst du mal machen, wenn du verlobt bist. Aber jetzt bist du noch ein Kind. Der Bibi ist doch ein bester Freund. Um das geht es überhaupt nicht. Und jetzt ist ein Soldat und muss vielleicht in Krieg. Ich hab nichts gegen Bibi. Aber wenn jeder meint, der kann sich was rausnehmen, bloß weil vielleicht irgendwann mal ein Krieg kommt, es wäre ein sauberer zuerstimmt. Man hatte den Krieg schon zu lange und oft in den Mund genommen, um ihn wieder ganz los zu werden. Aber auch schon zu lange und oft um vorbehaltlos an ihn zu glauben. Inzwischen hatten die großen Ferien begonnen und damit war auch die Abreise des Gymnasiasten Adolf in die Sommerfrische so nahe gerückt, dass sich sein Vater nun doch zu diversen Einkäufen entschließen musste, schon allein, um sich nicht vor den Gassen als Kleinlicht zu zeigen. Und wenn du eine Taschentähe kauft, dann möcht du auch dass das her nimmst. Ja, ja, da vorne ist der Ladenpapa. Was für ein Lohn? Was die Fahrtenmesser gibt. Geht so was ein Fahrtenmesser? Du wohnst doch da in einer Pension. Bloß anschauen. Da gibt es ein Beste der Henni und ich. So, und jetzt gehst du nimmer rein? Wir sind nach Landshut umgezogen, weil mein Vater da als Konrektor ist. Achso, da ist er her. Und, gefällt es dir dort besser? Ja, ganz gut. Ich muss in die Michaelskirche, da wartet meine Tante auf mich. Ja, dann lass dich noch nicht aufhalten. Fällt die gut? Auf Wiedersehen, Herr Grandauer. Ade, Servus. Servus, Henni. Der war auch allerweil so schlecht im Tunnel. Wo war denn das? Der Himmler Heinrich. So, ein freundlich Special. Nicht der Kerl. Auf dem Heimweg und schon im Besitz der notwendigen Ferienausstattung war Herr Grandauer mit seinem Sohn an der Feldhahnhalle vorbeigekommen, wo gerade die Wachparade aufzog und sie blieben förmlich in der Menschenmenge stecken, die sich dort mit einem Mal angesammelt hatte. Es schien, als ob sich halb München wie von einem Magneten angezogen dorthin begeben hätte. Und ebenso plötzlich wurden alle, die dort standen, von einer Woge patriotischer Gefühle erfasst und mitgerissen, wie viel oder wenig Sinn jeder Einzelne von sich aus auch dafür aufgebracht haben mochte. Was ist denn, Mädel? Hockst du da und stößt allein in den Tisch. Der Bifi muss wieder einröcken. Heute auf die Nacht. Ja mei, denk an deinen Bruder, der hat nicht einmal heim dürfen. Mei, erlaubst mir, dass ich einen Zug bringe, Papa? Was, einen Zug? Bei der Nacht? Um zehn Fahrt er. Na, geh, 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 am Bahnhof, wo sich so viel Gesindel rumtreibt. Bitteschön, Papa. Aber danach, geh, da fahrst man auf dem schnellsten Weg heim. Schreibst noch einmal. Ja, gleich wenn ich ankomme, ich möchte, schreibe dir. Und denk dir nix, Luisa. Es wird alles so, wie das gesagt hat. Und im nächsten Frühjahr bin ich wieder drauf. Schwerst es ist. Es war die Nacht des 25. Juli. Als die Grand Auer Luise kurz nach 10 Uhr wieder aus dem Bahnhof herauskam, war noch immer ein ungewöhnlich reger Betrieb auf den Straßen, selbst für einen Samstag. Die Cafés rundherum waren zum Bersten voll, überall hörte man Musik. Von den Telegram-Tafeln, die sich die Passanten drängten, nahm sie keine Notiz mehr, auch nicht von den Extra-Blättern, die an allen Ecken verkauft wurden. Österreich hatte seine diplomatischen Beziehungen zu Serbien nun endgültig abgebrochen. Aber was war das schon gegen den Abbruch einer Beziehung, wie ihn die Luise soeben hinnehmen musste? Gegen Mitternacht kam es im Café Farek zu einer regelrechten Schlacht, in der sich die Verteidigungsbereitschaft erstmals praktisch bewähren durfte. Ein paar Tage danach stand in der Münchner Post, durch ungeschicktes Benehmen des Kapellmeisters wurde die betrunkene und fanatisierte Menge wild und demolierte das ganze Lokal. Keine Fensterscheibe des Lokals blieb ganz, kein Tisch, kein Stuhl. Die Hotelgäste glaubten, ihre letzte Stunde sei gekommen. Sie flehten von den Zimmern Herabumschonung. Die Polizei hat sich als ohnmächtig erwiesen. Also ehrlich gesagt, Herr Gassen, ich weiß, eigentlich jetzt lieber, der Bub bleibt jetzt daheim. So wie das zur Zeit ausschaut, das, ja, ja, da haben sie auch wieder recht. Dass wir Mitte der Woche noch mal drüber reden, ja, ist schon recht. Und ein schöner Grüß an einer Frau, auf Wieder hören, Herr Gassen. Das ganze Polizeipräsidium ist wie der Hähnerstall, in dem sie ein Fuchsgeschlecher hat. Da haben sie jetzt schon wieder einen angeblichen Serben hat da geprügelt und der ist diesmal ein Grieche. Was ist denn der Dammberg? Er hat doch Griechisch gelernt in der Schule. Den haben wir da einen Streifendienst abgegeben, Herr Kommissar. Achso, ja. Also die Leute sind wahnsinnig in der Stadt. Der Berliner Handlungsreisende, den sie gestern nachbein geblüft hätten, weil er in seinem Suri Hoch Russland gesagt gesagt haben sie. Er behauptet nein, die anderen sagen ja. Der hockt noch alle drunten im Schaufferz immer und trauen sich nicht mehr raus auf Straße. Der Mann hat vollkommen recht, wenn er sagt, die Münchner haben sie wir, die Wandalen benommen. Aber die blären so laut aus Gmeiner Kunst, sie werden das folgen. Ja, Das ist eigenartig, wenn sowas mit einem Schlag da ist. Es wäre, wenn es der Wind da gewahrt hätte. Nein, die steckt alles bereits im Menschen drin. Da braucht der einen Grund liefern und schon lasst der Sau raus. Im Münchner Stadtanzeiger las man Weltkrieg oder nicht. Das ist eine hoch ernste wichtige Frage, vor welche unsere gesamte Diplomatie gestellt ist. Und die Beantwortung kann über das Wohl und Weh von Millionen Menschen entscheiden. Die helle Begeisterung in den Straßen auch unserer Stadt beweist, dass das Volk heute noch königstreu, gut bayerisch und gut deutsch gesinnt ist. Es will heute noch gerne kämpfen für König und Vaterland, aber wer beweist, dass dies noch lange so bleibt? Die Ungewissheit, das ist das, was einer millig aufreibt. Ich trink noch Schöpperl, ja? Nein, nein, wissen Sie, ich bin ja nicht so gewähnt an Wein, sind sie mir nicht böse, Herr Gassner. Sie, da haben Sie viel was versandt. Ja, ja, Geh, Fräulein, ja? Geh, bei Gelegenheit bitte einen neuner. Ja? Ja, das ist recht, Herr Hofotokar. Die Ungewissheit. Und ich sage Ihnen was, auf einmal ertappen Sie nämlich selber dabei, dass es am liebsten wäre, wenn endlich was passiert. Ja, da haben Sie recht. Es wird das ewige Hin und Her. Kommt was, kommt nix. Das ist das Allerschlimmste. Wie geht's genau so? Mein Vater, der hat sein Leben lang Angst und Tod gehabt. Bei jedem Katar hat er gemeint, er muss sterben. Und wenn er am Schluss da gelegen ist, mit Milzbrand, und man hat es ihm immer länger verheimlichen können, dass da hingeht, da war er auf einmal ganz zurück. Also, wissen Sie, ich weiß es nicht, aber, heute habe ich wieder eher den Eindruck gehabt, es geht an uns alles vorbei. Fragen Sie mich nicht, ich weiß gar nichts. Ich lese auch keine Zeitung mehr, weil jeden Tag was anderes drinsteht. Es war der 31. Juli, ein Freitag. Die beiden Herren hatten noch vor Einbruch der Dunkelheit das Lokal verlassen, ohne sich im Übrigen der geplanten Ferienreise wegen zu etwas Konkreten entschlossen zu haben, sie sollte lediglich um ein paar Tage verschoben werden, und so begaben sie sich, ein wenig müde vom Wein und einem langen heißen Werktag in verschiedene Richtungen auf dem Heimweg. Im Tal, kurz nach dem Rathaustor, geriet Herr Grandauer dann plötzlich wieder in eine Menschenansammlung, die von einem Tambour zusammengetrommelt worden war. Im Namen seiner Majestät des Königs wird hiermit die Mobilmahung der Bayerischen Armee bekannt gegeben. Ebenso hat seine Majestät der Kaiser die Mobilmahung der gesamten deutschen Armee und Marine befohlen. Das deutsche Reich befindet sich ab sofort im Kriegszustand. Hoorah! Schau her, auf deinen neuen Anzug. Jetzt gehst du den Ausguss hinter dir und putzt das gleich raus. Ja, mei, ist mir halt passiert. Weißt du, aber alles so neu schlägt, statt dass du langsam ist und mit Verstand. Du sag das irgendwie schicker. Naja, wir werden noch einmal jedes Stück trockenes Brot mit Andacht essen, mein Lieber. Aber geh Papa, nach dem Friedhof gehst du schon mit uns zum Modellungsplatz, was die Kanone aufgestellt haben, von den Franzosen, die sie erobert haben. Naja, den Anzug hätten wir uns auch da sparen können. Nächstes Jahr ist er draus gewachsen. Von Bena hat er endlich geschrieben. Geh, mach ihn auf, schnell. Wo hab ich denn meine Brüllen? Oh, da ist er. So, komm. Von Bibi war wieder nichts dabei. Ja, gib her. Nein, 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 da kommt schon noch was. Ist ja erst vier Wochen her. Naja. So, also lass ihn mal sehen. Lieber Vater, liebe Geschwister, ich will euch nur schnell... Ich will euch nur schnell ein paar Zeilen schreiben, damit ihr euch keine Sorgen um mich macht. Ich bin gesund und wohlauf, Gott sei Dank. Unsere Begeisterung ist noch sehr groß, obwohl sie schon etwas kleiner ist, weil die Franzosen sehr heftig zurückschießen. Das pfeift einem nicht schlecht um die Ohren und der eine oder andere fängt dann auf einmal wieder zum Betten an. Ganz so, wie man vielleicht gedacht hat, ist es nämlich nicht. Das möchte ich vor allem dir, lieber Bruder, sagen, dass du nicht alles glauben sollst, was in deinen Lesebüchern steht. Hast du das gehört? Ja, das weiß ich schon selber, was ich glaube oder nicht. Scheiße, Alter. Aber jetzt muss ich leider schließen. Seid alle herzlich umarmt und legt auch der Mama von mir ein paar Blimmerl aufs Grab. Euer Behnung. Wer auch auf einmal schreiben kann, der Bub. Also, weiter. Gehen wir nicht mehr lange rum, seid ihr fertig. Nehmt Gäskana, Adi. Ja, Papa. Dann gehen wir zuvor noch geschwind bei der Gärtnerei vorbei und könnten noch ein paar Blähen. Gehen wir wieder ein bisschen auf den Friedhof. Ja, ja. Trocknet ja alles Salz. Geh, ja. Jetzt dürfen sie bald einmal ringen. Ja, natürlich. Haben Sie schon was von Ihrem Sohn gehört? Ja, heute haben wir einen Brief gekriegt. Ja, geht es ihm gut? Er lebt. Und das ist im Augenblick Tatsache. Da haben Sie recht. Meil. Und was sagen Sie denn zum Lichtl, Bibi? Wieso? Zum Bibi? Wissen Sie das noch nicht? Gestern haben Sie seine Zeit im Milchlauen. Was ist denn? Dass er gefallen ist. Am ersten Tag gleich. Der nette Bub. Die Grandauers und ihre Zeit. Eine Geschichte in Fortsetzungen von und mit Willi Purukka. Zehnter Teil. Generationswechsel. Mit der Einsteigung und Türen schließen. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Einsteigen, Türen schließen. Dienstag, der 24. Februar 1920. Ein Personenzug aus Ulm war kurz nach vier Uhr nachmittags fahrplanmäßig im Augsburger Bahnhof eingelaufen und stand wenig später bereit zur Weiterfahrt nach München. Auf dem Bahnsteig das alltägliche Bild. Die Angekommenen drängten zur Perronsperre. Jeder schleppte sich mit irgendetwas ab. Koffer, Körbe, Pappschachteln voller Kostbarkeiten vielleicht. Kartoffeln oder Mehl oder Eier. Hamsterer. Jeder zweite von ihnen, das konnte man annehmen. Die Reisenden im Personenzug nach München schauten eher gelangweilt aus den Abteifenstern heraus. Man hatte sich nun ein Jahr lang an diesen Anblick gewöhnen können. Daran, dass nicht mehr Soldaten, Krankenschwestern, Feldküchen und diese ganze pathetische Hektik und Bitterkeit des Krieges das Bild der Bahnhöfe bestimmte. Es war wieder Frieden. Ein armseliger zwar, blass und noch auf dünnen Beinen, aber wenigstens ein Frieden gemessen am Krieg. Der Fahrdienstleiter war gerade im Begriff, das Abfahrtssignal zu geben, als ein älterer, etwas beleibter Herr durch die Sperre hastete und dann quer über die Geleise, um diesen Zug noch zu erreichen. Halt! Halt! Nichts, will du mit? Ja, lieber Herr, da wird es aber Zeit. Zweite Klasse! Das geht jetzt nimmer, das ist weit vorn. Da geht das rein. In die Meere geht das umsteigen. Ah, recht. Dankeschön. Jetzt hält es bald nimmer, der schnappt. Grüß Gott. Ist gut? Ist da noch frei? Ah, bitteschön. Ach so, Dankeschön. Der Herr, der hier notgedrungen in der dritten Wagenklasse Platz genommen hatte, war Kriminaloberkommissär Grüner von der Polizeidirektion München. Unaffällig, aber gediegen gekleidet, hob er sich schon deshalb von den anderen Fahrgästen ab, die der Mangel an Textilien offenbar härter betroffen hatte. Sie steckten fast alle noch in den gleichen groben, feldgrauen Stoffen, die eigentlich für die Vaterlandsverteidigung bestimmt waren oder ihr sogar schon gedient hatten und anschließend gewendet wurden. Nur der junge Mann vis-à-vis von Herrn Grüner sah anders aus. Was seine Kleidung betraf, so war sie auffallend bunt. Kariertes Hemd, grüner Sveter, die Hose blau und reichlich dünn für die Jahreszeit, auch die leichten Schuhe, denkbar ungeeignet für den Schneematsch. Wenn man dem jungen Mann in der ersten oder zweiten Klasse gegenüber gesessen wäre, hätte man vielleicht annehmen können, er sei Franzose. Die Art, wie er sich die Zigarette in den Mundwinkel klemmte und die Zeitung über ihm im Gepäcknitz, keine deutsche Zeitung, so viel war zu erkennen. Und die Mütze, die obendrauf lag, in Bayern sehr unüblich. Kunstmaler tragen sie allenfalls oder Literaten, Baskenmützen. Aber wiederum hatten die Franzosen soeben den Krieg gewonnen und folglich fuhren sie nicht dritter Klasse. Das bartlose Gesicht war im Übrigen auch nicht typisch französisch, im Gegenteil. Herr Grüner entfaltete seine Münchner Neueste, um es unbemerkt studieren zu können. Irgendwie kam es ihm nämlich bekannt vor. Aber woher? Er hätte ihn ja einfach fragen können, aber das war nicht seine Methode. Solche Herausforderungen schienen ihm gerade recht, um sein altes Hirn in Übung zu halten. Nach einer Weile legte Herr Grüner seine Zeitung auf die Knie, lehnte sich zurück und schloss die Augen, um nachzudenken. Da fragte ihn der junge Mann. Entschuldigen Sie bitte, dürft ihr vielleicht einmal in Ihre Zeitung schauen? Bitteschön, bitteschön. Selbstverständlich. War es die Stimme oder dieses etwas hölzerne Lächeln, das sein Gesicht um Mund und Nase herumfälschelte? Mit einem Mal fiel dem Kriminalkommissär ein, an wen ihn sein Gegenüber erinnerte. Jetzt muss ich Sie doch einmal was fragen. Sind Sie mir nicht böse. Sie erinnern mich nämlich irgendwie an einen alten Kollegen von mir. Der ist schon gestorben, aber vielleicht sind Sie mit ihm sogar verwandt. Könnte ja sein, nicht? Grandauer. Sagt Ihnen der Name was? Ja, allerdings Ludwig. Ja, Ludwig. Das war mein Vater. Ja, haben wir es doch gedacht. Also sowas auch. 17 Jahre ist Ihr Vater bei mir in der Abteilung gewesen. Und ich schaue gerne an die Augenpartie und wie Sie auf einmal den Mund aufgemacht haben. Wir der Vater. Ja, dann sind Sie der Älteste. Der Beno. Ja, und Sie sind der Herr Kommissar Grüner. So ist das, jawohl. Aber hat es nicht geheißen, Sie werden vermisst? Er hat mir doch seinerzeit den Brief gesagt, mit dem Vermerk. Ich war in Gefangenschaft. In Gefangenschaft? Ja. Mein Gott. Das, wenn er wenigstens noch gewusst hätte, dass sein Bub lebt. Ja. Er war so ein Mensch, der hat alles in sich hineingefressen. Und das hat ihn schon schwer gedrückt. Erst der Tod von der Mutter. Und dann das. Ja, ich weiß das auch nicht. Die Brüfte, die müssen alle verloren gegangen sein. Also von Le Mans. Da habe ich das erste Mal geschrieben. Im Dezember 18. Und da war ich noch im französischen Lazarett. Und dann von drunten, von der Provence. Immer wieder. Und heute im Januar habe ich die erste Antwort gekriegt. Von meiner Schwester. Auf Irrwegen, sozusagen. Ja, waren Sie inzwischen noch gar nicht da? Nein. Seit drei Jahren nicht mehr. Ich komme direkt aus Südfrankreich. Ja, gibt es denn das? Ja, aber... Die haben doch die Gefangenen schon im letzten Jahr freigelassen, hat es geheißen. Ja, das hat bei mir noch andere Gründe gehabt. Und dass ich so lange nichts gehört habe von daheim. Sie haben ja nach dem Tod vom Vater die Wohnung aufgelassen. Ja, das weiß ich. Der Preisingstraße und so eine alte Wohnung. Ja, ja. Meine Schwester ist verheiratet, hat es geschrieben. Das ist halt alles jetzt anders. Ja, ja. Vieles, ja. Eine ganz andere Zeit. Sie werden sich umschauen. Man kommt heim und kommt doch nicht heim. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ich glaube es ihnen. Wie alt sind Sie jetzt? 26 wäre ich auch. Haben Sie in der Fabrik arbeiten müssen bei den Franzosen? Nein, nein, in der Landwirtschaft. Gemüse, Obst, ein bisschen Wein. Bei Vaucluse, nicht weit von Avignon. Ja, das ist ja ganz drunten. An der Rhone. Deswegen sind sie so dünn angezogen. Haben sie gar nicht mehr daran gedacht, dass es bei uns noch kalt ist. Nein, nein. Das kann man da drunten schon vergessen. Und wie war die Behandlung? Sind sie recht schikaniert worden? Am Anfang war es nicht leichter. War es nicht leichter. Aber im Laufe der Zeit. Das sind ja ganz anders die Leute. Also wir droben im Norden. Die Post du Nord. Du wirst da drunten sagen, das sind ja für die Südländer alles Germanen. Wie die Deutschen. Die wissen ja von dem Savoie-Vivre. Die wissen doch überhaupt nichts. Ah, französisch hat er auch gelernt. Ja, ein bisschen. Aber da drunten, da könnten wir schon leben. Wären sie gern dort geblieben? Ja, so kann man das auch wieder nicht sagen. Na ja, es ist ja auch oft eine Frage der persönlichen Beziehungen. Auch, ja. So eine nette kleine Französin zum Beispiel. Wäre schon möglich. Aber es geht halt nicht immer so. Jetzt fahre ich erst einmal heim und schaue, ob sie mich da überhaupt brauchen können. Das finde ich auch. Tüchtige junge Leute brauchen mich überall. Na ja. Sie haben sich nicht einmal als Fotograf gelernt vor dem Gräupt? Ja, ja. Beim Hoffotografen Gassner. Ah, der ist glaube ich auch gestorben, der Gassner. Das Geschäft haben sie jedenfalls nicht mehr. Die Schwester hat mir das geschrieben. Ja, und mit dem Hof ist sie jetzt auch vorbei. Wir sind jetzt eine Republik. Hab ich gelesen, ja. Wir kennen es bloß noch nicht gescheit. Da muss ja allerhand los gewesen sein im vorigen Jahr. Allerdings, ein Tohuwabu, da haben sie nichts versandt, mein lieber Freund. Mord und Totschlag. Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. So ist da Politik gemacht worden. Sind Millionen im Krieg umgekommen, geht's auf die paar Tausend auch nicht mehr zusammen. Grauenhaft. Jeder Strieze hat gemeint. Er kann sich auf seine politische Überzeugung rausrennen, wenn er einem anderen das Radl gestohlen hat. Hat er da recht viel mitmachen müssen, mein Vater? In der Zeit, also bevor er gestorben ist. Der Vater? So ein korrekter Mensch wie der, das können Sie ja denken, dass der nicht glücklich war, wenn einer 30 Jahre lang bloß auf Ruhe und Ordnung bedacht war. Auf das war er eingesporen. Das war seine einzige Politik und an die hat er auch geglaubt, der Grandauer. Ich sag's Ihnen ehrlich, ich war froh für ihn, dass er die allerschlimmste Zeit nicht mehr mitgekriegt hat. Da war er schon im Krankenhaus, Ende März 19, nachdem sie den Eisner umgebracht haben. Das werden Sie ja gar nicht wissen. Unseren ersten bayerischen Ministerpräsidenten für zwei Monate. Ja, ich hab schon Verschiedenes drüber gelesen in Frankreich über Nationalismus und über Militarismus. Dass mich auf diesen auf eigentlich gar nicht so recht heimgezogen hat. Werde auch nicht alles stimmen, was die Franzosen über uns schreiben. Und mit dem Nationalismus, da drehe ich die Hand nicht um. Bloß, dass die halt mit dem Irren am Krieg. Als der Zug schon in der Abenddämmerung den Vorort Pasing hinter sich gelassen hatte und allmählich in den Stadtkern von München kam, vorbei an den altbekannten, rußgrauen Häuserfassaden, den Schloten und Türmen und Brauereigebäuden und dann gemächlich über das weite, von Signallampen und Laternen funkelnde Rangierfeld zockelte, da packte den Grandauer Benno eine seltsame Unruhe. Jetzt ging es ihm auf einmal nicht mehr schnell genug und er wäre dem Zug am liebsten ein Stück vorausgelaufen. Der Kriminalkommissär hatte genügend Mitgefühl, um sich vorstellen zu können, was in einem jungen Menschen vorgehen musste, der nach so langer Zeit wieder nach Hause kam. Und er verstand es sehr gut, dass ihm jetzt nicht mehr nach einer Unterhaltung zumute war. Danach gingen sie schweigend nebeneinander her durch den Münchner Hauptbahnhof und der Benno spürte weder den Koffer, den er trug, noch den schneidend kalten Wind, der durch die Halle zog. Er hatte schon von so vielem innerlich Abschied genommen, was ihn einmal mit dieser Stadt verbannt, hatte sie eher tot und leer erwartet. Aber das, was ihn draußen vor dem Bahnhof empfing, war eine Menge Leben. Die Stadt war noch die alte und das Pflaster, auf dem er stand, war dasselbe, über das er tausendmal als Bub gelaufen war. Und drüben, das Kaufhaus, war wie damals heller leuchtet. Das Klingeln der Straßenbahn hörte sich noch genauso an. Die vorbeieilenden Passanten hatten die gleichen mürrischen Gesichter, aber alle lebten und liefen herum und waren seine Landsleute. Da traten dem Benno fast die Tränen in die Augen. Na, was sagen Sie, so eine Stadt ist wie eine Katze. Die hat mehrere Leben. Wissen Sie noch, wie Sie heimkommen? Ja, ja, freulich. Nach Heidhausen, haben Sie gesagt. Nehmen Sie am besten einen 19er. Nein, nein, ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß. Ja, dann wird es Ihnen wenigstens warm. Ja. Also, wenn Sie wollen, gehen wir ein Stückchen miteinander. Ja, die muss in die Etzstraße. Ja, freilich, gern. Aber lassen Sie ihn noch nicht täuschen, Herr Grandauer. Das, was Sie jetzt sehen, ist bloß außen. Innen drin schaut es anders aus. Am Stachus hatte der Benno dann auf einmal ein starkes Verlangen, in die öffentliche Bedürfnisanstalt zu gehen, weil das der Ort war, wo ihm sein Vater früher oft in gleicher Verrichtung so menschennah und wesensgleich zur Seite gestanden war. Da sind wir auch einmal gestanden, der Vater und ich. Und dann hat er gesagt, nach Ihnen, Herr Kommissar. Verwechst du? Ja, ja. Viertel nach sechs. Die Innenstadt war üppig beleuchtet, alle Fahrzeuge fuhren mit Licht, die Schaufenster zeigten sich anbiedernd hell. In der Neuhauser Straße hinter St. Michael blieb Herr Grüner stehen. So, ich bin jetzt da. Und Sie werden jetzt heim wollen. Sonst hätte ich gesagt, wir essen ein paar Würstchen miteinander in der Polizeikantinie. Ja, nein, das ist ja nett, Herr Kommissar. Also, ich würde schon lieber heim wollen, aber heim. Ich muss ja jetzt selber erst einmal schauen, wo das ist. Und wie das ist, sind Sie mir nicht besser, Herr Kommissar. Nein, 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 das ist doch selbstverständlich. Weiß Ihre Schwester, dass Sie heute kommen? Ja, nein, es ist ja alles ein bisschen Hals über den Kopf gegangen. Wissen Sie aber, ich habe ja hier eine Adresse in der Kirchenstraße. Das ist nicht weit von unserer alten Wohnung. In der Bäckerei hat es geheiratet. Da haben wir uns als Buben schon unsere Waschauer gekauft, wenn uns der Papa Geld genommen hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Grandauer. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Nein, nein. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie zu mir kommen, jederzeit, schon am Vater zu lieb. Ratschen wir ein bisschen miteinander. Vielleicht kann ich Ihnen doch das eine oder andere sagen. Dankeschön. Ich kann mich sehr gerne. Bitteschön. Bitteschön. Unter dem Brief, dem ihm die Schwester geschrieben hatte, waren auch ein paar Zeilen von seinem jüngeren Bruder Adolf, in denen er ihm mitteilte, dass er jetzt studieren würde, Jura, und dass er sich sehr für die Erneuerung des Vaterlandes interessierte. Der Bender konnte sich darunter nicht viel vorstellen. Als er den Adolf zum letzten Mal sah, im Sommer 1917, war er noch ein Gymnasiast, klein und kurzsichtig und immer noch so eifrig, so beflissen wie früher. Vor dem Krieg, als die Familie noch beisammen war, hatte sich der Benoni sehr stark mit ihm verbunden gefühlt. Draußen im Feld musste er manchmal an ihn denken, aber eigentlich nie mit der gleichen Sehnsucht wie an die anderen, die Schwester, den Vater, die Gassners. Und auch jetzt, auf dem Weg durch die Stadt, war es eigentlich weniger der Gedanke an den kleinen Bruder, der ihn anheimelte. Es eilte ihm nicht. Vielleicht war es sogar besser, erst nach Ladenschluss anzukommen. Es störte ihn auch nicht, dass es etwas zu schneien begann. Das Nationaltheater war festlich beleuchtet. Candelaber spiegelten sich im Lack der Limousinen, die über die Auffahrt zum Portal fuhren, eine an der anderen, und Pelze, elegante Garderoben, Fracks und Zylinder, und natürlich auch die Leute, die sie zu tragen imstande waren, ganz nahe und trocken an die Kultur heranzubringen. Was hatte der Benno da bloß immer gelesen in den französischen Zeitungen, von der gerechten Strafe, der Not und dem Elend der Besiegten, Theater auch auf der anderen Straßenseite und Limousinen und Garderoben. War denn an ihnen alles spurlos vorübergegangen? So wie die Menschen im Zug. So hatte er sie alle gesehen, wenn er an Deutschland dachte, an sein Vaterland, für das er vier Jahre im Dreck lag. Aber vielleicht lagen die Herren in den dunklen Ulstermändln damals auch im Dreck und hatten nur ein Jahr Vorsprung, sich wieder zu reinigen. Er hätte ja nicht unbedingt so lange in Südfrankreich bleiben müssen. Es war ja auch wegen Paulette. Da, wo es rechtsab durch die kleine Seitengasse zum Hofbräuhaus ging, standen mehrere Schutzmänner und beobachteten freundlich gelassen die zahlreichen Passanten, die offenbar alle dorthin wollten. Keine Limousinen, keine Abendgattroben, derbere Gestalten, vielleicht eine Volksbelustigung. Links dann, ein Stück weiter, so wie eh und je, der alte Zwinger zur höheren Bildung verurteilter Knaben, das Wilhelms-Gymnasium, in dem der Benno drei Jahre lang beinahe ebenso gelitten hatte, wie später im Schützengraben und auch ebenso vergebens. Jetzt konnte er darüber lachen. Draußen in Heidhausen zog es ihn als erstes in seine alte Straße, die nach dem Grafen Preising benannt war und wo gleich am Anfang im Haus Nummer eins der kleine Mann mit der Nickelbrille und dem runden Gesicht gewohnt hatte, der Musiker, über den die Mutter immer ganz ehrfürchtig sagte, Geldkinder, den müsst zwei grüßen, den Herrn Reger, der ist nämlich der Orgelspieler von der Johanniskirch. Ja, und dann stand er auf einmal wieder vor derselben schweren, eichernden Haustüre, die von außen immer und auch jetzt wieder so herausfordernd blank gewachst war, dass man sie als Bub kaum ertragen konnte, ohne wenigstens mit dem Fingernagel daran zu kratzen. Stand da und rechnete sich aus, wie oft er wohl durch sie schon ein- und ausgegangen sein konnte und er kam überschlagsweise auf 20.000 Mal. Suche Sie wen? Nein, nein, ich schaue bloß. Guten Abend, Frau Geschmessner. Hier sehe ich aber nichts, bei der er Finstern ist. Kenne ich ihn? Ja, ich glaube schon. Jetzt muss ich schon dumm fragen. Seien Sie nicht? Ja, ja, freilich ist es. Der Grandauer Benno, gell? Ja, ja. Ja, so eine Überraschung. Der Grandauer Benno. Ja, lass dich nur gerade anschauen, Bub. Ich habe gar nicht gewusst, dass du noch lebst. Ja, nein. Ja, es hätte auch leicht anders sein können. Bist du schon lange da? Ja, gerade bin ich gekommen. Aus Frankreich. Nein, aus Frankreich. Ja. Jetzt gerade erst. Ja, weißt du am Ende noch gar nichts. Ja, ja. Meine Schwester hat mir alles geschrieben. Mä, jetzt stehst du da und alle sind zu fort. Ja, da kann man halt nichts machen. Ja, so ist das Leben. Ja. Ein Beamter wohnt jetzt rum vom Abwicklungsamt. So. Komische Leute. Wer spielt denn da ein Klavier? Der Freien Liebknecht? Freien Liebknecht. Immer noch. Haha. Ewig und drei Tage. Die müsste schon 100 sein. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht vertreibt sie einen Tod mit ihrer Klimperei. Sieben Uhr abends. In der Kirchenstraße, nicht weit von ihrer ehemaligen elterlichen Wohnung, stand die Luise noch immer im Bäckerladen. Und das ging so seit sieben Uhr in der Früh. Deshalb war sie auch nicht mehr ganz so freundlich, wie man das sonst von ihr kannte. Vor allem solchen Kunden gegenüber, die jedes Mal eine Minute vor Ladenschluss kamen. Ja, mei, da können wir auch nichts dafür, wenn das Mehl allerweil teurer wird. Das Glanz, wie froh mein Mann wäre, wenn der wenigstens für den Preis so viel kriegt, wie er braucht. Maxima 20, bitte. Können Sie es recht machen? Ja, ja. Wird ja alles teurer. So, danke. Dankeschön. Na. Das ist ja... Ja, Benno! Ja? Ja, Benno! Ja, Benno, dass du noch wieder da bist. Grüß dich. Nein, Benno! Löse. Grüß dich, gut. Du, ich kann es überhaupt noch nicht glauben. Max! Max! Geil! Mein Bruder ist da, der Benno! Er war sehr vorsichtig gewesen mit seinen Erwartungen, weil er eine Heidenangst vor Enttäuschungen hatte. Er kannte den Schwager ja nicht und die neuen Verhältnisse, in denen seine Schwester jetzt lebte. Aber als er dann in den warmen Laden kam, der ihm ja noch aus seiner Bubenzeit her in Erinnerung war und in dem es immer so angenehm roch, so weihnachtlich, und er sah die Luise mit ihrem hochgesteckten Zopf, dem schmalen, verschlossenen Gesicht und ihrem kleinen, etwas vermotzten Mund, der manchmal so urplötzlich aufplatzen konnte wie eine Kastanienschale, wenn sie lachte, so wie jetzt, gerade raus und herzlich, da war der Benno wieder daheim. Siehst du das? Unser Hansi freut sich auch. Der Hansi. Der sind sonst nie bei der Nacht. So, so. Jetzt komm, iss halt dabei ein Butterbrot, bis Abendessen fertig ist. Nein, 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 nein. Lass deine Zeit. Ich hab schon was dabei gehabt. Du weißt, wir können natürlich schon manchmal so ein bisschen was teuscheln. Was teuscheln? Durch das, dass wir halt die Bäckerei haben. Ach so, teuscheln? Du darfst einmal nicht haben bei uns. Nein, nein, doch. Hätte gar keine Angst. Ja, und den Adi, den hast du also auch bei euch unterbracht? Ja, ja. Ja, aber nicht mehr lange. Der kriegt jetzt ein Zimmer beim Kameraden. Aha. Bitteschön, wenn er mornt. Naja, ist er immer noch so ein Streber. Der, der hat's gerade notwendig. Als Bäder lauf alle Suppen. Wo ist er heute gegangen, Max? Ich komm gleich. Auf irgendeiner Versammlung, glaube ich. Im Hofbreihausen. Ah, da bin ich zuerst vorbeigegangen. Ein Haufen Leute. Und allerweil politisch. Dauernd hat er das politische Zeug im Kopf. Du, da sind wir uns da schon öfter in den Tag gekommen, deswegen. Ja, so. Du weißt, mit dem überhaupt kein normales Wort mehr reden kannst. Okay. So, das Kind ja, dein Mann. Das ist jetzt der, den wir eigentlich für unser erstes Kindstorf aufgekommen haben. Ah, geh, den braucht es aber doch nicht wegen mir. Ach, die werden ja aufgemacht, das ist doch ein Ereignis. Ja. Hast du einen Stopsel zu erlösern? Ja. Ist schon mal so weit. Mit der Kindstorf, meinst du? Ja. Nein, also für das haben wir noch keine Zeit nicht, gell? Vor Zeit. Gewiss nicht. Also ich muss fest miterarbeiten, ins Haus, einen Lohn und meine kranke Mutter. Da weiß sie auf der Nacht schon was gemacht hat. Heißt du ja nicht, nicht Hitler. Wer? Ja, da wo der Adi halt hingegangen ist. Nein, nein, nicht Hitler. Hitler. Gib her, ich mach ihn schon auf. Na ja, der Hitler, das ist auch Wurst. Adolf, also Adolf, lauter so Propheten, wissen Sie, dann können sie alle nichts. Was sagt sie mal, ihr werdet doch mit Sie zueinander sagen. Erst werdet angestoßen. Gut. Jetzt haben wir uns so lange nicht kind. Na ja, als Buben meine sind wir uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ja, ich meine schon auch. Also, auf deine gesunde Heimkehr. Ja, und dass du dich wohlfühlst bei uns, gell? Ja, Prost Schwager. Prost Schwager. Schwager. Prost Lieserl. Prost. Lass sie mich halt ganz verhungern. Ich hab noch nix gehabt. Mom geht wieder um. Mein Gott, die Frau und ihm Nachthämmert. Ja, hast du dir noch nix gegeben. Freilich, werdet sie halt wieder weggeschüttet haben. Ich bin vielleicht noch alle Wein da, gell? Wenn sie meinen, dass ich schon nimmer da bin. Ist schon gut, Mama. Ich bin vielleicht schon noch da. Immer wieder in dein Bett. Ich möchte auch was von dem Wein da haben. Von dem Wein da. Ja, gib ihr halt was. Kriegst du was, Mama? Die hört nicht gescheit. Das ist der Bruder von der Luise. Von ihr. Der Bruder. Grüß Gott, Frau Gretner. Ja, jeder kriegt was in deinem Haus. Ja. Alle hoffen sie an den Tischen. Steu bringen sie auf den Kettnitzkuhl. Das darfst du nicht ernst nimmer, Benno. Sie ist nimmer ganz beieinander, weißt. Ach so. Ja. Sakradi. Es ist alles wieder. Guckt, wenn ich meinen Pion stehe wieder auf, das hat der Teufel gesehen. Ah ja. Vom Krieg? Ja. Holt's. Unterhalb am Knie. Oh nein. Da habe ich noch ein Messel gehabt. Wie geht denn das mit deiner Arbeit? Na ja, ich habe schon noch einen gesehen, weißt. Der macht halt dann die schweren Sachen an den Seggschleppen und sowas. Ja. Das ganze Bett. Waschnuss. Ja, bring ja einen Wein, dass er Ruhe gibt. Feili. Geh, iss halt der Wein mal ein Butterbrot. Na ja, Feili greif zu, da kommen wir jetzt. Ich habe keinen Hunger. Dankeschön. Danach. Ja, ja, der Krieg. Wie schmeckt der Wein? Der Verriggte. Obwohl andererseits hätte ich nachher Sie vielleicht nicht gekriegt, mein Löserl. Da habe ich mir halt für Sie einen Hax ausgerissen. Sagt mir doch so. Ja. Dass man sich für wen einen Hax ausreißt. Ja, so sagt man das. Im Garnisons-Lazareth habt ihr euch kennengelernt. Mhm. Hat es mir geschrieben. Wo sie als Schwester war. Ja, ja. Hilfsschwester. Bochampalausland, so eine Sachen, weißt. Meine, meine Engelsgeduld hat es gehabt. Acht Monate bin ich da drin gelegen. Danach war der Schwindel auch vorbei. Ja. Und die? Die haben die Franzosen geschnappt. In Flandern. Bei Armantier. Im April 18. Du hast einfach die Hintauche gekommen und vorbei war's. Ich bin liegen geblieben. Hast du recht gehabt. Ich hätte vielleicht schon noch können. Also, also rein körperlich. Nicht wahr? Aber, es war kein Wille mehr da. Das war wie, aus. Finde ich, ein Tank, wenn ich gekommen war. Ich hätte mich von dem überrollen lassen. Wie ein kleiner Bub, gell? Der sich in die Hosen macht. Ja. Solange du es aufgeholt hast, auf einmal lasst du es laufen. Das ist gut, ja. Ich bin in dem Granatrichter drin gelegen. Mhm. Auf dem Bauch. Im Schlamm. Im Schlamm? Ja, das war schon so ein ähnliches Gefühl. Ja, ich war als ein kleiner Bub, wenn man sie in die Hosen gemacht hat. Das ist ganz gut. Da wird sie auch ganz wohlig und da möchte man sich nachher gar nicht mehr rühren. Wo ist das bei einem Sturmangriff? Für nix und wieder nix. Vor und zurück und vor und zurück um 500 Meter Boden. 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 Eine Mondlandschaft. Kein Baum. Kein Gras mehr. Ein Trichter am anderen. Alles aufgeholt. Der Sofa sind sie drinnen im gelben Schlamm. Der stiegt reingewalzt von diesem pausenlosen Trommelfeier. Dass du das gar nicht noch gesehen hast, bist du bloß noch drüber geredet über die Menschen. Da hast du auf sie noch drauf geschmissen und dann haben sie sich vielleicht noch ein bisschen geredet, nicht? Weil es noch nicht ganz verregt waren die Menschen. Die Menschen. Material war das. Keine Menschen. Nein. Keine Menschen. Die Ohnen Herren, die haben damit eher eine Versuche gemacht. Wem das sein Material eher kaputt geht. Nein, nein. Geh. Hör mal auf, Max. Ja. Ah ja, dir sag ich auch. Naja, mich nicht, aber deinem Bruder, dem kannst du das sagen. So, jetzt ist es wenigstens wieder trocken. Nein? Hauptsache, gut unterhalten. Ja. Ja. Ich will dir gerade den Witz verzeihen von den zwei Bauern, wo der eine einen Frosch sieht und sagt zu dem anderen. Okay, du Allerwein, mit deinen dummen Witz. Nein, nein, lass ihn doch. Jetzt macht er mal Platz, jetzt werden wir nicht mehr. Ah, der passt jetzt gerade so schön. Also pass auf, wenn du den Brot frisst, sagt er, kriegst du einen Mangel. Abgemacht, sagt er. Frosch, meinst du? Ja, fangt an zum Fressen. Der zwingt ihn aber nicht ganz eng, weil er nicht so furchtbar graust. Nach einer Zeit, sagt er zu seinem Spezi, jetzt pass auf, wenn du den Rest selber frisst, dann kannst du den Mangel behalten. Na der, nicht faul, frisst ihn auch. Frisst ihn auch. Aber was meinst du, am Schluss bleiben es nicht alle zwei. Der erste Bauer, der Schlaue mit der Idee, der sagt zum anderen, Ja, Gruzifix, für was haben wir jetzt mir eigentlich den Frosch gefressen? Das ist ja ganz gut. Ja, für was haben wir den Frosch eigentlich gefressen? Ja, das ist ja ganz gut. Das ist wirklich ganz gut. Ja, ja. Ja, so ähnlich kommt mir das auch für. Für was? Bei den Kreidmeiers, die normalerweise in der Früh um vier Uhr aufstehen mussten, war es ganz unüblich, so lange aufzubleiben. Aber der Benno war angefüllt mit tausend Fragen. Und der Wein machte ihn, im Gegensatz zu den anderen, auch nicht müde, weil er sich in Südfrankreich schon etwas daran gewöhnt hatte. Die beiden wollten ihm ja auch nicht das Gefühl geben, dass er in ihrem Haus nicht willkommen sei. Und deshalb trat die Luise ihrem Mann jedes Mal vorsichtig gegen das Holzbein, wenn er so abwesend mit dem Kopf wackelte. Hey, Hilfe. Stimmt das? Ja, ja. Ja, aber die geht ein bisschen vor. Gell, wenn sie fein das Bild wollt? Nein, nein. Nein, nein, also so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, und diese Mondgeschichte vom Pap, wann hat er die angefangen? Nein, so genau haben wir das auch nicht rausgebracht. Er hat ja nie was gesagt. Weißt doch, wie unser Vater war. Er ist bloß allerweil noch Mägerer geworden. Und Fahlingssicht. Nein, aber damals sind viele Leute schlecht ausgeschickt. Und dann habt ihr ihn ins Krankenhaus getan? Ja, ist noch schon selber gegangen. Dann haben sie ihn gleich dort gehalten. Max? Ja? Du, vielleicht macht der Benno noch ein paar Platzchen. Achso, ja. Nein, nein. Geh, nein, das braucht es. Ich schau schon einmal nach. Geh, bleib da, Max. Nicht wegen mir. Benno, er muss zwischendurch einmal ein bisschen aufstehen. Das ist uns gut für seinen Blutlauf. Haben sie ihn dann operiert? Ja. Es war aber schon zu spät. In der Chirurgischen. Und danach haben wir ihn nicht einmal besuchen können. Mein Lieber, das war was. Da haben sie überall geschossen. Schon? Maschinengewehr. In der Schillerstraße. Und die Landwehrstraße rauf. Überall. Wie die Bläden. Ah. Auf Zivilisten auch? Na, freilich. Hat sich doch überhaupt keinen Menschen mehr ausgekennet. Die haben einfach geschossen. Waren ja selber keine Soldaten. Die einen, die die Räte der Republik gemacht haben. Und die anderen, die haben auch geschossen. Genau so. Die vom Freikor. So was. Der Adi natürlich, der wollte da durch. Ja. Dann ist auch an der Hauswand entlang. Auf einmal hat sie wieder das Rad her angefangen. Und er rennt und fällt über den Schneehafer drüber. Er weiß doch schon seit Wochen keine Straßenreinigung mehr gegeben hat. Und bei der Gelegenheit, da verliert er auch noch seine Brüllen. Nein, der Adi. Dann hat der Adi in den Hausgang reingezogen und hinten durch den Hof wieder zurückgeschickt. Und das war ausgerechnet ein Rad. Ein Adi. Ich hab direkt lachen müssen. Ein Adi ohne Brüllen. Ob das ja eigentlich gar nicht zum Lachen ist. Nein, wirklich nicht. Jetzt muss er in die Hand kommen. Nein, also Leute, da schreckt's nicht. Der Adi hat einen aufs Auge gekriegt. Für seinen Namensvetter. Das ist doch ganz unwichtig. Erst muss ich mal meinen Bruder begrüßen. Ja, grüß dich gut. Ja, du, wie geht's dir? Als Haus. Ja. Ich freu mich, dass du wieder da bist. Ich freu mich ganz von Herzen. Ich freu mich auch. Adi. Du, das schaut fett böse aus der Auge. Das ist ja ganz blau. Ja, aber sein Brüllen ist ganz blöd. Ja, ja, die hab ich schon vorher runtergetanzt. Gewachsen ist er. Gewachsen. Der Zwetschgerl. Spät wächst er, aber er wächst. Auf der Straße, glaube ich, wäre glatt, dann ich hab'n vorbeigogen. Also, ich mach' dir gleich mal eine Essig-sauere-Tour-Ede. Das ist mir zur Schuld. Die Luise hat immer alle Fäden in der Hand mit Mama. Ja, ja, die Luise. Ich weiß nicht, was dein politischer Schumann. Deutschland erwache, aber ich muss mich hierhocken, seit's mir nicht böse. Ja, und du? Hast du alles gut überstanden? Ja. Keine größeren Verluste? Keine größeren Verluste. Also, keine äußerlichen. Alles dran. Im Gegensatz zum Max. Der Xe war übrigens auch dort. Aber auf der anderen Seite. So, das ist seine Sache. In seiner Freizeit kann er machen, was er mag. Und, wie geht's mit deinem Studium? Alles bestens. Bis auf einige Dozenten, die sind eigentlich schon tot, aber man hat's wieder ausgegraben. Mit freundlicher Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Aber die Versammlung, was du heute gewesen bist, die hat ja nicht direkt was mit deinem Studium zu tun. Das hat mit Politik zu tun. Und Politik hat mit allem zu tun. Also auch mit deinem Studium. Aha. Und dein blaues Auge, hat das jetzt mehr mit deinem Studium oder mehr mit deiner Politik zu tun? Das hat mit der Dummheit gewisser Leute zu tun, die aus Deutschland eine bolschewistische Sowjetrepublik haben wollen. Ja, also, wenn du jetzt politisieren willst, dann geh ich in mein Bett. Er hat mich gefragt, Max. Ja. Ja, ich glaub, wir müssen jetzt alle ins Bett. Wir müssen in der Früh wieder raus und ich werd mich dann mal ein bisschen umschauen, Max. Gell? Damit ich euch nicht so lange zur Last fäll. Na geht, das wär doch noch schöner. Du kannst bleiben, so lange, wie es du magst. Dankeschön, Max. Aber das... Lagen, Beiner. Na, der Toni. Komm reinge. Nein, nicht, der Sterl. Komm reinge und lass dich anschauen. Vielleicht hast du auch einen Applaus auch. Nein, eigentlich nicht. Wir sehen uns ja danach noch bei Nacht. Ja. Nach, Max. Bitte. Gute Nacht, Adi. Und vergiss deine Umschläge nicht. Toni, jetzt kommen wir jetzt rein. Weiter. Also, das ist mein Gesell. Das ist der Schöpf-Toni und er, das ist der ältere Bruder von der Luise. Er ist heute aus der Gefangenschaft gekommen. Servus. Servus. Jetzt, erzähl mal, was war denn los? Habt ihr euch doch recht unbeliebt gemacht. Mei, die Pfiffe haben wir halt ein bisschen. Und davon war alles losgegangen. Die zwei, der Adi und er, jeder weiß den richtigen Weg. Der eine sagt links rum, der andere sagt rechts rum. Dabei laufen es alle zwei hinter ihm her. Und streiten der ist und schlau der Herrin und alles und da und doch. Ich weiß, dass ich mal sehen bin, was eine Demokratie ist, wenn sie die Deutschen in die Hand nehmen. In diesem Winter 1920 hatten die Lebensverhältnisse in der bayerischen Landeshauptstadt noch manchen Kompromiss erzwungen. So zum Beispiel auch den, dass der Student Adolf seine Bude direkt neben der des Bäckergesellen Toni hatte. Und weil die beiden Buden zu heizen waren und von der Hausfrau überdies mit frischer Wäsche und etlichen anderen notwendigen und angenehmen Dingen versorgt wurden, endeten dort wie von selbst alle noch so dringlichen Richtungskämpfe. Der Benno war einstweilen bei seinem Bruder einquartiert worden und da lagen sie nun, wie sie das schon von früher her kannten, als sie auch einmal vorübergehend ein Bett miteinander teilen mussten, versetzt mit den Köpfen gegenüber, wie die Ölsardinen. Der ist irgendwie faszinierend, der Mann. Weißt du, der macht wenigstens einen Mund auf. Der spricht das aus, was jeder anständige Deutsche als Schmach empfindet. Versailler Vertrag, Knechtschaft. Es ist doch die Rache des internationalen Weltjudentums. Was wollen die denn? Aus Deutschland sowas wie wie einen Balkanstaat machen. Kullacken. Und das wird dir da auf einmal klar. Der Zusammenbruch der Heimat, bolschewistische Weltrevolution. Nicht die Front hat versagt. Nicht die deutschen Soldaten haben versagt. Wir hätten ja den Krieg gewinnen können. Einwandfrei. Das sagen Experten, Leute aus der Generalität. Du, das ist bewiesen, Benno. Ja, ja. Wir haben uns ja alle freiwillig gemeldet. Unsere ganze Abiturglas. Ich war Bremskanonier. Feldkanone 98. Kennst du ja wahrscheinlich. Gegen die Roten. Gemeinsam mit der Einwohnerwehr. Du, da hast du auf einmal gespürt, was in dem deutschen Volk noch alles drinsteckt. Fabelhaft. Wenn es nicht wegen meinem Studium gewesen wäre, weil die Arschlöcher verlangen doch Seminarscheine. Ich wäre auch jetzt noch einmal mit ins Ruhrgebiet. Na ja, du wirst dich vielleicht wundern. Aber ich bin nicht mehr bloß der Streber, für den sie mich immer gehalten hat. Das ist meine Überzeugung, Benno. Deutschland darf nicht untergehen. Könntest du das ertragen? Sag einmal, ehrlich. Schlafst du? Wer schläft? Der große Bruder. Auch in den darauffolgenden Tagen war der Grandauer Benno mehr mit der eigenen Zukunft beschäftigt als mit der des Vaterlandes. Der erste Eindruck, den er an dem Abend bei seiner Heimkehr nach München gewonnen hatte, war bald einer nüchterneren Einschätzung gewichen. Menschenschlangen vor den Versorgungsämtern und vor der Arbeitsvermittlung, zigtausende von Arbeitslosen und Fürsorgeempfängern, Wohnungsnot und Lebensmittelknappheit. Das also war die Wirklichkeit für das Volk, für Menschen wie ihn. Ich muss einmal so meinen Schwager gehen, den Kuhlbeckstraß. Der haust mit seiner Frau und zwei kleinen Kinder in einem Zimmer. Das ist so groß wie bei uns eine Scheiße. Halt, 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 langsam, langsam. Die Lärme darfst du nicht so weit hintere schießen in den Ofen. Nicht so weit? Nein. Sonst kannst du es dir nachher als Kuhlverkaufen. Ach so, hat es da hinten mehrere Hütte. Ja. Dann schau dir mal rein in die Massenquartiere. Deutschen Kaiser. Oder bei den Oberpolinger. Dann weißt du, was geschlagen hat. Bist du so alle rein, wie in der Parksturm, Benno, so ist die da Schleicher, habe ich gesagt. Das haben wir keine Arbeit mehr. Ich muss noch nicht den ganzen Tag spazieren gehen. Ja, dann besuch halt einmal den Dings da, den, was du im Zug getroffen hast, von der Polizei, den deinen Vater gekannt hat. Vielleicht weißt du der was. Warum nicht er zur Polizei? Ich? Nein. Geh weiter. Das war das Letzte. Aus der einen Uniform raus und in die andere rein. Abzahlt davon. Das ist doch der reaktionärste Hafer, den es gibt. Ein Kindereiter, Toni. Und hör mit deinen schlauen Sprichaufs. Schau lieber, dass du dein Dorf herbringst. Aber soll dann gleich mal fragen den Herrn, warum sich unsere Schande grundsätzlich umtreint, wenn irgendwo ein Roder zusammengeschlagen wird? Da haben sie allerweil nie was gesehen. Aber wenn es umgekehrt ist, dann sind sie da. Wie die Feuerwehr. Was ist denn mit den Lohrinnen? Seid ihr voll und fertig? Ja, geh, geh auf ihren Lohrn, Toni. Und halt eine Ansprache. Vielleicht mit dem Kleid ist es lieber wie das Brot. Luise, geh. Geh, Luise, warte mal. Du, Luise. Geh, was meinst du jetzt, wenn ich eine Suche mache bei der Frau Gassner, was soll ich ihr da mitbringen? Mitbringen? Nimmst du von uns sogar ein Platz mit oder einen Hefessatz? Nein, geh, Luise. Bleib halt noch ein bisschen. Das ist schon irgendwas Persönlicheres. Die waren doch halb so nett früher. Und haben mir einen Haufen Feldpostpagel geschickt. Irgendwas, wo sie sich drüber gefreut. Ich weiß sie auch nicht. Nein, wo sie sich gefreut. Musik magst du gerne. Für einen Grammophon. Für einen Grammophon? Einen Schallplatten vielleicht. Ah, das ist eine Idee. Du, wo kriegt man denn sowas? Schau es doch mal beim Solleder im Tal. In der Musikalienhandel. Ja, du, Luise. Und da frage ich einfach nach einer Schallplatten. Ja, denk schon. Ich habe sowas auch noch nicht gekauft. Ja, das klingt sehr gut. Das ist eher modern. Das ist jetzt das Neueste, wenn sie sowas mögen. Ich weiß ja nicht, für welchen Anlass sie die Platte brauchen. Ob derjenige oder diejenige sowas mag. Ja, das ist mehr für eine ältere Dame, nicht wahr, die sehr gern Musik hört. Ja, das ist alles Musik. Ja. Sie können auch Opernplatten haben. Oder Operette. Operette? Vielleicht, ja, Operette, das wäre so ein Mittelding. Bitte. So, schauen Sie halt einmal den Stoß durch. Das sind jetzt alles Operettenmelodie. Ah, das ist ja unheimlich viel. Vorsicht! Ach, mei, entschuldigen Sie. Ich wollte, ich habe gar nicht gesehen, dass die da aus dem Papier, dass die da so einfach so rauswürscht. Nein, das tut mir wirklich... Da kann man nichts machen. Das tut mir furchtbar leid, Frau Lein. Und dass man es irgendwie wieder zusammenklebt. Sie sind gut. Was wollen Sie denn da kleben? Aber die bezahle ich, selbstverständlich. Ja, ist schon gut. Wollen Sie jetzt außerdem noch eine Platte kaufen? Ja, freundlich eigentlich schon, weil ich will ja jetzt anschließend zu der Dame. Und welche? Ah, bitte, wenn Sie da anfassen, da kann nichts passieren. Ich freue mich. Ja, nehmen wir gleich einmal die oberste. Der lustige Krieg. Das von Johann Strauß. Aha. Soll ich Ihnen die einpacken? Ja, ich weiß nicht. So lustig habe ich den gar nicht gefunden. Wen? Den Krieg. Das ist ja auch nur eine Operette. Ja, ja, schon, aber... Nein, nein, nehmen Sie halt eine andere. Wie wäre es denn mit der lustigen Witwe? Aha. Lustige Witwe. Nur, die ist leider selber Witwe, die Dame. Und ob die das so lustig finden? Ja, wenn Sie was Trauriges wollen, dann müssen Sie eine Oper nehmen. Oper. Oder wie heißt das nächste? Fledermaus. Das wäre vielleicht neutraler. Wie Sie meinen. Also, darf es die sein? Ja. Bitte. Gut. 6,90 Mark. 6,90 Mark? Ist das jetzt für beide, oder? Für die Fledermaus. Aha. Moment, das macht dann... 6,12 Mark. Das ist 13,80 Mark. Ich kriege 6,90 Mark von Ihnen und das andere ist erledigt. Nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Nur, leider, ich habe jetzt nicht so viel Essdecker, sehe ich gerade. Ja, ja, ist schon recht. Ich komme dann morgen vorbei. Sie können gerne morgen vorbeikommen. Jetzt sind wir Ihnen zurück. Morgen ist Sonntag, da haben wir zu. Als der Grandauer Benno anschließend am Isaufer entlang zur Wiedenmeierstraße ging, stellte er immer wieder Vergleiche an zwischen zwei Verkäuferinnen. Einer mit dem Namen Paulette, die in dem Gemischtwarenladen seines provinsalischen Dorfes arbeitete, Nae Vaucluse und dieser ebenso schwarzhaarigen Münchnerin zuvor in der Musikalienhandlung, die ihn im Gegensatz zu Paulette ziemlich von oben herab behandelt hatte, nach seinen Begriffen. Und das, obwohl er ihr Landsmann war. Und in Frankreich war er nur ein Prisonnier de guerre. Am meisten ärgerte ihn, dass er dieses hochnässige Frauenzimmer nicht aus dem Kopf brachte. Aber sie sollte sich wundern, wenn er ihr am Montag die 6,90 Mark auf den Ladentisch knallte. Frau Gassner war nach dem Tod ihres Mannes hierher in die elegante Straße am Isaufer gezogen. Das Haus hatte einen Herrschaftseingang und einen für Lieferanten. Der Benno stand eine Weile dazwischen und fühlte sich von keinem so recht angesprochen. Solange die Gassners ihr Fotogeschäft noch besaßen, in dem er drei Jahre in der Lehre war, und darüber die alte, gemütliche Wohnung, gab es keine solchen Probleme. Aber die Tante Franzi, wie sie die Grandauer Kinder früher nannten, zu Zeiten, als sie noch mit ihrer Mutter befreundet war, die Tante Franzi hatte ja schon immer einen Hang zum Ungewöhnlichen. Also ich, wenn Französisch könnte, ich sag dir, ich tät nur reisen. Nur. Das ist ja so eine elegante Sprache, wenn man's kann. Ja, ja, ja. Ja, und du, du hast also mit ihr richtig Französisch gesprochen. Ja, ja. Mit deiner Paulette. Ja, schaulich. Nicht perfekt natürlich. So halt. Ich meine, das Wichtigste. Das Wichtigste. Oh la la. Du sagst doch immer, gell? Ja. Oh la la. Ja, ja. Ah, ich kann mir schon denken, was da alles dazugehört bei den kleinen Französinnen. Seien sie eigentlich wirklich so raffiniert in der Liebe? Na ja, nein, eigentlich schon vielleicht irgendwie. Ja, und haben sich da nicht recht angefeindet wegen ihr, Franzosen? Nein, mich eigentlich weniger, aber sie hat schon eine Zeit lang darunter leiden müssen. Ja, nach Deutschland hat's nicht mit ihr gehen wollen. Ja, sie wär vielleicht schon mit, aber na ja, ich meine, so fest, dass wir, sagen wir mal, hätten wir heiraten wollen, das überlegt man sich dann doch. Na ja, du, da hast recht. Du bist ja nur so jung. Genieß dein Leben. Andere Städtchen, andere Mädchen. Andere Mädchen, ja. Und in München gefällt dir da noch keine. Du, mir kannst das doch sagen. Nein, nein, also ich habe ja auch bis jetzt noch nicht viel Gelegenheit gehabt, aber na ja, ich meine, die schauen vielleicht auch mehr, mehr aufs Äußere, nicht wahr? Okay, du bist doch ein sauberer Bursch. Ja. Steh einmal nochmal auf. Lass aufstehen. Ja? Ja, er war halt noch wesentlich korpulenter, aber das, aber das könnte man ja ändern. Komm, ich habe nämlich noch einen ganzen Schrank voller Sachen von meinem seligen Gatten. Weißt was, da schauen wir jetzt gleich einmal nach. Ja. Komm, komm noch nicht. Mit Hut und Mantel seines ehemaligen Prinzipals und davon ein wenig in seinem Selbstvertrauen unterstützt, ging der Grandauer Benno am Montag schon sehr zeitig in die Stadt, um als erstes in der Musikalienhandlung sein Versprechen einzulösen. Die Angelegenheit, so unbedeutend sie auch sein mochte, hatte ihn nicht mehr losgelassen. Und die Verkäuferin auch nicht, obwohl sie darin seiner Ansicht nach keine gute Rolle spielte. Als er dann durch das Scharfenster sah, dass sie nicht im Laden stand, war er doch etwas irritiert, denn soweit er sich nur um eine Ehrenschuld handelte, hätte er sie ja auch in ihrer Abwesenheit regeln können. Aber stattdessen entschloss er sich zuvor, noch einen Besuch in der Etzstraße zu machen, bei Kriminaloberkommissär Grüner. Und in Ihrem Beruf als Fotograf haben Sie nirgends was gefunden? Das ist gar nicht so einfach. Ich war bei mehreren Firmen. Kein Bedarf. Verstehe ich nicht. Und bei der Presse? Ohne Beziehungen. Das ist ja auch alles erst am Anfang. Wissen Sie, die ganze Pressefotografie. Außerdem, da gehört eine Ausrüstung dazu und die habe ich nicht. Und mir fehlt ja auch die Praxis. Das machen heute Leute wie der Hoffmann in der Schellingstraße. Der war ja schon Militärfotograf. Und jetzt fährt er in der ganzen Weltgeschichte rum. Was bin denn da ich gegen so jemand? Ein Spätheimkehrer. Sechs Jahre für die Katze. Also jetzt sind Sie aber nicht so pessimistisch, ein Grandauer. Ein junger Mensch. Gesund sind Sie auch. Was waren Sie eigentlich das Letzte beim Militär? Feldwebe. Aber auf das ist jetzt ein Rack. Na ja, jetzt hätte ich bald was gesagt. Und an der Polizeilaufbahn hätten Sie kein Interesse. Herr Oberkommissär, ich habe sechs Jahre lang eine Uniform tragen. Ich möchte jetzt nicht schon wieder. Da habe ich ein Uniform an. Ihr Vater hat auch keinen mehr angehabt, wie er zu mir gekommen ist. Als Militäranwärter machen Sie einen Kriminalassistenten. Da kann ich Ihnen dann schon ein bisschen behilflich sein. Und mit Ihrer fotografischen Ausbildung sind Sie doch genau der richtige Mann für unseren Erkennungsdienst. Und wer auch genau der richtige Zeitpunkt. Allmählich kommt wieder ein bisschen Ordnung rein. Nach dem Chaos im vorigen Jahr, mein lieber Freund, da war vielleicht was los da herinnen. Im April 19, da haben Sie uns alle hinausgejagt mit einem Revolver in der Hand. Die neuen Polizeipräsidenten, ein Wäschervertreter und ein Installatär und noch so ein junger Revoluzzer. Die haben nach acht Tagen den ganzen Polizeiapparat modernisiert. Personalakten, Strafregister, die Einrichtung vom Erkennungsdienst, vom Kriminalmuseum, Fundbüro, Einwohnermedialamt. Alles nahes beim Fenster und in Hoffenhunter und Ozen. Da konnte ich eine Stunde lang... Auch anschließend, auf dem Rückweg ins Tal, war der Benno nicht in der Lage, seine Gedanken in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Denn anstatt sich mit dem Vorschlag des Kommissärs zu beschäftigen, grübelte er die ganze Zeit darüber nach, wie er sich in der Musikalienhandlung am wirkungsvollsten in Szene setzen könnte. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte, womit kann ich dienen? Ich war schon am Samstag einmal da. Ja? Vorgestern. Wegen der Schalplatte. Haben Sie was bei uns bestellt? Nein. Zerbrochen. Und Sie kriegen ja noch 6,90 Mark von mir. Sie waren das, stimmt. Ja. Mit dem feschen Hut, da habe ich Sie ja gar nicht erkannt. Also, erkennen Sie mich jetzt? Ja, natürlich. Jetzt schon. Also, 6,90 Mark. Stimmt so. Nein, nein. Bitte behalten Sie Ihr Geld, das ist erledigt. Nein, für Sie vielleicht, aber nicht für mich. Es ist erledigt, wirklich. Ich habe ja auch ein bisschen eine Schuld gehabt. Bitte schön, stecken Sie es wieder ein. Nein, bitte, mir ist das aber so lieber, ich möchte, dass ich das bezahle. Jetzt machen Sie mich nicht fruchtig. Nein, nein, das ist für mich wichtig. Dann kaufen Sie meinetwegen noch eine Schalplatte für das Geld. Dann sind wir gewitzt. Das nützt mir leider nichts. Ich habe keinen Grammophon. Ja. Dann nehmen Sie von mir aus eine Ocarina oder eine Stimmgabe. Wir werden doch in Gottes Namen was für Sie finden. Sie müssen das schon richtig verstehen, Fräulein. Ich bin gerade erst aus der Gefangenschaft heimgekommen und, naja, ich habe halt da so meine Grundsätze. Ich verstehe das schon. Jetzt fangen Sie halt einmal damit an und sind Sie ein bisschen weniger grundsätzlich. Ja, Sie sind aber auch grundsätzlich. Also jetzt mache ich Ihnen einen ganz anderen Vorschlag. Sie nehmen doch eine Schalplatte und die schmeiß dann ich runter. Ist das was? Nein, das ist... Nein, oder... Ich hole Sie einmal ab. Ich meine, wenn Sie Freude haben, da Herrin. Aha. Wir gehen Ihnen einen Kaffee dafür. Gehört das auch zu Ihrer Grundsätze? Nein. Nein, bestimmt nicht. Das wäre nur in dem Fall vielleicht die bessere Lösung. Ich werde mir das überlegen. Auf Wiedersehen. Ja. Also, auf Wiedersehen. Halt! Unser Geld habe ich vergessen. Die Grandauers und ihre Zeit. Eine Geschichte in Fortsetzungen von und mit Willi Puruker. Elfter Teil. Verwicklungen. Jetzt folgen Sie mir bitte noch einmal in das Jahr 1920. Am Freitag, den 1. Oktober, morgens gegen 7 Uhr, machte ein Waldarbeiter im Forstenrieder Park, etwa 50 Meter von der Staatsstraße München-Starnberg entfernt, eine grausige Entdeckung. Der Mann lief gleich der Nacht, um das, was er dort gesehen hatte, um das, was er dort gesehen hatte, um das, was er dort gesehen hatte, anzuzeigen. Etwa zur gleichen Zeit stand ein junger Mann im ersten Stock des Münchner Polizeipräsidiums, strich sich seinen Haarpüschel noch einmal aus der Stirn, knöpfte sich das Sakko zu, zupfte sich die Krawatte zurecht, bevor er an der Türe seines neuen Abteilungsleiters klopfte. Kriminalassistent Benno Grandauer meldet sich zum Dienstantritt bei Herrn Oberkommissär Grüner. Bravo! Sie sind mir schon angekündigt worden. Hocken Sie nachher, Herr Kriminalassistent. Jawohl, Herr Oberkommissär. Jetzt fangen Sie halt einmal bei mir an. Das hat mich zwar einige Überredung gekostet, aber durch das, dass bei mir gerade eine Stelle verkannt ist, und weil die sich vielleicht denkt haben, unsere Herren Obern, der Grüne, der ist schon so alt, der kann sich keinen neuen Namen mehr merken. Und Grandauer, den kennt er, den hat er intus. So wird es halt gegangen sein, nicht? Jawohl. Ich möchte Ihnen also noch einmal sagen, Herr Oberkommissär, dass ich Ihnen wirklich sehr dankbar bin, weil es ist ja für mich schon eine sehr große Erleichterung, wenn man halt noch keinerlei praktische Erfahrungen hat und nichts. Und ich ist gerade mit der Ausbildung fertig. Also ich meine, ich wollte sagen, dass nicht, dass ich mir da irgendwelche Vorteile oder sowas verschaffe. Also jetzt kommen Sie und rennen Sie nicht lang rum, jetzt sind Sie halt einmal eine Zeit lang da. Jawohl. Und deren, was ja noch angeschafft wird. Jawohl. Und so ist das überall, bis Sie wissen, wie der Hause läuft und selber anschaffen können. Jawohl. So, jetzt können wir gleich einmal rüber. Der Lederer hat Ihnen auch schon den Schreibtisch freigemacht. Ich glaube, das ist sogar noch dasselbe, an dem Ihr Vater seinerzeit gesessen ist. Aber das wird Ihnen den Papierkrieg auch nicht versüßen. Weil mal bei morgen uns, Rainer, es kämpft nur gegen Verbrecher, dass ich nicht lache. Die Hälfte seines Lebens kämpft der Polizist gegen die Bürokratie. So, jetzt sind wir da. Das finden wir dann schon. Moment, Herr Oberkommissär. Ja, ist recht. Da stehen ja dann so die Fahrzeuge vom Erkennungsdienst. Aha, da meine ich, kann man es gerade recht. Da brauchen Sie die Ärmel schoner gar nicht auspacken. Die Herren kennen sich ja. Guten Morgen, Herr Lederer. Ich komme in der Wartkommission. Was gibt's? Frauenleiche im Forstlederpark. Haben wir schon länger keine mehr gehabt. Da können Sie doch auch gleich Ihren Magennerven überprüfen. Grandauer, haben Sie gut gefrühstückt? Ja, eigentlich ganz normal. Danach vergeht Ihnen vielleicht der Appetit. An Wagen für Abteilung 1. Ich soll im Hof warten. Wir kommen gleich runter. Da sind wir auch mal rausgefahren, mein Vater und ich. Nach Forstenried. Im Dezember 1912. Das weiß ich noch, wie er heute. Weil eine Woche drauf unser Prinz ergegengestuern ist. Der Lübwald. Und wo meine Mutter damals ins Lungensanatorium gekommen ist. Fünf Tage vor Weihnachten. Stimmt. Mein Gott, ja. Ich erinnere mich. Da waren Sie nur so ein aufgeschossenes Bürscherl. Wo er aber nicht gewusst hat, wo hin mit den Händen und das Gesicht. Voll ein Wimmerl. Ich sehe ihn dann nach einem Jahr drauf, wenn wir ihre Mutter dann eingegraben haben, am Ostpulthof. Und ihr Vater ist da gestanden, wie er ein Baum in den Blitz reingeschlagen hat. Von dem Schlag hat er sich eigentlich nie mehr so richtig erholt. Nein. Da war der Faden gerissen. Und wir zwei alten Deppen, wir gehen noch einmal so weiter. Und da hockt er jetzt auf einmal seine Buh. Da ist er halt noch der Lebzeit der Grandauer. Aber vielleicht wäre es ihm gar nicht recht gewesen. Und ich habe ihn auch den Fluch noch ins Ohl gesetzt. Ach, nein, nein. Und sonst wären es vielleicht was anderes geworden. Was Angenehmeres. Ach, okay. Und wir sollten jetzt nicht in den Forstenrieder Park hinausfahren, zwecks Besichtigung einer Frauenleiche. Das ist vielleicht schon ein merkwürdiges Geschäft. In der Abteilung 9 des Forstenrieder Parks herrschte an diesem Morgen ein ungewöhnlicher Betrieb. Der Polizeiapparat lief auf vollen Touren. Es war wie immer, wenn es galt, Spuren im Umfeld eines Tatortes zu sichern. Mögliche Hinweise auf die Person des Verbrechers, den berühmten Hosenknopf vielleicht, oder einen verräterischen Sohlenabdruck. Das alles geschah ohne lautstarke Hektik, eher nüchtern, geschäftsmäßig, auch wenn der Anlass nicht danach war. Inmitten des Sperrgürtels, den Schutzleute um die Fundstelle gezogen hatten, lag am Fuß eines Baumes die Leiche einer jungen Frau. Bescheiden, fast ärmlich gekleidet, den Oberkörper halb aufgerichtet, gehalten von einer dicken Schnur, die man ihr um den Hals geschlungen und an einem Ast verknotet hatte. Über ihrem Kopf hing ein Plakat, das graubraunen Packpapier. Darauf war mit schwarzer Tinte in Druckbuchstaben geschrieben. Du Schandweib hast verraten, dein Vaterland. Du wurdest gerichtet von schwarzer Hand. Aber manche noch irgendwas Politisches. Von schwarzer Hand. Von weißer Hand, von roter Hand. Das kann aber auch gerade so gut eine farblose Hand gewesen sein. Von einem Psychopathen oder von einem eifersüchtigen Liebhaber, der sich das Sprücherl bloß hinterher ausdenkt hat, damit wir jetzt dastehen und sagen, aha, schon was Besseres, was Politisches. Kein Mörder, sondern ein Überzeugungstäter. Wie weit geht denn die Schläufe? Ja, bis vor an die Straße. Der Erkennungsdienst hat sie überall markiert. Und jetzt schauen Sie uns einmal die Kleidung der Frau an. Kommen Sie her. Ja. Wir werden gleich einmal ein bisschen prüfen, unseren Lehrlingen. Fällt Ihnen da was auf an Ihrer Kleidung? An Ihrer Kleidung? Ja, also das ist mir ja zuerst schon aufgefallen, dass die Schuhe sollen ganz sauber sind. Und hinten an die Absätze, an ihre Haken, da ist ja Gras hängen geblieben und Erden. Wie sich also sowas ergibt, wenn man jemand mit den Füßen nach unten über den Boden schleift. Bravo. Jetzt meine ich, können wir uns bald pensionieren lassen, Lederer. Sie ist also nicht zu Fuß hergelaufen, sondern hertransportiert worden. Und das, nachdem sie vermutlich schon tot war. Oder hat der Herr Doktor inzwischen neue Erkenntnisse? Nein, spricht alles dafür, dass es so gewesen ist. Und Sie ist erwirbt worden? Ja, ganz offensichtlich. Er kennt deutlich die Druckstellen am Hals. Tun Sie das bitte schön alles mit, Herr Grandauer? Jawohl, Herr Oberkommissar. Ich bin nämlich schon ein bisschen hirnrissig. Wann haben Sie gesagt, dass der Tod eingetreten? Vor acht bis zehn Stunden, approximativ. Was warst du das? Annähernd. Das kenne ich. Und keine Hinweise auf Ihre Identität? Nichts gefunden bis jetzt. Der Kleidung nach, abends Hascherl. Schönheit war es auch keine. Garbert hat es, das sichtbar in Ihre Hände. Wie alt wird es denn sein? Anfang, Mitte 20. Und kann mir jemand von Ihnen sagen, wie er so ein abgeschafft Dernl, sein Vaterland, verraten haben soll? Die hat ja wahrscheinlich nicht einmal gewusst, was das ist. Hoffentlich gibt es überhaupt jemanden, der es vermisst. Sonst brauchen wir ja schon ewig und drei Tage, bis wir es identifiziert haben. Können Sie das mit mir reden? Oh ja, ich lerne es gerade in einem Abendkurs. Wie das aufgekommen ist, da ich erinnere mit den Schreiberschen und... Ihren Vater, der hat sich so dagegen aufgelehnt. Das, wenn ein Kunde darüber gesagt, das... Das wird eine Papierflut. Eine Papierflut. Wenn Sie schreiben einmal schneller geht, wie Sie denken. Sohleder, den ich auch... Seit wann? Gestern Abend. Heute gemeldet. Wie war es denn? Grießhuber. Kiesgruber. Wie die Kiesgrube. Anna. Und ich heiße Ihre Herrschaft. Sohleder im Tal. Ja, ja, kenne ich. Wir setzen uns gleich mit Ihnen in Verbindung. Danke. Sohleder? Den, Ihr Hausmann, ist abgängig. Seit gestern Abend. Von der Musikalienhandlung im Tal. Ja, warum? Kennen Sie die Leute? Nein, 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 nicht direkt. Naja, also, die Tochter, mit der habe ich einmal... Aha. Nein, nein, nicht, was Sie meinen. Das war ja gerade, wie ich aus der Gefangenschaft heimgekommen bin, heuer im Februar. Nur so, ein paar Worte, weiter nichts. Weil, nein, ich habe gemeint, ich war eine Verkäuferin in dem Laden, aber sie ist ja dann die Tochter gewesen. Und für das war ich natürlich nicht der Richtige, damals. Sind Sie ausgerutscht? Nein, 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 nein. So weit ist es gar nicht gekommen. Nein, von mir raus nicht. Da gebe ich mir doch keine Blöße. In so einem Fall. Aber ein bisschen wollen Sie doch, habe ich den Eindruck. Nein, nein, nein. Geh. Nicht im geringsten. Nein, nein. Nein, 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 es ist ja manchmal bloß so ein kurzer Moment. Da bildet man sich vielleicht, wo sei, aber dann ist man hinterher froh, weil das hätte ja nie zusammengepasst. Ich bin jetzt ein bisschen auf Weiteres in der überflüssigen Sitzung, gell? Ja, Moment noch, Herr Oberkommissär. Wir haben gerade eine Vermisstenanzeige rübergekriegt. Ein Hausmädchen. Also du rufest die Leute an. Die sollen dann wen in die Gerichtspelzeinschicken, der sie kennt. Und mach erst dann gleich ein Protokoll, falls ihr mit uns identisch ist. Nein, es ist bloß, weil ich heute Abend bei meinem Zahnarzt angemeldet bin. Ach so, ja, das haben Sie mir ja gesagt. Und dass der Grandauer das macht? Ja, aber noch nicht allein. Da gehe ich dann schon selber mit. Ab halb sieben. Dann habe ich wenigstens einen Grund, dass ich mich ruck. Von dem Augenblick an, in dem der Name Sohleder gefallen war, hatte Kriminalassistent Benno Grandauer merkliche Schwierigkeiten, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Seine Gedanken liefen ihm immer wieder davon. Zurück an den Anfang dieses Jahres, als er gerade aus Frankreich kam, aus der Kriegsgefangenschaft, nach einem langen, mörderischen, verlorenen Krieg, ohne große Erwartungen, eher hoffnungslos, was seine eigene Zukunft betraf und auch die seines Vaterlandes. Und wahrscheinlich wäre er auch aus eigenem Antrieb nicht in die Fußstapfen seines Vaters getreten und Polizist geworden, wenn er nicht bereits auf der Heimfahrt nach München, im selben Eisenbahnabtei, jenem Mann begegnet wäre, der nun sein Vorgesetzter war, dem Kriminalkommissär Grüner, der ihn ein paar Wochen später einfach festgenagelt hatte, in einem Augenblick, als der Benno schon ziemlich zermürbt war, von vielen vergeblichen Versuchen, in seinem alten Beruf unterzukommen, angeschlagen vielleicht auch von einer privaten Enttäuschung. Und sie war es wiederum, die etwas mit der solederschen Musikalienhandlung zu tun hatte. Die Angelegenheit ergab sich aus einem eher lächerlichen Anlass, der von der Sache her kaum eine Bedeutung bekommen hätte, wenn er nicht gleichzeitig in Benno's Vorstellungswelt auf fruchtbaren Boden gefallen wäre. Ich weiß ja nicht, für welchen Zweck Sie die Schallplatte brauchen. Ja, es ist für eine ältere Dame, die sehr gern Musik hört. Also bitte, schauen Sie halt einmal den Stoß da durch. Das sind jetzt alles Operettenmelodie. Was? Das sind aber unheimlich viele. Vorsicht! Nein. Entschuldigen Sie, ich wollte, ich habe das gar nicht gesehen, dass die da aus dem Papier, dass die das einfach rausrutscht. Ja, jetzt lassen Sie nur. Das tut mir wirklich sehr leid, Fräulein. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Ja, dass man es irgendwie wieder zusammenklebt. Das ist nicht gut. Was wollen Sie denn da kleben? Ach so. Ja, aber die bezahle ich. Selbstverständlich. Ist schon gut. Wollen Sie jetzt außerdem noch eine Platte kaufen? Ja, freilich eigentlich schon, weil ich will ja jetzt anschließend zu der Dame hin. Benno Grandauer hatte von seinem Vater außer einer Taschenuhr und etlichen Kleidungsstücken nur noch Charaktereigenschaften geerbt, von denen leider nicht alle dafür geeignet waren, ihn trotz bester Absichten beliebt zu machen. Und gerade daran war ihm hier gelegen. Er wollte den Schaden um jeden Preis wieder gut machen, auch dann noch, als er feststellen musste, dass er nicht genügend Geld in der Tasche hatte. Sein Abgang wurde dessen ungeachtet mit Erleichterung aufgenommen und ohne den Wunsch nach einem Wiedersehen. Ich war schon am Samstag einmal da. Vorgestern. Wegen der Schalplatte. Haben Sie was bei uns bestellt? Nein. Das ist erbrochen. Und Sie kriegen noch 6,90 Mark von mir. Eija. Stimmt's so? Sie waren das. Ja. Nein, nein, bitte schön, behalten Sie Ihr Geld. Das ist erledigt. Nein, 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 das ist nicht, für Sie vielleicht, aber nicht für mich. Es ist erledigt, wirklich. Mir ist das aber so lieber. Ich möchte es bezahlen. Jetzt machen Sie mich nicht fuchtig. Nein, 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 das ist für mich sehr wichtig. Dann kaufen Sie meinetwegen noch eine Schalplatte für das Geld und dann sind wir gewit. Ja, Sie, wissen Sie, Sie müssen das schon richtig verstehen, Frau Lange. Ich bin ja erst aus der Gefangenschaft heimgekommen und, äh, und, äh. Nein, ich habe halt so meine Grundsätze. Ich verstehe das schon. Jetzt fangen Sie halt einmal damit an und sind Sie ein bisschen weniger grundsätzlich. Sie sind aber auch ganz schön grundsätzlich. Also dann mache ich Ihnen einen anderen Vorschlag. Sie nehmen doch eine Schalplatte und die schmeißen wir Ihnen unter. Ist das kein Vorschlag, he? Oder, 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 ich, äh, ich hole Sie einmal ab. Ja, wenn Sie die Herrin frei haben und wir gehen dann in einen Kaffee dafür. Aha. Gehört das auch zu Ihrer Grundsätze? Nein. Nein, nein. Nein, 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 bestimmt nicht. Das wäre also nur in diesem Fall vielleicht, also, die bessere Lösung. Aha. Ich werde mir das überlegen. Auf Wiedersehen. Ach so. Auf Wiedersehen. Ach, halt. Unser Geld habe ich vergessen. Daheim, in der Bäckerei Kreitmeier, in die, wie Sie vielleicht noch wissen, seine Schwester Luise eingeheiratet hatte und wo der Benno seit seiner Rückkehr untergekommen war, in einem Kammerl, das er sich vorübergehend mit seinem Bruder Adolf teilen musste, daheim also reifte am selben Abend noch eine Idee, mit deren Hilfe der Benno seine Aussichten in der solederschen Musikalienhandlung zu verbessern, hoffte. Ach geht, das ist ja doch ein Schmarrn. Ich kann da nicht mit Blärmen daherkommen. Wird ja so ein Schickolo. Ist aber bei Damen sehr beliebt. Gell, Max? Du hast mir damals auch einen Straußblärmen gebracht. Was? Weißt du es noch? Ja, im Lazarett damals. Ganz am Anfang. Ja, aber die habe ich doch nicht extra gekauft. Ach nicht? Jetzt wäre es interessant. Also ich verstehe ja da schon an Benno, dass er da nicht in einen Lohn reingeht und Blärme kauft. Das ist einfach komisch. Ich habe auch eher an was, also mehr so nichts Wertvolles. Weißt du, was du selber gemacht hast vielleicht. Magst du dir vielleicht was stricken? Ein Pulswärmer. Nein, jetzt im Ernst. Naja, dass ich ja vielleicht was baue. Dann kannst du ja gleich was von uns mitnehmen. Platzl oder irgend sowas. Es müsste schon was, naja, ein bisschen was Originelles sein, finde ich. Du, wie heißt sie denn eigentlich? Ja, keine Ahnung. Sie ist halt da scheinbar Verkäuferin in dem Lohn. Also wenn sie jetzt schon Ostern war, dann könnte man ja eigentlich eine Osterlampe bauen. Sowas, ja. Herrschaft, was gab es denn da noch so in der Art? Nikola. Ja, oder? Du, wir haben ja da noch so alte Model gehabt, weißt du, für den Kasperl. Der war doch passend, oder? Nein, nein, geh. Ich mag mich da da nicht lächerlich machen von dir. Ein Penno, schau, jetzt hat sie ihn erwischt. Ach, der wischt, der wischt gar nicht. Bloß so, als Aufmerksamkeit, sonst nix. Und, wie schaut es denn überhaupt aus? Wie schaut es denn überhaupt aus? Ja, so, wie soll es denn ausschaut? halt so, schwarze Haare, blau, ja. Auwe, auwe, für das war er schon alles pur anfällig. Bei der Maurer Hildegard. Ja, im Nachbarhaus, die weiß das nicht mehr. Die Kleine mit den vorstehenden Zähnen. Kinder rein. Ist ja allerweil nachgeschlichen. Ja, naja, da weiß ich schon, was ich am Bach. Ein Sojas drumherz. Und das tun wir vorn mit Liebesperlen überziehen und schreiben drauf, herzlichen Dank. Für was? Ja, Mei, das musst du doch du wissen. Es blieb bei dem Lebkuchenherz, wenn auch ohne Liebesperlen und neutralisiert durch besagte Aufschrift. In einer sachlichen Tüte verborgen, trug der Benno das Herz dann ein paar Tage später ins Tal, um vor der Musikalienhandlung einen günstigen Augenblick abzupassen, in dem er es ungestört übergeben konnte. Ein solcher schien gerade gekommen zu sein, als er plötzlich und völlig unerwartet seinen Bruder Adolf sah, der mit einem ihm unbekannten jungen Herrn von der Innenstadt her auf ihn zuging. Aurora Musis Amikorum. Willst du dir eine Harfe kaufen, oder was ist dein Begehr? Adi. Servus, Bruder, Herr. Servus, Adi. Darf ich bekannt machen, Herr von Allweiler, Studiosus Jurisprudenzier, Chorbruder und Fähnrich, Adi. Grandauer wie Grandauer. Sehr erfreut. Grüß Gott. Wir hatten gerade ein opulentes Frühstück im Franziskaner. Deutschland besinnt sich wieder seine Jugend. Laudiamus Metzenas. Bitte sehr um Vergebung, Herr Grandauer, wenn wir etwas voll des bockstarken Bieres sind. Bitte, das kommt doch vor. Ich sehe Trautchen am Werke. Die schöne Polin. Dieser Begnade dem Engie hat sich nämlich das Herz hier in einer bezaubernden Dame erobert. Huuu. Schau doch mal her, Trautchen. Sie sieht uns nicht. Nein, sie ist gerade im Begriff einem Banausen ein Grammophon zu verkaufen. Pecunia non ole. Was ist die? Die Verkäuferin da? Die schwarzhaarige. Verkäuferin. Das ist die Tochter des Hauses. Couleurdame. Verkäuferin. Mit sowas hat man einfach sein Verhältnis. Als Töchter kann man auch heiraten. Wir sind so gut wie verlobt, Fräulein Solider und ich. Ach so? Ja. Das ist sehr erfreulich. Gratuliere. Wo Schönheit sich mit Geist verbindet, da schreitet alles munter fort. Und wo das Herz zum Herzen findet. Da gehen wir jetzt hinein. So weit. Kommst du mit, Bruder Herz? Nein, 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 nein. Ich habe noch was zu erledigen, leider. Ich bin so schon viel eigentlich zu spät. Ich muss jetzt erst einmal beruflich schauen, dass ich da mal einen Boden füge. Ja, hier sind wir. Füß dich. War es der Kummer oder sein Respekt vor Nahrungsmitteln, den ihm Elternhaus und Krieg anerzogen hatten und der es ihm nicht gestattet hätte, das Lebkuchenherz einfach wegzuwerfen, kurzum, wer immer an diesem frostigen Märztag 1920 gegen zwölf Uhr mittags an den Anlagenbänken unterhalb des Friedensengels vorbeiging, konnte den Grandauer Benno beobachten, wie er dort den Gedanken versunken hockte und langsam Stück für Stück das Herz in sich hinein aß. Und nun, ein halbes Jahr danach, am 1. Oktober, dem Tag, an dem er seinen Dienst in der Mordkommission angetreten hatte, als frischgebackener Kriminalassistent, nun kam er zum ersten Mal wieder, noch dazu auf so merkwürdige Weise, mit dem Namen Sohleder in Berührung. Er hatte ihn schon beinahe vergessen, nahm seinen Büroweg von Heidhausen in die Etzstraße auch gleich von Anfang an über die Maximiliansbrücke und nicht durchs Tal und auch sein Bruder Adolf war offenbar damals an jenem Morgen vor dem Laden zu angetrunken, um ihn noch einmal darauf anzusprechen. Kurz nach sieben Uhr abends, es begann bereits dunkel zu werden, als Grandauer in angemessenem Abstand hinter seinem Chef das Gerichtsmedizinische Institut betrat. In den Gängen brannten die Deckenlampen, aber sie gaben nur ein spärliches Licht, sodass man die beiden Leute, die offensichtlich hier auf sie warteten, nicht gleich erkennen konnte. Herr Oberkommissär Grüner, Solida, meine Tochter. Alles gut. Guten Abend. Kriminalassistent gerade da. Guten Abend. Es langt ja vielleicht, wenn ich das alleine erledige, oder? Ja, ja, natürlich. Bitte schön. Warte, der war hier draußen. Vati, soll ich nicht leben? Nein, nein. Guten Abend. Also, das muss halt leider sein. Ja, das ist sie. Mein Gott. Wie ist denn sowas möglich? Sind Sie ganz sicher? Absolut. Tja, das wär's dann. Sie können es wieder zudecken. Tut mir leid, Herr Solida. Bitte schön. Wären wir recht, wenn wir gleich anschließend die Formalitäten erledigen könnten? Ja, ja, selbstverständlich. Ich täte auch gerne mal kurz in Ihr Zimmer schauen. Na, was ist's? Sie ist es. Wahrhaftig. Mein Gott. Das ist ja furchtbar, Vati. Fangen wir am besten gleich zu Ihnen in die Wohnung. Das ist besser. Das schon. Man konnte die Zurückhaltung des Kriminalassistenten Grandauer auch als Betroffenheit ansehen. Und ebenso wenig wie er ließ auch Fräulein Solida irgendwelche Anzeichen dafür erkennen, dass sie sich seiner erinnerte. Als sie dann alle aus dem düsteren Gebäude hinaus auf die Pettenkoferstraße traten, nützte der Benno die erste Gelegenheit, sie von den anderen unbemerkt anzusprechen. Das ist eine sehr traurige Anzeichen. Das ist eine sehr traurige Angelegenheit. Ich kann es Ihnen noch gar nicht recht glauben. Sie war ja erst seit einem Monat bei uns. Sie können ja gern mit uns fahren, Herr Solida. Wir sind mit dem Dienstwagen da. Ja, gern. Und dass man sich einmal das solch eine Umstände widersieht. Aber Sie werden ja vielleicht gar nicht mehr an mich erinnern. Doch, ich erinnere mich schon. Ja. Sie sind mir ja eigentlich noch ein Kaffee schuldig. Das Dienstmädchen Anna Kiesgruber hatte ihre Kammer im Souterrain des selben Hauses, in dem sich zur eberner Erde die Musikalienhandlung befand und eine Etage darüber die geräumige, gutbürgerliche Wohnung der Soleders. Also, das wäre jetzt das Kammerl. Ich selber bin ja da nicht runtergekommen in der hier Kammerlhexens, meine Frau. Und die ist leider verreist mit unserem Sohn bei Verwandten in Nürnberg. Die trifft ja der Schlagmutter, wenn sie das erfährt. Ich möchte es ja eigentlich noch gar nicht sagen. Ja, das haben wir wenigstens einmal ihr Arbeitsbuch und können heute noch die Eltern verständigen. Ja, die Eltern. Sie haben das Mädel also gewissermaßen von dem Baron von Treuental übernommen, bei dem es bis Juli in Dienst war. Ja, so kann man das nicht sagen. Sie hat lediglich eine Referenz gehabt von dem Herrn Baron, der mir namentlich bekannt ist als eine hervorragende Persönlichkeit. Ja, wir haben gerade jemanden gesucht und sie hat sich auf unsere Annonce gemeldet in der Münchner Zeitung. Weil es lieber in der Stadt sein wollte, hat sie uns gesagt, wegen ihrem Freund. Und? Na, du weißt ja vielleicht mehr drüber. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe ihn nie gesehen und sie hat auch nie was erzählt. Sie war schon so ein bisschen eine Verstockte. Nein, Verschlossene, die Ersung. Also, wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, für mich war sie ziemlich primitiv. Bloß mit dem Geld. Auf das war es scheinbar aus. Sie hat sich auch gleich in der ersten Woche einen Vorschuss geben lassen, gell? Danke, Vati. Sie war ja den ganzen Monat davor arbeitslos. Oder ihr Freund hat es ausgenommen. Das ist doch häufig so bei den dummen Bauernmädeln. Adresse haben Sie keine von dem Freund? Nein. Nichts. Kein Name, gar nichts. Und das mit dem Anruf gestern Abend um halb acht, wo sie danach so nervös war. Könnte das gewesen sein, ihr Freund? Möglich. Er ist sehr höflich gewesen, wie er am Telefon war. Ja. Und sie hat dann nur gesagt, dass ihr in einer dringenden Angelegenheit noch mal schnell weg müsst. Und ob ihr ihr ausnahmsweise freigeben könnt. Um elf Uhr wollt ihr wieder da sein, hat sie gesagt. Ja, und dann ist sie nicht mehr gekommen. Wir haben das aber auch erst halb früher gemerkt, nicht? Man spioniert ja nicht dauernd hinter die Dienstboten her. Nach Deißenhofen. Wissen Sie, wie es da fahren müssen? Jawohl, Herr Oberkommissär. Über Grünwald und dann beim Postwirt links rum. Sehen Sie, unsere alten Chauffeure. Die haben halt noch eine solide Orientierung. Wie früh ist die Fuhrleut. Da geht es nur noch die Wirtsheiser. Aha. Ja, ja, gerade auch. Wir sind mal bei den liebsten Missionen. Wenn man zu den Angehörigen hingehen muss, muss man sagen, bitte schön, regen Sie noch nicht auf. Einer Tochter haben Sie umgebracht. Den Herrn Soledda, den habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. So? Warum? Ja, mehr als vielleicht eher wie ein Künstler. Weil er Klaviere verkauft. Und kräume davon. Der ist ein Geschäftsmann gerade auch. Der kann gerade so gut auch Ölsat in dem Verkaufen. Na, und Dechterl? Haben Sie Ihnen die auch anders vorgestellt? Oder gefällt es Ihnen so, wie es ist? Ja, die ist eigentlich so weit ganz nett. Nach meinen Dafürhörten. Okay. Ja, ja, gerade auch. Einen alten Kriminaler geht nichts. Und vielleicht sind Sie mir dann eines Tages wenigstens insofern dankbar, dass ich ihn zur Polizei geholt habe. Am Ortsrand von Deisenhofen, in einer dunstigen Talsenke, fanden die Kriminaler endlich die kümmerliche Behausung, in der die Anna Kiesgruber zusammen mit ihren neun Geschwistern aufgewachsen war. Drei von ihnen waren schon früher auf ganz gewöhnliche Art umgekommen. Und das hatte auch sein Gutes, in dem die anderen dadurch überleben konnten. Und nun war auch die Älteste tot, die Anna, wenngleich das jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr hatte, nachdem sie doch längst von daheim fort war und auf eigenen Beinen stand. Die, die Anna, weiß allerweil fort und allerweil, keine Beständigkeit. Und die ist ihr so gut gegangen, bei der alten Herrschaft. Auf dem Gut, wo es vorher war, in Unterhaching. Keine Beständigkeit. Da hätt's bleiben können, in alle Ewigkeit. Schlecht behandelt, sagt's, haben sie's da. Wir haben's gewarnt. Wie hat's denn das gemeint? Schlecht behandelt. Ach, gell. Schlecht behandelt. Weil's er so einen Kerl hat in der Stadt. Wegen dem ist das, weil's er so einen Kerl hat. Und Sie wissen nicht, wer das ist? Nein. Wir wissen gar nichts. Wir haben's bloß aufgezogen. Einen Nutzen haben die anderen gehabt. Jetzt hat's jetzt. Und der Mann, der gestern Nachmittag nach ihr gefragt hat, äh, Teres heißt ihn, gell? Ja. Wie hat denn der ausgeschaut? Mei, so ein junger Herr, ich weiß's auch nicht. Mhm. Groß. Klar. Jung. Ja, schon. Und er wollt wissen, wo die Anna zur Zeit in Stellung ist. Warum? Weil er ja was wüsst. Eine Stellung. Und du hast gesagt, du weißt nicht, wo die Anna ist? In der Stadt. Mhm. Und dann ist er gegangen? Ja. Hast du ihm nachgeschaut? Äh, ein bisschen. Wie ist er denn gegangen? Grat? Oder Buklert? Oh, ein Fuß hat er so nachgezogen. Na, also. Und ein blauer Mantel hat er auch gehabt. Nein. Ein brauner. Aber einen schwarzen Hut hat er aufgehabt. Nein. Ein gräner. Man muss bloß richtig fragen. Dann kriegt man die richtige Antwort. Der Freund von ihr. Der weiß doch wahrscheinlich, wo sie in Stellung war. Mhm. Das muss dann schon jemand anders gewesen sein. Anzunehmen? Was tut man denn, wenn man eine Adresse von jemandem rausbekommen will? Ein, wo er melde hat. Und wenn es einen pressiert? Und er ist in einem Dorf, wo er den anderen kennt? Na, dann frag mal beide Leute drum. Und damit wissen Sie auch schon, was Sie morgen in der Früh als allererstes tun werden. Sie und der Lederer. Jawohl. Mit dem Kopf des anderen denken. Wenn Sie dies einmal raus haben, dann brauchst du bloß noch wissen, wer der andere ist. Und was er für einen Kopf hat. Sonst denken Sie vielleicht mit dem Verkehrten und dann ist es auch wieder nichts. Er war noch an fünf anderen Stellen. Beim Grammer, beim Schneidermeister, beim Lehrer und zuletzt in dem Gasthaus, wo ihm die Wirtin dann die richtige Auskunft gegeben hat. Die hat es als einzige gewusst. Also haben wir ihm doch den richtigen Kopf aufgesetzt. Beschreibung? Ebenfalls fünf verschiedene. Bloß, dass er hinkt, das haben sie eigenartigerweise alle bestätigt. Das ist gar nicht eigenartig. Das ist sogar typisch. So etwas prägt sich über das Gefühl ein. Über das Mitgefühl. Ich habe nicht einmal Ihren Namen richtig gewusst. Nach einer Anna Wieshuber hat er gefragt. Bis ihm dann die Wirtin gesagt hat, das könnte eigentlich nur die Anna Kiesgruber sein, die er meint. Können Sie mir das jetzt gerne einmal fein selberlich protokollieren, sämtliche Aussagen? Jawohl, Herr Oberkommissar. Nee, jetzt ich, der Lederer. Für Sie habe ich einen Spezialauftrag. Da gehört eine gewisse Neigung dazu und die habe ich bei Ihnen schon erkannt. Und dauert es halt ein bisschen länger, Herr Oberkommissar, bis ich das alles runterhacke. Macht nichts. Dafür ist vom Bleibenden wert. Jawohl, Herr Oberkommissar. Sie gehen ja doch sicher nicht ungern noch einmal zu der Sohle das hin, oder? Ja, wenn Sie mir das auftragen, Herr Oberkommissar, das ist selbstverständlich. Dann suchen Sie uns einmal das Kammerl gründlich und nehmen Sie alles mit, was irgendwie interessant ist. Jawohl. Die werden Ihnen das schon gestatten. Sonst müsste man uns halt einen richterlichen Untersuchungsbeschluss holen. Aber nur in Anwesenheit eines Familienmitglieds. Jawohl. Nach eigener Wahl, wenn Sie geschickt sind. So, jetzt habe ich Zeit. Wir machen aber Mittag zu, Gott sei Dank. Wenn Sie das Klavierstimmen stört, dann sage ich, er soll aufhören. Nein, 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 das stört mich überhaupt nicht. Die müssen nämlich immer wieder nachgestimmt werden, solange sie da herunten stehen. Haben Sie denn schon irgendwas gefunden? Tja, der Soldat auf diesem Foto, Sie wissen sicher auch nicht, wer das ist. Nein, das sehe ich zum ersten Mal. Kann ich das Foto mitnehmen? Feierlich, warum nicht? Sie sind damals auch gerade heimgekommen, gell? Aus der Gefangenschaft. Haben Sie das noch in Erinnerung? Ja, haben Sie doch erzählt. Oder wissen Sie das gar nicht mehr? Doch, doch. Das weiß ich alles noch. Ah ja. Na, verstehe ich bloß nicht, warum Sie sich dann nimmer haben sehen lassen. Mit unseren 6,20 Mark. 6,90 Mark. Umso schlimmer. Ja. Das hat seine guten Gründe gehabt. Weil, das ist nicht meine Art, dass Sie mich da in bestehende Verhältnisse einfach so, ähm, so einig drängen. Was für Verhältnisse? Na ja, ich habe heute hinterher erfahren, dass Sie so gut wie verlobt sind und, äh, mit einem Herrn von sowieso. Und da bin ich dann natürlich... Ah, jetzt wird's interessant. Von wem haben Sie denn das erfahren? Warum? Von meinem Bruder. Kenne ich den? Ja. Grand Adolf Jura Student. Der Adi! Das ist Ihnen ein Bruder? Ja. Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Und hat er Ihnen sonst nichts mehr erzählt von meinem angehenden Verlobten? Ja, wir sehen uns nimmer so. Aha. Na, fragen Sie doch einmal bei Gelegenheit. Vielleicht weiß er, wohin der sich verkrümmelt hat. Der Herr von sowieso. Wieso? Ist er, ist er einfach verschwunden? Ja, von heute auf morgen. Ah. Das, das tut mir sehr leid für Sie. Das braucht Ihnen nicht leid tun. Wir sind gar nicht traurig. Bis auf meinen Vater natürlich. Dem hat das Fond so gut gefallen, dass er sogar schon ein Schlafzimmer bestellt hat. Aber Gott sei Dank haben Sie es wieder zurückgenommen. Weil sonst wäre ich vielleicht doch noch zur Polizei gegangen. Das ist aber schon sehr merkwürdig. Wenn jemand, naja, sagen wir mal, eine solche Aussicht hat, dass er so eine Möglichkeit einfach sausen lässt, da muss doch irgendwas bei dem nicht gestimmt haben. Finden Sie mich denn so erstrebenswert? Nein, nein, also rein von dem Fall aus gesehen. Ich meine, auf das, was ich in dem Zusammenhang persönlich da... Na ja, da kommt es ja höchstwahrscheinlich nicht so sehr an. Sie sind scheinbar der geborene Kriminaler. Nein. Nein, 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 das bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin halt damals in den Beruf gegangen, weil ich nichts anderes gefunden, weil das halt was Solides war. So habe ich es ja nicht gemeint. Ihr habt doch nichts gegen Ihren Beruf. Wirklich nicht. Außerdem kommt es ja viel mehr auf die Menschen an. Und gar nicht so auf den Beruf. Ja, das sagt man immer. Aber wenn jemand Jura studiert hat, nur so ein Beispiel, und er ist Akademiker, Vollakademiker und hat einen großartigen Titel, dann wird er doch ganz anders angesehen. Auch als Mensch. Okay, das war er mal. Nein, 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 das ist schon allerweise so. Und an dem ändert sich auch nichts. Na, Ihnen, Herr Vater, von dem haben Sie doch selber gesagt, dass er... Mein Vater, den können Sie bei sowas vergessen. Der lebt doch noch vollkommen in der alten Welt. Bei dem dürfen Sie nicht einmal das Wort Sozialdemokrat aussprechen. Da kriegt er schon mit der Angst. Höchstens, wenn ich meine ein Klavier abkaufe, dann kommt er vielleicht in Konflikte. Ich meine, jetzt ist er auch schon ein bisschen besser geworden. Aber gleich nach dem Krieg, da haben wir gemeint, der dreht uns durch. Da ist er auf einmal mit dem Gewehr heim gekommen und mit der weiß-blauen Anbünde. Als Einwohnerwehrmann. Unser Vater, als Einwohnerwehrmann. Mit seinem Taterich. Wissen Sie, er ist nämlich... Er ist eigentlich eher ein bisschen ängstlich. Ja. Obwohl, wenn man dann auf der anderen Seite gesehen hat, wie das damals zugegangen ist, bei der Revolution. Das war doch furchtbar. Dann kann ich meinen Vater auch wieder ein bisschen verstehen. Und die anderen Männer von seinem Militärverein. Lauter so Geschäftsleut und was man halt so gute Bürger nennt. Weil solche Zustände, wie vielleicht in Russland, haben sie nicht wollen. Ja, ja. Übrigens, da war auch der Herr von Sowieso dabei. In der Einwohnerwehr. Mei, angehender Ex-Verlobter. Ah. Ja, so habe ich ihn ja überhaupt kennengelernt. Durch meinen Vater. Aha. Mhm. Da war einmal was. Mit Waffen, vor ein paar Monaten. Ich habe das gar nicht so genau... Also, der Adi ist gekommen und der Fritz. Das ist der Herr von Sowieso, der Fritz. Aha. Und die haben, glaube ich, von meinem Vater ein Geld haben wollen. Für Waffenkäufe oder sowas. Aha. Aber da meine ich, sind sie beim Vater ausgerutscht. Weil, wenn es ums Geld geht, hört sie sein Patriotismus auf. Na, hoffentlich war wenigstens ihre persönliche Ausbeute etwas reichhaltiger. Und das Foto von dem Soldaten, haben sie das dort gelassen, in dem Atelier, wo sie es gemacht haben? Jawohl, Herr Oberkommissär. Es war direkt auf dem Weg. Und wenn der die alten Platten raussucht, dann tut er sich doch leichter anhand von dem Foto. Aber er muss erst einmal sein ganzes Lager umräumen. Und vor Montag meint er, kommt er da nicht hin. Nichts gegen Selbstständigkeit, Grandauer. Das schätze ich sehr. Aber durchdacht. Ich hätte halt das Pult erst einmal den Eltern gezeigt. Vielleicht ist es so angehöriger, nicht? Dann kann man sich alles andere ersparen. Jawohl, Herr Oberkommissär. Na ja, ist ja nicht schlimm. Für das lernen sie ja. Herein! Ich wollte mich bloß für heute abmelden, Herr Oberkommissär. Ist schon wieder sexy. Und der Freund von ihr hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet? Nein. Komisch. Der müsste es doch auch in der Zeitung gelesen haben. Steht ja in jeder Dick drin. Vielleicht hatte sich Kriminalassistent Grandauer auch deshalb zu dieser Selbstständigkeit verstiegen, weil er gehofft hatte, sich damit gefühlsmäßig ein wenig entlasten zu können von einer Unkorrektheit, die ihm aus persönlichen Gründen notwendig erschien. Denn er hatte seinem Chef fast alles Wesentliche verschwiegen, was nachmittags zwischen Fräulein Soleder und ihm besprochen wurde. Einmal, weil darin sein Bruder verwickelt war, vor allem aber er selbst in einer eher kümmerlichen Rolle. Und als er dann das Büro verlassen hatte, war die Sache nicht mehr rückgängig zu machen. Er wollte ja schon ein paar Mal anstandshalber ausziehen und sich irgendwo anders sein möbliertes Zimmer suchen, aber seine Schwester hatte ihn immer wieder festgehalten und ihrem Mann, dem Bäckermeister Max Greitmeier, war so ein ruhiger Hausgenosse wie der Benno auch nicht unangenehm. Lieber schon als der andere Bruder seiner Frau, der Jurastudent Adolf, der anfangs auch bei ihnen gewohnt hatte, aber inzwischen Gottlob bei einem Kameraden untergekommen war. Seitdem ließ er sich nur noch gelegentlich bei ihnen blicken, meist mit einem Sack schmutziger Wäsche oder um sich aus den Vorräten der Bäckerei eine kleine Studienbeihilfe abzuholen. Wovon er ansonsten lebte, das wusste bislang keiner ganz genau. Zufällig ergab es sich an diesem Samstagabend, dass die beiden Brüder wieder einmal zusammentrafen. Sind die eigentlich noch beieinander, dieser Studienfreund von dir? Wer? Na, den du mir damals vorgestellt hast, wenn wir uns getroffen haben, da ein Herr von sowieso, der angehende Verlobte von der Tochter aus dieser Musikalienhandlung, Solleder. Wieso? Wie kommst du denn da drauf? Ach, nur so, weil doch der Name im Moment in alle Zeitungen steht. Hast du irgendwas mit dem Fall zu tun? Wie? Okay, an sowas werden sie aber kaum einen Lehrling hinlassen. Na nein, das interessiert mich halt rein persönlich. Idiotisch, was da passiert ist. Absolut idiotisch. Warum? Also nach dem, was die Zeitungen schreiben. Dass das ein politischer Mord war. Ich sag nur, wenn. Ich bin sehr dafür, dass Verräter bestraft werden. Auch hingerichtet, wenn nötig. Aber über die Jurisdiktion von sogenannten Femi-Gerichten halt ich gar nix. Ja, was kann denn so ein Hausmädel, wer die, was kann denn die verraten haben? Jetzt einmal rein theoretisch. Keine Ahnung, das wird sich herausstellen. Könnte das vielleicht was mit Waffen zu tun gehabt haben? Möglich. Und dass der Solleder selber irgendwas mit Waffen hat? Das ist höchst unwahrscheinlich. Naja, du kennst ihn ja. Flüchtig. Über die Einwohnerwehr? Der Herr Kriminaler. Ein Geschmarrn. Mich interessiert es halt. Du weißt doch auch, wer der Einwohnerwehr. Ja, das bin ich noch. Das ist ja völlig legitim. Naja, freu nicht. Damit verdiene ich mir mein Studium, Referatsarbeiten. Sag einmal, wie ist denn das überhaupt? Das heißt doch auf der einen Seite, dass alle Waffen abgegeben werden müssen. Und auf der anderen Seite wird der Waffenverrat offiziell verurteilt. Das widerspricht sich doch eigentlich. Sag einmal, bist du so naiv oder stehst du dich nur so? Wieso? Ich komme da wirklich nicht mit. Ehrlich? Ja. Dann lass dich gelegentlich mal von deinen obersten Dienstherrn aufklären. Wieso? Die denken da nämlich ganz realistisch, soweit bekannt. Wieso? Wer will denn? Wer will denn, dass wir alle unsere Waffen abgeben? Die sogenannten Siegermächte. Schon mal was gehört vom Versailler Vertrag? Naja, also ganz blöd bin ich auch nicht. Aha, na Gott sei Dank. Dann kannst du dir vielleicht auch denken, was die damit bezwecken wollen. Bezwecken was? Ja, und was dann bei uns los wäre, dann kriechen nämlich die sämtlichen verdammten Kreaturen wieder raus aus ihren Schlupflöchern, die aus Deutschland schon einmal einen Kulackenstart machen wollten. Gleich nach dem Krieg. Ja, 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 ja. In der Zeit warst du ja allerdings noch in Südfrankreich und hast bei der Weinernte mitgekommen. Das musst du mir nicht erzählen. Ja, bei unseren siegreichen Nachbarn. Aber zum Glück sind die bereits so degeneriert und so korrupt, dass sie uns die Waffen, die es uns vornherum abnehmen, hintenherum wieder verkaufen. Ja, 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 ja. Das ist doch alles Fantasie. Fantasie. Von wegen, da gibt es zum Beispiel in München hier einen Mann. Das ist gar kein Geheimnis. Bei euch in der Etzstraße kennt man ihn auch. Mitglied der Französischen Entwaffnungskommission. Ob er wirklich Franzose ist, das weiß kein Schwein. Der verhögert alles. Gewehre, Maschinengewehre, Kanonen, Menschen, meistbietend. An jeden. Gleichgültig von welcher Partei oder Gruppierung. Der lässt sich auch dafür bezahlen, dass er die Waffenbesitzer nicht anzeigt. Erpressung nennt man das. Oder er verkauft jemand eine Fuhre-MG-Munition und wenn derjenige dann kommt und will sie abholen, stehen plötzlich die Leute von der Entente-Kommission da und nehmen ihn fest. Und dann geht derjenige für sechs Monate in den Bau für sein Vaterland, für Deutschland. Oder er muss eine Zeit lang untertauchen. Wie der Herr von Sowieso, nachdem du dich zuvor so angelegentlich erkundigt hast, mein großer Bruder und Kriminalist. So ganz schlau war der Benno aus den Andeutungen seines Bruders Adolf nicht geworden, wer sich da alles gegen wen mit Waffen eingedeckt hatte. Aber das ging auch gescheiteren Leuten nicht anders als ihm. Diese dunklen Geschäfte hatten offensichtlich auch etwas damit zu tun, dass gewisse politische Kreise ihren Absicht nicht mehr mit Argumenten alleine zum Durchbruch verhelfen wollten, sondern, wenn möglich, mit Gewalt. Eine solche Art von Politik hatte bis dahin noch wenig Tradition in Deutschland. In der darauffolgenden Woche sah es so aus, als sollte die Polizei im Fall der Anarchiesgruber ein kleines Stückchen weiterkommen. Der Name des Soldaten war tatsächlich noch in den alten Unterlagen des Fotografen vermerkt. Ein Unteroffizier, Karl Niebler. Und dasselbe Name fand sich auch im Register des Einwohnermeldeamts unter der Adresse Herrenstraße 12, also ganz in der Nähe der sohlederschen Musikalienhandlung. Es sprach demnach einiges dafür, dass er der Freund der Ermordeten gewesen sein konnte. Kriminaloberkommissär Grüner ließ sich vorsorglich von seinen beiden Mitarbeitern begleiten, denn dieser Mann hatte sich durch sein Schweigen einigermaßen verdächtig gemacht. Als Unteroffizier musste er doch zumindest lesen können. Aber er konnte nicht lesen. Seit dem Tag nicht mehr, als man ihn an der Westfront aus einer giftgrünen Gaswolke herausgezogen hatte, ohne Maske vor dem Gesicht und schon halber stickt. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, Herr Niebler. Bittchen, glauben Sie mir das. Aber Sie müssen schon verstehen, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, warum sich Ihr Freund nicht bei uns gemeldet hat. War ja naheliegend, nicht? Na, jetzt erwischen wir es. Na ja. Und Sie sehen seitdem überhaupt nichts mehr? Nur so Umrisse, wenn es hell ist. Zehn Prozent, was sagt das? Am Tag auf der Straße, bis zum Kramer vor, da kann ich schon allein gehen. Mit dem Stock. Und haben Sie sonst niemanden, der sich ein bisschen um Sie kümmert? Es wohnt noch eine Frau in der Wohnung, aber die ist im Krankenhaus. Für länger. Die Anna ist halt immer gekommen, wenn es Frau gehabt hat. Die hat sich dann um alles gekümmert. Und kann das nicht doch ein Irrtum sein, dass vielleicht doch wer anders gewesen ist und nicht die Anna? Es hilft ja nichts, wenn ich Ihnen jetzt Hoffnungen mache, Herr Nibbel. Hilft alles nichts. Nein, nein, ich weiß schon. Es hilft nichts. Aber warum? Ist doch Wahnsinn, die Anna soll jemanden umbringen? Wegen was? Sie haben vorhin angedeutet, dass sie ein Waffenlager angezeigt hat. Na ja, das ist doch überall angeschlagen an alle Plakatsäulen, dass die Waffen abgegeben werden müssen. Oder? Ist das nicht richtig? Ich meine, ich weiß es ja nur von Ihnen. Ja, das ist schon richtig, aber es gibt halt dazu verschiedene Standpunkte, wie immer, nicht? Woher hat Sie denn das gewusst von dem Waffenlager? Ja, ich habe jetzt gesagt, Sie sollen es machen. Dass das endlich aufhört, die ewige Schießerei. Und dass sich die Leute gegenseitig umbringen. Ich habe es ja gesagt, auf dem Gute da draußen, wo sie vorher war, in Unterhaching, bei dem Herrn Baron, das sind solche Menschen. Die haben sich behandelt wie den letzten Dreck und solche Menschen, die können anzeigen. Wenn sie in ihrem Haus Kanonen, Verstecken und Maschinengewehre, die können anzeigen. Weil die so lange keine Ruhe geben, bis es wieder losgeht. Und jetzt musst du jetzt einmal endlich aufhören. Tja, wenn das so einfach wäre. Der Mordfall Anna Kiesgruber sollte die Münchner Kriminalpolizei noch lange beschäftigen. Mit noch so manchen bedrückenden Einsichten und einer bitteren Konsequenz. Ich werde Ihnen das nächste Mal mehr darüber berichten. Und auch davon, was sich im anderen Fall entwickelte. In dem, der sich durch Zufall aus dem Kriminalfall ergeben hatte. Und der sich ebenso wenig ohne Konsequenzen lösen ließ. Nur, ob auch diese bitter waren, das bleibt für heute noch dahingestellt. Das ist schon irgendwie eigenartig. Wenn man sich das überlegt, wie alles so zusammenhängt. Ohne das arme Mädel, werden wir vielleicht gar nicht mehr zu unserem Kaffee kommen. Wenn Sie auch so schnell aufgeben. Sie hätte eigentlich gar nicht von Ihnen gedacht, so hartnäckig, wie Sie damals gewesen sind. Mit Ihren 6,90 Mark. Ja, mei. Es gibt eben Situationen, da muss man auch einmal hartnäckig gegen sich selber sein. Besonders sicher. Manches geht eben nicht so, wie man gern möchte. Aber das weiß man doch erst, wenn man sich selber davon überzeugt hat, oder? Und nicht von anderen ins Boxhorn jagen lässt. Und wenn dieser Herr von sowieso, sagen wir einmal, dass er jetzt plötzlich wieder auftauchen täte. Dass er vielleicht bloß vorübergehend aus Gründen, die vielleicht gar nicht einmal mit Ihnen was zu tun haben. Politische zum Beispiel. Also dann täte ich sagen, grüß dich lieber Fritz, schön, dass du wieder da bist. Und das ist mir völlig egal, wo du so lange gewesen bist. Na ja, das habe ich mir schon gedacht, weil das, na ja, das ist ja auch so richtig. Ich bin aber noch nicht fertig. Und dann täte ich zu ihm sagen, vielen Dank, lieber Fritz, dass du mir so lange Zeit lassen hast. Weil ich jetzt nämlich ganz genau weiß, dass wir zwei nicht zusammenpassen. Aus, Epfe. Amen. Trink mir noch einen Kaffee. Na, danke. Um Gottes Willen, es ist ja schon halbe Semmel. Ich muss jetzt unbedingt gehen. Ich habe doch daheim geschwindelt, dass ich auf der Chorprobe bin. Sonst hätten Sie mich doch gar nicht weglassen in der Geschäftszeit. Achso, na ja, freilich, natürlich. Fräulein, bitte zahlen. Bitte sehr. Zwei Körnchen Kaffee, zwei Apfelkuchen. Ja. 12,80 Mark. 12,80 Mark. Moment einmal. Wenn das ja so weitergeht mit der Reinflation. 5,10, elf, zwölf. Ich habe da noch irgendwo ein Mangel gehabt. Warten Sie, Fräulein. Ich finde sie jetzt nicht. Herrschaft, seite. Dankeschön, Fräulein. Ich habe doch noch. Das stimmt schon so. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nein, also Pitschen, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Das bezahlen wir. Ach, als nächstes Mal. Nein, 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 nein. Das geht unmöglich. Also wirklich nicht. Jetzt machen Sie mich nicht fuchtig. Ja, aber dann bringe ich Ihnen das Mario danach noch vorbei. Halt noch. Fangen Sie jetzt schon wieder an. Die Grandauers und ihre Zeit Eine Geschichte in Fortsetzungen von und mit Willi Puruker. Zwölfter Teil. Konsequenzen. Im Fasching 1921 tanzten die Schäffler zum ersten Mal wieder durch die Straßen von München. So wie schon vier Jahrhunderte zuvor nach dem Ende einer großen Pestilenz. Auch die Pest dieses neu begonnenen Jahrhunderts, unseres 20. schien vorbei zu sein. Die Pest des Krieges. Aber sie war noch lange nicht überstanden, geschweige denn geheilt. Sie veränderte nur ihre Symptome, ihr äußeres Erscheinungsbild. Aus dem akuten Zustand wurde ein Schleichender. Doch einer, in dem es sich immerhin leben ließ. Und gar nicht einmal so schlecht, wenn man es daran maß, was das Leben in den Jahren zuvor wert gewesen war. Freilich, so viel war auch jetzt schon erkennbar. In diesem Frühjahr 1921 mit dem Geld ging es unaufhaltsam dahin. Ein Dollar kostete bereits 80 Mark. Lebensmittel, Mieten, beinahe alles wurde von einem Monat auf den anderen teurer. Löhne und Gehälter hinkten zwar noch einigermaßen hinterher, angefeuert immer wieder von Streiks und zornigen Demonstrationen. Aber wie lange noch? In der letzten Aprilwoche 1921 lag den Kriminalbeamten der Münchner Mordkommission kein Ereignis vor, das sie zu der bekannten fieberhaften Tätigkeit genötigt hätte. Aber dafür wurden sie von internen Vorgängen in Atem gehalten. Aber die Kuchen, die, 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 die Kuchen, ja, aber Traudl, jetzt horch halt einmal. Nein, Traudl, die Kuchen, es war aber ausgemacht, Traudl, die Kuchen macht mein Schwager. Okay, also das ist doch egal, ob das üblich ist oder nicht. Nein, jetzt bist aber du grundsätzlich. Ja, oder deine Eltern, bitteschön, das ist doch das Gleiche. Also da reden wir nochmal drüber, gell? Nein, ich muss jetzt, ja, heute oben, na bin ich nicht, na wirklich nicht. Ja, ich dich auch. Nein, leg du auf. Also Servus, Pfierte, leg auf jetzt, ebenfalls. Pfierte, Servus, Servus. Ist er schon zurück von der Besprechung? Da war er noch nicht, bei uns, Herrin. Ich sieg schwarz, gerade auch. Ja, aber die Kinder haben doch eigentlich von rechts wegen, ich mein, er hat doch in der Sache vollkommen korrekt gehandelt. Ja, mei, in der Sache. Aber es war natürlich schon ein gewaltiger Vorwurf. Mein Leberspitz, den lassen doch die nicht auf sich sitzen. Aber wenn es tausendmal stimmt, dann gerade erst recht nicht. Das wissen wir doch, wie die sind, die hohen Herren. Er hätte es besser für sich behalten sollen. Ach, für sich behalten, für sich. Und dann, so ja vielleicht so da ist, ob er nichts wisst. Also wenn er das eigene Haus einem Verbrecher Vorschub leistet. Ist doch nicht so laut. Ach, ist doch wahr. Ist doch niemals nachzuweisen. Nichts kommt da raus, gar nichts. Die halten doch dicht. Wenn was einmal ins Politische geht, das habe ich gekommen sein. Man ist vorbei mit dem, was wir gelernt haben. Mord ist Mord und vor dem Gesetz sind alle gleich. Nimmer. Stimmt alles nimmer in so einem Fall. Aber, aber das ist doch, was hat denn die Polizei? Was haben denn wir mit der Politik zu tun? Ist doch nicht so laut. Ich sage nur, wenn. Wissen Sie, man weiß ja nicht, wenn die haben Ohren. Ach, gäng es zu, Herr Lederer. Es ist nimmer so wie früher. Alles ist jetzt politisch. Ich bin froh, ich sage es Ihnen ehrlich, dass ich schon so alt bin. Nächstes Jahr gehe ich in Pension. Dann könnt ihr euch ja jünger amüsieren mit dem, was da noch auf uns zukommt, eines Tages. Der Fall mit dem Dienstmädel. Mit der Anna Kiesgruber. Das ist ja nicht der einzige nach der Manier. Ich habe ihn gewandert, Herr Oberkommissär. Da, da beißt sich einer die Zähne aus. Es begann sieben Monate zuvor, am selben Tag, als Benno Grandauer seine Grundausbildung bei der Polizei gerade beendet hatte und nun seine ersten praktischen Erfahrungen gleich bei dem Mann sammeln sollte, dem auch sein Vater schon viele Jahre gedient hatte. Kriminalassistent Grandauer meldet sich zum Dienstantritt bei Herrn Oberkommissär Grüner. Bravo! Sie sind mir schon angekündigt worden. Hocken Sie nachher da, Herr Kriminalassistent. Jetzt fangen Sie halt einmal bei mir an. An diesem Freitagmorgen, es war der 1. Oktober 1920, fand ein Waldarbeiter im Forstenrieder Park, etwa 50 Meter von der Staatsstraße München-Starnberg entfernt, die Leiche einer jungen Frau. Sie war bescheiden, fast ärmlich gekleidet, ihr Oberkörper halb aufgerichtet, hochgehalten von einer dicken Schnur, die man ihr um den Hals geschlungen und an einem Ast verknotet hatte. Über ihrem Kopf hing ein Plakat aus graubraunem Packpapier. Darauf war mit schwarzer Tinte in Druckbuchstaben geschrieben. Du Schandweib hast verraten, dein Vaterland, du wurdest gerichtet von schwarzer Hand. Allem Anschein nach irgendwas Politisches. Von schwarzer Hand. Von weißer Hand, von roter Hand. Das kann aber gerade so gut eine farblose Hand gewesen sein. Von einem Psychopathen oder von einem eifersüchtigen Liebhaber, der sich das Sprücherl bloß hinterher ausdenkt hat, damit wir jetzt da stehen und sagen, aha, schon was Besseres, was Politisches. Kein Mörder, sondern ein Überzeugungstheber. Aus den Schleifspuren von der Straße zum Fundort war mit ziemlicher Sicherheit zu schließen, dass die Frau schon tot hierher geschleppt wurde. Noch hatte man keinerlei Anhaltspunkte, wer sie war. Aber schon am Nachmittag erhielt die Mordkommission eine Vermisstenanzeige von einem Münchner Geschäftsmann, dessen Hausmädchen seit der vergangenen Nacht abgängig war. Ein Fräulein Anna Kiesgruber, 25 Jahre alt, aus Deisenhofen. Ja, das ist sie. Mein Gott, wie ist denn sowas möglich? Seien Sie ganz sicher, Herr Solider? Absolut. Herr Solider war in Begleitung seiner Tochter in das Gerichtsmedizinische Institut gekommen, ein Umstand, der noch aus anderen Gründen bedeutsam werden sollte. Eine sehr traurige Angelegenheit. Ich kann es auch noch gar nicht recht glauben. Sie war ja erst seit einem Monat bei uns. Das muss ich einmal unter solchen Umständen widersicht. Aber Sie werden sich vielleicht gar nicht mehr an mich erinnern. Doch, ich erinnere mich schon. Ja. Sie sind mir ja eigentlich noch einen Kaffee schuldig. Fräulein Soliders Bemerkung bezog sich auf ein eher kurioses Zusammentreffen, am Anfang dieses Jahres, als der Grandauer Benno einmal als Kunde in die Musikalienhandlung ihrer Eltern gekommen war. Und er hatte sich ihr eigentlich nur wegen seiner störrischen Ehrbarkeit eingeprägt, mit der er sich damals für eine zerbrochene Schallplatte verantwortlich fühlte, die ihm versehentlich aus der Hand gefallen war. Sie dagegen war, ohne ihr Hinzutun, tiefer in seine Vorstellungswelt eingedrungen und hatte ihn von dort aus zu den schönsten Erwartungen verleitet. Bis er dann kurz darauf und ausgerechnet noch von seinem Bruder Adolf erfahren musste, dass dieses Fräulein so gut wie verlobt sei, mit einem Kommilitonen, einem Herrn von sowieso, Studiosus Juris Prudentiae. Einer solchen Konkurrenz fühlte sich der Benno nicht gewachsen. Er begrub seine Hoffnungen und hatte Fräulein Solider schon beinahe vergessen, bis er ihr nun, an jenem 1. Oktober 1920, auf dem Dienstwege wieder begegnet war. Also meine Herren, fassen wir zusammen. Das einzig Greifbare an diesem Fall ist bis jetzt lediglich das Interesse des Herrn Kriminalassistenten Grandauer an dem Dernl aus der Musikalienhandlung. Unterbrechen Sie mich ruhig, wenn was nicht stimmt. Bis jetzt ist alles richtig, Herr Oberkommissar. Das ist aber nur rein dienstlich. Geh, machen Sie mir nicht Angst. Da weiß man überhaupt nicht mehr, wie man bei Ihnen dran ist, wenn Sie sich derartig versteigen können. Aber Spaß beiseite. Dass der Solider und seine Familie was mit der Sache zu tun haben könnten, das scheidet ja wohl aus. Bleiben genau genommen drei Personen übrig, die wir alle nicht kennen. Erstens Ihr Freund. Zweitens der junge Mann, der sich am Abend vor der Tat in Ihrem Heimatort in Deißenhofen draußen nach Ihrer Münchner Adresse erkundigt hat. Warum? Weil ich angeblich eine Stellung vermitteln wollte. Und da geht er nacheinander zu fünf verschiedene Leute hin, bis er endlich wen findet, der es kennt. Warum nicht? Ja, warum meine ich nicht? Aber dass er nicht einmal Ihren richtigen Namen gewusst hat. Wie hat er es genannt? Wieshuber. Wieshuber, Kiesgruber, das kann man schon verwechseln, wenn man nicht so genau hinhört. Warum ist er denn nicht überhaupt als erstes zu dem Gutshof nübergfahren, nach Unterhaching, wo sie zuvor in Stellung war, bis zum Sommer, bei dem Baron von... Von Treuental. Vielleicht hat er davon nichts gewusst. Er ist ja als erstes bei Ihren Eltern gewesen, aber die waren nicht daheim. Und die Geschwister haben ihre neue Adresse selber nicht gekannt. Naja, alles sehr einleuchtend. Aber irgendwas gefällt mir nicht. Ein junger Mann, der hinkt. Das haben alle fünf Zeugen bestätigt. Dass er den einen Fuß ein bisschen nachzieht. Na also, dann hinkt er doch. Gehen Sie einmal ein Stückchen und ziehen Sie am Fuß noch. Und? Wie schaut das aus? Der hinkt. Naja, aber das werden ja viele nach dem Krieg. Sonstige Kennzeichen? Er hat zweimal einen schwarzen und dreimal einen grünen Hohl drauf gehabt. Und sein Mantel war grau oder braun oder grün. Wenn ich was sagen darf. Wegen dem sind wir ja beieinander. Ja, da war nämlich auch noch ein Schneidermeister unter diesen Personen, die er gefragt hat. Und der hat vielleicht, also was die Kleidung anbelangt, den sichersten Blick. Bravo. Und der hat gesagt? Grüner Hut, brauner Mantel. Halten wir das einmal fest. Und dann war noch was. Die Wirtin nämlich, die, wo die Adresse von der Kiesgrober zuletzt gewusst hat, die hat auch gesagt, dass er sich sehr höflich ausgedrückt hat, der junge Herr. Also eher gebildet in so einem feinen Münchnerisch, so hat es sich bezeichnet. Ja, sowas ähnliches hat doch das Fräulein Sohle da auch gesagt. Von dem Anrufer, der die Kiesgrobe in einer dringenden Angelegenheit sprechen wollte, an demselben Abend vor der Tat, wo sie dann freigegeben haben und sie ist dann nicht mehr heimgekommen. Vielleicht ist das sogar ein und dieselbe Person, der Anrufer und der andere, der sich an dem Nachmittag nachher erkundigt hat in Daisenhofen-Trassen. Dann werden es bloß noch zwei Kandidaten, an die wir uns im Moment halten können. Wobei mich erfreut, wegen dem es angeblich nach München gezogen ist und von dem keiner was Näheres weiß, also mit dem kann doch auch was nicht stimmen. Sonst hätte er sich doch inzwischen bei uns gemeldet. Steht ja daumadig in alle Zeitungen drin. Der wird doch wohl lesen können. Kurz darauf gelang es der Kriminalpolizei, die Adresse dieses Mannes ausfindig zu machen, über eine Fotografie aus den spärlichen Hinterlassenschaften der Anna Kiesgruber, ein Bild von einem jungen Soldaten, datiert 1914. Das Fotoatelier, in dem die Aufnahme damals gemacht worden war, hatte seinen Namen noch in der alten Kundenkarte. Und Kommissär Grüner war schon auf alle möglichen Erklärungen gefasst, wieso dieser Karl Niebler angeblich nichts in der Zeitung gelesen hätte. Er war es ja gewöhnt, dass man ihm oft die dümmsten Ausreden auftischte. Aber es kam anders. Der Mann konnte wirklich nicht lesen. Seit dem Tag nicht mehr, als man ihn an der Westfront aus einer giftgrünen Gaswolke herausgezogen hatte, ohne Maske vor dem Gesicht und schon halb erstickt. Im Amtsdeutsch, Karl Niebler war kriegsblind. Ja, und haben sonst niemanden, der sich ein bisschen um sie kümmert? Ja, es wohnt noch eine Frau in der Wohnung, aber die ist im Krankenhaus. Für länger. Die Anna ist halt immer gekommen, wenn sie frei gehabt hat. Die hat sich dann um alles gekümmert. Und kann es nicht doch ein Irrtum sein, dass vielleicht doch wer anders gewesen ist und nicht die Anna? Es hilft ja ja nichts, wenn ich Ihnen jetzt Hoffnungen mache, Herr Niebler. Hilft alles nichts. Nein, nein, ich weiß. Es hilft nichts. Aber warum? Ist doch Wahnsinn, die Anna. So jemand umbringen, wegen was? Sie haben vorhin angedeutet, dass sie ein Waffenlager angezeigt hat. Ja, das ist doch überall angeschlagen, an alle Plakatsäulen, dass die Waffen abgegeben werden müssen, oder? Ist das nicht richtig? Ich weiß es ja nur von ihr. Das ist schon richtig, aber es gibt halt dazu verschiedene Standpunkte. Wie immer, nicht? Woher hat sie denn das gewusst von dem Waffenlager? Ich habe ja gesagt, sie soll es machen, dass das endlich aufhört, die ewige Schisserei. Und dass sich die Leute gegenseitig umbringen. Ich habe es gesagt. Auf dem Kutter draußen, wo es vorher war, in Unterhaching, bei dem Herrn Baron, das sind solche Menschen, die haben sie behandelt wie den letzten Dreck. Und solche Menschen, die können angezeigt, wenn sie in ihrem Haus Kanonen verstecken und Maschinengewehrreitigkeit anzeigt. Weil die so lange keine Ruhe geben, bis es wieder losgeht. Es muss doch jetzt einmal endlich aufhören. Ja, wenn das so einfach wäre. Und wo ist sie denn da hingegangen? Wo hat sie denn das angezeigt, das Waffenlager, von dem Baronen Treuental? Ja, sie hat nicht genau gewusst, wo die Stelle ist. Dann habe ich gesagt, sie soll zu der Druckerei hingehen, die das Plakat gemacht hat. Das ist unten drangestanden. Druckerei Haller. Haller oder so ähnlich. In der Sendlinger Straße. Na, Belohnung hätte es doch dafür sicher auch eine gegeben, könnte man denken. Ja, das kann schon sein. Und da hätten wir uns auch gar nicht geniert. Wissen Sie, wie viel ich Rente kriege dafür, dass ich mein Augenlicht verloren habe in dem Scheißkrieg? 290 Mark. Da leben Sie einmal davon. Bei der Inflation. Die haben nichts verloren, die Herrschaften. Die leben ins Haus und Braus. Ja, sie haben schon recht. Ja, und dann ist sie also dorthin gegangen und die haben das notiert. Wann war das? Ja, so vor zwei Wochen ungefähr. Und haben gesagt, es geht in Ordnung? Ja. Und sie soll mit niemandem darüber reden. Das wäre nicht ungefährlich. Dann haben sie doch keine Angst gekriegt auf das. Ja, wir haben ja niemandem was gesagt. Es war doch alles rechtmäßig. Und am Donnerstag vergangener Woche, an dem Abend vor dem... Na, was passiert ist. Da war sie dann noch einmal kurz bei Ihnen, die Anna. Ja. Da hat sich zuvor der Herr angerufen. In der Stellung, wo sie arbeitet. Und der hat gesagt, er ist von der Entwaffnungskommission und müsste sie noch einmal dringend sprechen. Weil der Baron sich angeblich weigert. Und sie wollten noch einmal genau von ihr wissen, wo er die Waffen versteckt hat. Und wer der Herr war, hat es nicht gewusst. Nein, ein Herr und er käme mit einem Auto, einem Fiat, hat es glaube ich gesagt. Fiat? Ja, und sie soll um 9 Uhr vor der Hauptpost stehen und auf ihn warten. Der Mann kann sich doch gar nicht helfen. So, allein in der Wohnung. Da gibt es aber doch so einen Verband für die Blinden. Es muss ja mehr jemand das Material bringen für die Büschen. Alle warten, sieben, sieben. Werden Sie ihn heute noch einmal erkundigen, in der Blindenversorgungsanstalt in der Romanstraße, dass sich die vielleicht um ihn kümmern. Und wir fürchten, dass er jetzt doch in einem politischen Fall reingetappt hat. Herrschaftszeiten noch einmal. Ich habe mir das gleich gedacht, Herr Oberkommissär. Ja, aber wegen dem lasse ich mich nicht beirren. Solange unsere alte Strafprozessordnung noch gilt, Mord ist Mord. Oder habt ihr schon was Neues gelernt auf der Polizeischule? Nein. Paragraf 163, sagen Sie den Herr gerade auch. Paragraf 163. Alle Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben strafbare Handlungen zu erforschen und alle keinen Aufschub gestandenen Anordnungen zu treffen, um die Verdunkung der Sache zu verhüten. Also, das ist zwar saumäßiges Deutsch, aber eindeutig. Sie gehen jetzt ins Büroleder und schauen Ihnen noch einmal eingehend die Berichte der Spurensicherung durch. Jawohl. Da war was mit einem Ölfleck auf der Straße. Ja. Reden Sie mit unserem Kraftfahrzeugsachverständigen drüber. Abteilung 7. Vielleicht hat der auch eine Eingebung. Und wir zwei Grandauer wandern jetzt in die Sendlinger Straße. Zwecks? Ermittlung der Druckerei. Bravo. Sie sind hier, wie sagt man da, Betriebsleiter? Betriebsleiter, jawohl. Und die Plakate von der Entwaffnungskommission, die sind hier bei Ihnen in der Firma gedruckt worden? Jawohl. Ich hab's gesehen. Da geht tatsächlich nicht daraus hervor, wo man die Waffen abgeben soll oder anzeigen. Der Wortlaut ist nicht unsere Angelegenheit. Wir haben's bloß gedruckt. Versteh schon. Wir sind ja selber bei der Einwohnerwehr, Herr Roggea, haben Sie gesagt, nicht? Jawohl. Da werden Sie kaum ein persönliches Interesse dran haben, dass man den Aufruf auch generell befolgt. Habe ich recht? Das eine ist persönlich, respektive im völkischen Interesse. Und auf der anderen Seite kann sich unsere Firma leider nicht leisten, dass sich so einen Auftrag ablehnt. Noch dazu von den Siegermächten. Da kann man schlecht nachsagen, freilich. Aber jetzt einmal zu der Anarchisgruber. Sind Sie da nicht doch ein bisschen erschrocken, dass Sie das von dem Mord in der Zeitung gelesen haben? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich natürlich gleich mit unserer Landesleitung in Verbindung gesetzt. Von der Einwohnerwehr? Jawohl. Leider war der zuständige Herr, der Herr Tatermann, bis gestern verreist. Er wollte sich aber nach seiner Rückkehr gleich mit Ihnen, respektive mit der Polizei, in Verbindung setzen. So? Oder noch nicht? Wir waren uns nämlich nicht sicher. Die Dame hat sich ja bei uns anders vorgestellt. Also das Hausmauerruf. Mit einem anderen Namen? Ja, Wieshuber. Anna Wieshuber. Interessant. Und dass bloß ein Hörfühler gewesen ist? Wieshuber? Kiesgruber? Ich habe Sie so verstanden. Sie haben mich auch nicht korrigiert. Und den Herrn Tatermann auch nicht. Ach was. Sie sind danach, nachdem sie bei Ihnen die Anzeige gemacht hat, am Nachmittag des 23. September. Richtig? Jawohl. Da sind Sie dann mit ihr zu diesem Herrn Tatermann gegangen. Von der Landesleitung. Warum eigentlich, Herr Ruggler? Ich meine, hätte es nicht genügt, wenn Sie zu ihr gesagt hätten, sie soll mit niemand anderen drüber reden? Ich habe in dem Moment selber nicht genau gewusst. Es handelt sich hier um ein Waffenlager von der Einwohnerwehr. Und? War es eins? Nein. Sondern? Inzwischen werden Sie ja wahrscheinlich erfahren haben, zu welcher Organisation der Herr Baron von Treu und Tank hört. Andeutungsweise eine kleinere Organisation, aber mit ähnlicher Zielsetzung, was die nationalen Belange betrifft. Hat es was mit dieser nationalsozialistischen deutschen Novos? Arbeiterpartei. Stimmt, ja. Ja, ein gewisser Hitler ist da, glaube ich, der Hauptmacher, ein Österreicher. War das Waffenlager von denen? Wirklich? Mit der Einwohnerwehr hat die Sache jedenfalls nichts zu tun. Da hat sich einer gerissen, gell? Man hat's gesehen. Ja, also, wie der Wieshuber gesagt hat. Ja, und der andere, also der in Deisenhofen, der hat sich doch auch nach einer Anna Wieshuber erkundigt. Na ja, aber das darf man sich nicht anmerken lassen. Lieber Dummstein. Reden lassen. Sonst erfahren Sie nichts. Ja, glauben Sie denn, dass der irgendwas damit zu tun hat, dieser Betriebsleiter? Nein, glaube ich nicht. Nicht direkt. Das ist halt so ein Patriot, der wollte wahrscheinlich bloß verhindern, dass das Waffenlager beschlagen haben wird. Und damit macht er sich weder strafbar noch sonst was. Im Gegenteil, nicht? Das ist ja sogar im Sinne allerhöchster Regierungskreise. Nein, 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 nein. Das müssen schon andere gewesen sein. Schärfere Genossen. Freule, irgendwo hängen sie alle zusammen, die ganze Vaterländische Front. Und das ist ja auch wieder das Tragische. Die einen, die mehreren, die wollen ja bloß verhindern, dass wir nur mal so einen Saustag erleben, wie bei der sogenannten Revolution vor sich sein. Und das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber die anderen, mein lieber Freund, bei denen drehe ich Hand nicht um, mit ihren deutschen Großmachtträumen. Die schreckt er vor gar nichts zurück. Auch nicht vor einem Mord. Was ist? Gehen wir noch zum Speckmeier rein und essen ein bisschen was miteinander. Ich bin nämlich im Augenblick Strohwitwer. Ja, jawohl. Wir müssen bloß zuvor, weil ich nicht gewusst habe, dass es später wird... Nein, nein, nix. Halbe siehme. Ihre Dienstzeit ist offiziell zu Ende. Haben sie nachher Verabredung. Jawohl. Soll ich raten, mit wem? Ein bisschen auf die Wiese wollte man gehen. Das erste Mal wieder seit sechs Jahren. Und sie haben sie sogar verlängert heuer. Wer haut den, wer schmeckt in den Lukas? Ja, was ist jetzt? Da kommen sie doch her, da, ihr Studierat und schauen sie, ob sie rein schmalt haben. Ja, das freuen, das möchtet, das wissen, bevor sie ihnen die Hand fürs Leben gibt. Ich glaube, der macht sie, heu? Was, was, ach so? Ja. Ja, aber die haben da vielleicht Preise, drei Schläge einem. Ja, aber wenn sie einen der Wahrheit näher bringt. Also, kräftemäßig. Ach so, was ist? Da hätte ich vor sowas keine Angst, aber... Ich lade sie dazu ein. Nein, nein, das kommt ja gar nicht in Frage. Okay, also, wenn sie wollen, dann... Ja, wie will. Aber ich bin natürlich bloß nicht so drauf, weil es ist ja mehr ein Trick, dass man das genau trifft, genau auf den Kopf, weil sonst geht ja die ganze Kraft daneben. Ja, eben, und das möchte ich jetzt sehen. Drei Schläge, bitte. Ja, so ist recht, Herr Studienrat, eine Mark. Ja, und jetzt soll die Tami einmal sehen, was die alles unter ihrem Schackernettl haben, heu? Also, auf geht's! Hau! Der, der, der war jetzt genau falsch. Ja, das macht doch nichts, ja, nicht. Bei Lukas ist ja wer, 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 die schöne Frauen. Die kriegt doch auch nicht einen Vorschlag. Kennst du, Fräulein? Ja, da muss man ja Geduld haben, heu? Und so lange draufhauen, büschöppert! Ah, haben Sie es gehört? Also nochmal. Der erste Versuch gilt nicht. Wo ist es? Hau! 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 Was stehen denn Sie noch da, Herrin Landlederer? Und? Bleiben Sie da sitzen. Bereitschaft. Und am Abend herabkommen Sie. Ach so, ja. Dass Sie heute noch reinkommen, ist was Besonderes. Meine Frau ist nach Schwabach zur Verwandte. So ein Strohwitre. Unser Lehrling ist auf die Wiese gegangen. Ich weiß ja nicht, wo ich mit dem Geht. Mast Bier, 250, ein Brezner, 50, ein Händl, 28 Mark. Raten Sie mal, mit wem? Da brauche ich nicht lange raten. Aber einen guten Geschmack hat er schon. Die, wenn ihr ihn bleibt. Und auch so, gell, mit dem Kreuzi-Kreuzi. Das war ein gemeintes Wieserl. Ja, da kann man sich täuschen, Lederer. So gut stehen die auch nicht da, wie ich gehört hab. Aber ein Sternl ist ja nett. Ein offenes Wesen. Gefällt mir. So, und was ist jetzt mit dem Ölfleck? Sind Sie bei dem Sachverständigen gewinn? Jawohl, Herr Oberkommissär. Ich hab's ja nicht da schon hergerichtet. Und? Gewinnt ihr sind's? Also, nach dem Umfang, sprich nach der Menge des ausgetretenen Öles, was die am Tatort festgestellt haben. Ja. Wenn der Wagen zum Beispiel bloß 15 Minuten da gestanden ist, muss er einen Defekt gehabt haben, einen ganz erheblichen. Dass sie nicht mehr lange damit fahren können, bis sich die Kohlen festfressen in die Zylinder. Wissen Sie? Sehr gut. So mag ich die Technik, wenn's auf unserer Seite ist. Also, sämtliche Garagen und Sanierungsstellen in München und Umgebung werden überprüft. Die sind alle verfügbaren Leute einsetzen. Jawohl, Herr Oberkommissär. Wo sind oder waren nach dem 1. Oktober Fahrzeuge mit entsprechenden Defekten in Reparatur? Mhm. Insbesondere solche der Automarke Fiat. Nein, gleich halb elf. Oh, schon. Hoffentlich schlafen sie schon. Mein Vater zieht mir wieder drei Tage langs Gesicht, wenn ich so spät heimkomme. Ähm, vielleicht, dass Sie ihm einen schönen Gruß sagen von mir. Nein, nein. Und ich lasse ihm nochmals vielmals danken, dass er mir erlaubt hat, dass ich... Das sagen Sie ihm schon besser selber. Jetzt? Nein, um Gottes Willen. Wenn Sie halt einmal kommen. Achso. An einem Sonntag vielleicht nach der Kirche. Ja. Soll ich da einfach so... Mit dem Hut in der Hand, freilich. Aha. So macht man das bei den braven Bürgern. Ja. Das haben Sie jetzt davon, wenn Sie sich auf sowas wie mich einlassen. Ja, warum? Aber das... Gute Nacht, Herr Grandauer. Gute Nacht, Fräulein Soledda. Nett was? Ja, sehr und bis bald. Andern Tags, schon früh am Vormittag, fand sich unaufgefordert Herr Emanuel Tatermann vor Amte ein. Großkaufmann und Inhaber einer gut gehenden Holz- und Kohlenhandlung, die nun schon in der dritten Generation den Tatermannschen Bürgerstolz getragen hatte. Und sollen wir dann vielleicht tatenlos zuschauen, wie uns die Bolschewiken als letztlich hämmert vom Leib reißen? Nein, nein, mein lieber Herr. Das können Sie in Russland machen, mit Ihren Analphabeten. Aber nicht in Deutschland, nicht mit einem Kulturvolk. Wir haben eine gewachsene Ordnung, in der jeder anstetig leben kann. Und für die sind wir auch bereit zu kämpfen. Jeder Einwohner wäre man mit der Waffe in der Hand. So ist das in Allerweih, Gott sei Dank. Und dafür brauchen wir unsere Waffen. Und deswegen lassen wir uns auch nicht von gewissen Erfüllungspolitikern entmachten. Oder von Denunzianten, die sich mit sowas ein paar Magel verdienen wollen. Sie meinen, dass diese Anarchisgruber, dass sie es hauptsächlich wegen dem Geld gemacht hat? Das weiß ich nicht. Ich habe nur kurz mit ihr gesprochen, wie er es mir seinerzeit gebracht hat von der Druckerei. Der Sau, du mein Luder. Ich kann es nicht anders sagen. Aber bitte, was danach mit ihr passiert ist, das verurteile ich persönlich aufs Schärfste. Auch namens der anderen Wehrmänner. Wir haben uns bloß damals hermissiert auf unserem Bundesschissen im September, wie ich das erzählt habe, dass er sich ausgerechnet an einen von unseren Leuten wendet mit ihrer Anzeige. Anstatt an die Entwaffnungskommission. War das ein größerer Kreis, in dem Sie das erzählt haben? Drei, vier Jahren. Vertrauenswürdig selbstverständlich. Und dass der Name Wieshuber... Wieshuber, jawohl, so habe ich es verstanden. Dass der dann so rum vielleicht in andere Kreise gelangt ist? Nein, das kann man nicht denken. Bei uns verkehren nur Patrioten. Bayerische, deutsche Patrioten. Aber keine Fememörder. Herr Tatermann war äußerlich eine durchaus vertrauenswürdige Erscheinung, von großer Art erhaltender Kraft und diesem spezifisch bayerischen Volumen, das Standes- und Vermögensunterschiede ganz natürlich erscheinen ließ. Solchen Leuten gegenüber war Kommissär Grüner am ehesten vorurteilslos. Am Nachmittag desselben Tages wurde er dann noch in die Schellingstraße gerufen von seinem Kriminalassistenten Grandauer, der dort in der Benz-Garage eine überraschende Auskunft erhalten hatte. Interessant. Er fährt mit der Nummer 2A 1903 am Freitag, dem 1. Oktober, also 8 Uhr ungefähr, zur Reparatur eingeliefert. Also da waren die Kolben vollkommen festgefressen. Und der war auch sonst in einem ziemlich verwahrlosten Zustand. Ja, ich habe mir das da aufgeschrieben auf dem Reparaturschein. Also das Zugbahn von der rückwärtigen Tür links war abgerissen. Scheinwerfer verstellt, noch abwärts, also irgendwie runtergedrückt, kreuzig. Das Nummer schuld, also irgendwie, das haben wir reinigen müssen, weil es so verschmiert war. Ja, scheiße. Und auf dem Fahrzeugboden, also hinten drin, war so ein Wasserflecken. Der hat so komisch, als ob wer neu gepiselt hätte. Neupiselt? Und wo ist das Fahrzeug jetzt? Das haben sie wieder abgeholt am Dienstag. Wer? Also der Chauffeur, der es immer bringt von der Einwohnerwehr. Ist das Auto auf die Einwohnerwehr zugelassen? Also zugelassen ist auf einen gewissen Herrn Tattermann. Das weiß ich bloß vom Chauffeur. Aber er hat, also der Herr Tattermann, hat es der Einwohnerwehr zur Verfügung gestellt. Da schau her.